Es hieß, die Schreie der Irren seien bei Windstille übers Meer zu hören. Besonders im Herbst. Im Herbst beginnt auch diese Geschichte. Mit feuchtem Nebel, ein paar zögernden Wärmegraden und einer Frau, die plötzlich erkennt, dass sie der Freiheit nahe ist. Sie hat ein Loch in einem Zaun entdeckt. Es ist Herbst 1937. Die Frau, Christina Tacker, war viele Jahre in der großen Nervenklinik eingesperrt. Gedanken an Zeit hatten für sie jeden Sinn verloren. Lange betrachtet sie das Loch, als würde sie seine Bedeutung zunächst nicht verstehen. Der Zaun war stets eine Grenze mit einer ganz bestimmten Bedeutung. Aber diese plötzliche Abweichung, dieser Punkt, an dem der Zaun aufgebrochen ist, es dauert lange, bis sie es begreift. Dann kriecht sie vorsichtig durch das Loch und befindet sich außerhalb des Zauns. Sie steht regungslos. Erst nach langem Zögern tut sie einen Schritt nach vorn, dann noch einen und verschwindet zwischen den Bäumen. Im Nadelwald existiert keine Zeit. Nur Holzstämme. Und Sonnenstrahlen, die lautlos auf die feuchte Erde treffen. Sie beginnt zu zittern. Ein Schmerz kommt unter der Haut angekrochen. Erst glaubt sie, es sei dieser entsetzliche Juckreiz, der sie mitunter überfällt, sodass dem Pfleger nichts anderes übrig bleibt, als sie anzuschnallen, damit sie ihre Haut nicht zerkratzt. Dann erkennt sie, dass es etwas anderes ist, was sie zittern macht. Sie erinnert sich, dass sie der einst einen Mann hatte. Woher der Gedanke kommt, weiß sie nicht. Aber sie erinnert sich ganz deutlich, dass sie verheiratet war. Er ist Lars. Er hatte eine Narbe über dem linken Auge und war 23 Zentimeter größer als sie. An mehr kann sie sich im Augenblick nicht erinnern. Alles andere hat sie in die Dunkelheit verwiesen, die sie in sich trägt. Doch die Erinnerung kehrt zurück. Sie sieht sich verwirrt zwischen den Stämmen des Nadelwalds um. Warum fällt ihr hier ihr Mann ein? Er, der den Wald hasste und den es immer zum Meer zog. Er, der Kadett war und später Seevermesser und Marinekapitän mit geheimen militärischen Aufträgen. Mein Mann, denkt Christina Tacker. Einst hatte ich einen Mann. Unsere Leben berührten sich, umschlossen uns. Warum erinnere ich mich jetzt an ihn? Sie sucht in ihrem Kopf nach einer Antwort. Da ist nichts. Da ist überhaupt nichts. Spätabends finden die Wärter Christina Tacker. Sie steht regungslos in der Dunkelheit und starrt auf einem Baumstamm. Was sie sieht, ist keine Kiefer, sondern ein einsam gelegener Leuchtturm auf einer Klippe irgendwo weit draußen in den kargen und verlassenen Scheren. Christina Tacker ist an diesem Tag im Herbst 1937 57 Jahre alt. Es ist zwölf Jahre her, seit sie zuletzt ein Wort geäußert hat. In ihrem Krankenjournal wird Tag für Tag, Jahr für Jahr ein einziger Satz wiederholt. Die Patientin ist gleichbleibend unerreichbar. In derselben Nacht, es ist dunkel in ihrem Zimmer in der großen Klinik. Sie ist wach. Der Strahl eines Leuchtturms streicht vorbei. Ein ums andere Mal. Wie eine lautlose Uhr aus Licht in ihrem Kopf. 23 Jahre zuvor, auch da an einem Herbsttag, stand er, der ihr Mann war, und betrachtete das Panzerschiff Svea, das am Galerwarskay in Stockholm verteut lag. Lars Tobias Svartmann war Marineoffizier. Er betrachtete das Schiff mit wachsamen Augen. Es war Mitte Oktober 1914. Der große Krieg herrschte seit zwei Monaten und 19 Tagen. Lars Tobias Svartmann stand an dem steilen Landungssteg. Er dachte an die Worte seiner Frau, als sie sich in der Wohnung in der Wallingotta getrennt hatten. Jetzt beginnt etwas, wonach du dich schon lange gesehnt hast. Sie standen in der dunklen Diele. Sie wollte ihn zum Schiff begleiten, um Abschied zu nehmen. Aber gerade als sie den einen Handschuh anzog, begann sie zu zögern. Sie wollte nicht weinen. Nach neun Ehejahren wusste er, dass es für sie schwieriger war, sich ihm weinen zu zeigen, als nackt. Sie nahmen rasch Abschied. Er versuchte ihr zu erklären, dass er nicht enttäuscht war. Innerlich verspürte er Erleichterung. Er blieb mitten auf dem Landungssteg stehen und fühlte, wie das Schiff sich fast unmerklich bewegte. Sie hatte recht. Er sehnte sich fort. Doch er war keineswegs sicher, wonach er sich eigentlich sehnte. Gab es ein Geheimnis, das er selbst nicht kannte? Er liebte seine Frau über alles. Jedes Mal, wenn er eine Dienstreise antat und sie zum Abschied küsste, sog er wie nebenbei den Duft ihrer Haut ein. Es war, als würde er diesen Duft lagern wie einen guten Wein oder vielleicht wie Opium, das er hervorholen konnte, wenn er sich so verlassen fühlte, dass er Gefahr lief, die Kontrolle über sich zu verlieren. Noch immer benutzte seine Frau ihren Mädchennamen. Warum, das wusste er nicht. Und er wollte auch nicht fragen. Er fixierte eine Sturmmöwe, die unbeweglich im Aufwind über dem Schiff verharrte. Seine frühesten Erinnerungen handelten von Entfernungen. Zwischen ihm selbst und seiner Mutter. Zwischen seiner Mutter und seinem Vater. Zwischen Fußboden und Decke. Zwischen Unruhe und Freude. Sein ganzes Leben handelte von Entfernungen, davon, sie zu messen, zu verkürzen und zu verlängern. Er war ein einsamer Mensch, der ständig nach neuen Entfernungen suchte, um sie zu bestimmen oder abzulesen. Entfernungen zu messen, glich einer Beschwörung. Es war sein Instrument, um die Bewegungen von Zeit und Raum zu zügeln. Die Einsamkeit war von Anbeginn, soweit er sich erinnern konnte, wie seine zweite Haut gewesen. Christina Tacker war nicht nur seine Frau. Sie war auch der unsichtbare Deckel, den er über den Abgrund legte. Ein kaum merklicher Nieselregen zog an diesem Oktobertag 1914 über Stockholm hin. Von der Wallingorta war sein Gepäck auf einer Karre zum Galerwarfskai gezogen worden. Die Koffer waren aus braunem Leder. In dem speziell angefertigten Futeral aus Kalbsleder lag sein kostbarster Besitz. Es war ein Lot für präzise Sehvermessung. Das Lot war aus Messing, hergestellt 1701 in Manchester von Maxwell & Swansons marinetechnische Betriebe. Wenn er nachts mit einer schwer fassbaren Unruhe aufwachte, stand er auf und holte das Lot hervor. Er nahm es mit ins Bett, presste es an die Brust und schlief dann gewöhnlich wieder ein. Das Lot atmete. Der Atem war weiß. Das Panzerschiff Svea war auf der Lindholmenwerft in Göteborg gebaut worden und im Dezember 1885 vom Stapel gelaufen. 1914 hatte man es aus dem aktiven Dienst zurückgezogen, da es bereits unmodern geworden war. Doch der Beschluss war rückgängig gemacht worden. Lars, Tobias und Zwartmann wiederholte im Kopf rasch die wichtigsten Schiffsmaße. Die Svea war 75 Meter lang und hatte eine äußerste Breite von gut 14 Metern. Die Besatzung bestand aus 250 Berufssoldaten und wehrpflichtigen Matrosen sowie dem Offizierskorps von 22 Mann. Die Antriebskraft, die in dem Schiff vibrierte, kam von zwei liegenden Verbundmaschinen, die ihre Pferdestärken aus sechs Dampfkesseln bezogen. Die Geschwindigkeit war auf einer Probefahrt mit 14,68 Knoten gemessen worden. Es gab ein weiteres Maß, das ihn interessierte. Der Abstand zwischen Kiel und Grund am Galerwarfs-Kai betrug gut zwei Meter. Er drehte sich um und sah zum Kai hinüber, als hätte er gehofft, seine Frau wäre trotz allem gekommen. Aber da waren nur ein paar Jungen mit Angeln und ein betrunkener Mann, der in die Knie ging und dann langsam umfiel. Er wurde von einem Flacksteuermann aus seinen Gedanken gerissen. Der Mann schlug die Hacken zusammen und stellte sich als Anders Höckert vor. Höckert zeigte ihm seine Kabine, die gleich unter dem Niedergang an Backbord lag, mit direkter Verbindung zur Kommandobrücke. Lars Tobias Sonswartmann hatte einen geheimen Auftrag und konnte daher die Kabinen nicht mit einem anderen Offizier teilen. Das Gepäck, die Kartenrollen und das braune Futural mit dem Sehvermessungsinstrument standen schon im Geräteraum. Lars Tobias Sonswartmann setzte sich in die Koje und ließ sich von der Einsamkeit umfangen. Er sah durch das Bullauge hinaus. Der Himmel war plötzlich blau, der Regen war vorübergezogen. Das machte ihn froh. Für einen kurzen Augenblick überfiel ihn die Sehnsucht, das Schiff zu verlassen. Er rührte sich nicht. Er war ein einsamer Mensch. Seine Einsamkeit war wie ein Abgrund und er fürchtete, dass er sich eines Tages hineinstürzen würde. Er hatte berechnet, dass der Abgrund mindestens 40 Meter tief sein musste und dass er sich mit dem Kopf voran hinunterwerfen musste, um mit Sicherheit tot zu sein. Das Panzerschiff Svea verließ den Galervarskay am selben Abend um 18.15 Uhr. Um Mitternacht, als sie die äußeren Scheren passiert hatten, wurde ein südöstlicher Kurs aufgenommen und die Geschwindigkeit auf zwölf Knoten erhöht. Lars Tobias Sonswartmann umklammerte in dieser Nacht sein Lot fest. Seine Gedanken kreisten um seine Frau und ihre duftende Haut. Hin und wieder dachte er auch an den Auftrag, der ihn erwartete. Im Morgengrauen, nach einem unruhigen Schlaf, verließ er die Kabine und ging an Deck. Er stellte sich in Lee an eine Stelle, die von der Kommandobrücke aus nicht zu überblicken war. Eins seiner Geheimnisse verbarg sich in einer der Kartenrollen, die in seiner Kabine lagen. Dort verwahrte er die Werftzeichnung der Svea. Am selben Tag, an dem Lars Tobias Sonswartmann vom Marinestab den Bescheid bekam, dass die Svea für den Transport zu seiner geheimen Kommandosache bestimmt war, bat er um eine Kopie der Konstruktionszeichnungen. Er dachte an den Abend, an dem er im Wohnzimmer in der Wallingorta über die Zeichnungen gebeugt saß. Da hatte eigentlich die Reise begonnen. Es war Ende Juli, die Hitze drückend, und alle warteten auf den großen Krieg, der jetzt unausweichlich schien. Seine Frau kam ins Zimmer und berührte behutsam seine Schulter. Es ist schon spät, was ist denn so wichtig? Ich studiere das Schiff, auf dem ich reisen werde. Weil, da es für mich Zeit wird, an einen unbekannten Ort zu gehen. Sie strich ihm immer noch über die Schulter. Unbekannter Ort? Mir musst du doch sagen können, wohin du fährst. Nein, nicht einmal dir. Die Finger tasteten über seine Schulter. Ihre Hand streifte den Stoff kaum. Trotzdem spürte er die Bewegung im tiefsten Innern. Was kannst du von all diesen Strichen und Zahlen ablesen? Ich kann nicht einmal erkennen, dass es ein Schiff ist. Ich sehe gern das, was man nicht sehen kann. Ich sage nicht die Wahrheit, dachte er. Ich vermeide es, zu sagen, wie es ist. Dass ich nach einem Punkt an Deck suche, wo man mich von der Kommandobrücke aus nicht sehen kann. Was ich eigentlich suche, ist ein Versteck. Er sah aufs Meer hinaus. Erinnerungsbilder hervorzurufen, erforderte Genauigkeit und Geduld. Was war dann geschehen, an jenem Abend im Juli, kurz bevor die Kriegserklärungen ausgefertigt wurden? Was an den Tagen der drückenden Hitze, in denen Millionen von jungen Menschen in Europa rasch mobilisiert wurden? Er hatte die Zeichnungen eine knappe Stunde lang studiert. Dann hatte er den Punkt gefunden, nachdem er suchte. Er wusste, wo er sein Versteck einrichten konnte. Er schob die Zeichnungen beiseite. In einem der inneren Zimmer der großen Wohnung stellte Christina Porzellanfiguren um, die sie von ihrer Mutter bekommen hatte. Obwohl sie seit neun Jahren verheiratet waren und selten ein Abend verging, an dem sie nicht in den Regalen umräumte, war noch keine Figur zu Boden gefallen und zerbrochen. Aber danach? Was war dann geschehen? Er konnte sich nicht erinnern. Der Juliabend war windstill gewesen, die Hitze drückend, die Temperatur hatte 27 Grad betragen. Vereinzelte Donnerschläge waren aus der Richtung von Lidingö zu Hürgen gewesen, wo sich schwarze Wolken vom Meer her näherten. Ob er sich eine Wolkenformation leichter merken konnte als das Gesicht seiner Frau? Er schüttelte die Gedanken ab und blinzelte ins Morgengrauen hinaus. Von Steuerbord aus, wo er unter der Treppe versteckt stand, sah man die Landlinie im Licht der Morgendämmerung. Felsinseln und äußere Scheren stiegen und sanken in der rauen See. Hier beginnt und endet ein Land, dachte Lars, Tobias und Zwartmann. Doch die Grenzlinie ist gleitend. Es gibt keinen exakten Punkt, an dem das Meer endet und das Land beginnt. Die Felseninseln sind über der Meeresoberfläche kaum sichtbar. In früheren Zeiten hatten die Seeleute diese Klippen und Felsbuckel für merkwürdige und entsetzliche Wasserungeheuer gehalten. So kann ich mir auch diese Klippen vorstellen, die langsam aus dem Meer steigen, wie Tiere. Er ging vor zur Reling und schaute in das bleigraue Meer, das entlang der Wasserlinie des Zerstörers strudelte. Das Meer weicht nie zurück, dachte er. Das Meer verkauft nie seine Haut. Im Winter ist es wie gefrorene Haut. Der Herbst ist Stille, Erwartung. Plötzliche Ausbrüche heulender Winde. Der Sommer ist nichts anderes als ein flüchtiges Aufblinken im spiegelglatten Wasser. Das Meer, die Landhebung, all das Unbegreifliche, ist wie die langsame Bewegung von der Kindheit bis zum Alter und zum Tod. In allen Menschen findet eine Landhebung statt. Aus dem Meer kommen all unsere Erinnerungen. Er lächelte. Meine Frau will es mir nicht zeigen, wenn sie weint. Vielleicht will ich ihr aus denselben Gründen nicht zeigen, wer ich bin, allein mit dem Meer. Er kehrte in seine Kabine zurück und setzte sich auf den Rand der Koje. In 30 Minuten würde er in der Offiziersmesse frühstücken. Um halb zehn sollte er sich im privaten Salon des Befehlshabers einfinden. Fregattenkapitän Hans Rake sollte ihm die geheimen Instruktionen überreichen, die bisher im Tresor des Schiffs eingeschlossen waren. Er nahm seinen Rasierspiegel aus dem Etui, das Christina Tacker mit seinen Initialen bestickt hatte. Jedes Mal, wenn er in den Spiegel sah, holte er Tiefluft. Es war, als bereitete er sich auf einen Abstieg in große Tiefe vor. Er bildete sich ein, im Spiegel einem fremden Gesicht zu begegnen. Stets durchzog ihn ein heftiges Gefühl der Erleichterung, wenn er seine Augen erkannte, die gerunzelte Stirn, die Narbe über dem linken Auge. Er betrachtete sein Gesicht und dachte daran, wer er war. Ein Mann, der in der schwedischen Flotte Karriere gemacht hatte, mit dem Ehrgeiz, eines Tages die Hauptverantwortung für die Kartierung der geheimen militärischen schwedischen Fahrwasser übertragen zu bekommen. War er sonst noch etwas? Eine Person, die unentwegt Abstände und Tiefen vermaß, in der äußeren Wirklichkeit ebenso wie in dem Meer, das in seinem Inneren noch nicht kartiert war. Er war außerdem ein Mann, der seinen Nachnamen geändert hatte. Um den Abstand zu seinem verstorbenen Vater zu vergrößern, hatte er beschlossen, den Mädchennamen seiner Mutter zwischen seinen Vornamen und den Namen Zwartmann zu stellen. Seine Mutter hatte immer versucht, ihn vor dem launischen und ständig aufbrausenden Vater zu schützen. Sein Vater war tot. Aber auch tote Menschen können eine Bedrohung darstellen. Von nun an würde seine Mutter auch in seinem Namen als schützende Mauer gegenwärtig sein. Er legte das Spiegeletui weg und klappte den Deckel einer Holzschachtel auf. Darin befanden sich vier Uhren. Drei Uhren zeigten exakt die gleiche Zeit. Sie kontrollierten einander. Bei der letzten, die er von seinem Vater geerbt hatte, waren die Zeiger unbeweglich. Da war die Zeit stehen geblieben. Er klappte den Deckel über den Uhren zu. Drei zeigten ihm die Zeit, die vierte den Tod. Die Begegnung zwischen Fregattenkapitän Rake und Lars-Tobiasson Zwartmann wurde durch ein unerwartetes Intermezzo gestört. Sie hatten sich gerade die Hand gegeben und sich auf die festgeschraubten Ledersessel in Rakes Salon gesetzt, als Leutnant Sundfeld zur Tür hereinkam und mitteilte, ein Mann von der Besatzung sei erkrankt. Rake saß für einen Moment schweigend da und betrachtete seine Hände. Es ist ein Unglück, dass der Schiffsarzt Hallmann Urlaub bekommen hat, um an der Hochzeit seiner Tochter teilzunehmen. Rake war schon fast an der Tür des Salons, als er sich umdrehte. Rake, kommen Sie mit. Einen kranken Mann der Besatzung zu besuchen, lässt sich hervorragend damit kombinieren, das Schiff in Augenschein zu nehmen. Wer ist es? Der Bootsmann der Stammbesatzung, Johann Jakob Rudin. Rake suchte in seinem Gedächtnis. Rudin, der ihn Kalmar angemustert hat? Stimmt genau. Er hat Bauchschmerzen. Rake nickte. Meine Bootsmänner klagen nicht ohne Grund. Sie verließen den Salon, passierten einen engen Korridor und traten dann hinaus auf eine Treppe. Ich bin seit 19 Jahren Befehlshaber auf den Schiffen der Flotte, sagte Rake. Schon früh in meiner Karriere habe ich etwas über medizinische Diagnostik gelernt. Es gibt eine Anzahl von äußerst wirksamen Hilfsmitteln, um Menschen am Leben zu erhalten. Ich tröste mich und schmeichle mir vielleicht auch damit, dass meine Kapitänskollegen oft eine bedeutend höhere Anzahl von Toten auf ihren Schiffen zu beklagen haben als ich. Der Bootsmann lag in seiner Hängekoje. Es roch muffig und nach Schweiß und Angst. Rake zog seine Handschuhe aus und beugte sich über die Koje. Rudins Gesicht glänzte. Seine Augen irrten unruhig umher. Wo sitzt der Schmerz? Fragte Rake. Rudin deutete auf einen Bereich rechts vom Nabel. Allein die Handbewegung ließ ihn verschmerzend grimassieren. Wie lange tut es schon weh? Fragte Rake. Seit gestern Abend. Rake legte seine magere Hand auf den Bereich, in dem Rudin Schmerzen hatte. Rudins Gesicht verzerrte sich und er stöhnte. Rake nahm die Hand weg. Es ist vermutlich eine Blinddarmentzündung. Er richtete sich auf. Sie müssen operiert werden. Es wird gut gehen. Das Kanonenboot soll so schnell wie möglich Rudin an Bord nehmen und ihn nach Broviken bringen. Norrschöpping hat ein gutes Lazarett. Schweigend kehrten sie in den Salon zurück. Rake zündete sorgfältig seine Zigarre an. Dann sprachen sie über den Krieg. Rake berichtete, die englische Flotte habe in großer Eile bereits am 27. Juli ihre Basen aufs Kappa Flow verlassen, obwohl noch keine Kriegserklärungen vorlagen. Die Admiralität habe erklärt, man gedenke nicht der deutschen Hochseeflotte eine Möglichkeit zu geben, die englischen Schiffe anzugreifen, solange sie sich an ihren Basen befänden. Periskope deutscher U-Boote seien am 27. Juli im Morgengrauen von den Mannschaften englischer Fischerboote gesichtet worden. Möglicherweise wird die englische Flotte eine Überraschung erleben, sagte Rake nachdenklich. Lars Tobias von Swartmann wartete auf eine Fortsetzung, die nicht kam. Was für eine Überraschung, fragte er. Dass die deutsche Marine bedeutend besser gerüstet ist, als die arroganten Engländer es sich vorstellen. Rakes Worte hatten einen deutlichen Nebensinn. Schweden war noch nicht in den Krieg einbezogen, aber die schwedische Flotte bereitete sich darauf vor, dass dies bald geschehen könnte. Dann sollte es auch keinen Zweifel darüber geben, wo die Sympathien des schwedischen Militärs lagen. Auch wenn die Regierung und der Reichstag Schweden als neutral erklärt hatten. Rake stand auf, nahm einen Schlüssel von der Uhrkette und kniete sich vor den großen, schwarzen, im Boden verschraubten Tresor. Die geheimen Instruktionen lagen in einer einfachen Stoffmappe, zugebunden mit einem blau-gelben, dünnen Seidenband. Rake übergab Lars Tobias von Swartmann die Akte und kehrte zu seiner Zigarre zurück. Er öffnete die Mappe. Obwohl er das Ziel seines Auftrags kannte, waren ihm die detaillierten Pläne des Marinestabs unbekannt. Er setzte sich auf seinen Stuhl und las auf dem Aktendeckel, dass die Instruktionen vertraulich und ausschließlich für Kapitän Lars Swartmann bestimmt waren. Für die schwedische Flotte existierte seine Namensänderung noch nicht. Für den Marinestab war er noch immer Lars Swartmann. Sonst nichts. Er las. Ihre Aufgabe wird es sein, unverzüglich Kontrollmessungen der besonderen und vertraulichen militärischen Fahrwasser vorzunehmen, die Kalmarsund den südlichen Teil mit den nördlichen, mittleren und südlichen Einmündungen nach Stockholm verbinden. Besonders bedeutsam sind die Kontrollmessungen der Sunde, Durchfahrten und übrigen Einmündungen, die 1898 und 1902 im Verhältnis zu dem für jeden Schiffstyp angegebenen größtmöglichen Tiefgang beim Leuchtturm von Sandsenkern verzeichnet sind. Als Basis für die Seevermessungen dient das Panzerschiff Svea. Messschiffe werden das Kanonenboot Blender sowie die notwendigen Barkassen und Wachboote sein. Auf die einleitende Instruktion folgten detaillierte Anweisungen, die genauestens befolgt werden sollten. Er schlug die Mappe zu, verknotete das Seidenband und verließ den Salon. Er ging zu seiner Kajüte. Dort legte er die Uniformjacke ab, schnürte die Schuhe auf und streckte sich in der Koje aus. Es war wie ein Ritual. Ein neuer Auftrag musste nicht unbedingt erschreckend sein, weil er geheim war. Was er vor sich hatte, würde von Routine geprägt sein, nicht von unvorhersehbaren dramatischen Ereignissen. Er hasste Unordnung und Chaos. Die Meerestiefen zu kartieren, er forderte eine große Ruhe, eine fast meditative Stille. In Friedenszeiten werden die neuen Kriege vorbereitet, dachte er. Die schwedische Flotte hatte seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine große Anzahl von Expeditionen losgeschickt, um entlang der schwedischen Küsten alternative Fahrwasser ausfindig zu machen. Der Ausgangspunkt war einfach. Ein Angreifer konnte Blockaden vorbereiten, in den letzten zehn Jahren vor allem durch Minen, und zwar in den Fahrwassern, die auf den öffentlichen Seekarten angegeben waren. Um dem entgegenzuwirken, gab es ein Netz von geheimen, alternativen Fahrwassern und Strecken für militärische Zwecke. Da der Tiefgang der Schiffe ständig größer wurde, mussten die Strecken der Fahrwasser überprüft werden. Gab es alternative Fahrwasser, die einen größeren Tiefgang erlaubten? Konnten Untiefen, welche die Befahrbarkeit verringerten, heimlich weggesprengt werden, ohne dass es auf den Seekarten angegeben wurde? Das waren die Fragen, die er beantworten sollte. Außerdem sollte er erwägen, was die Anwesenheit von Unterwasserschiffen bedeutete. Es herrschte kein Zweifel daran, dass die U-Boote eine völlig neue Gefahr mit anscheinend endlosen Konsequenzen darstellten. Aber wie konnte man sie aufhalten? Wenn die Fahrwasser tief genug waren, würde ein U-Boot sich bis nach Stockholm hineinbewegen können. Er dachte zurück an die Jahre zwischen 1909 und 1912, als er an den Fahrwassermessungen in den inneren Schären zwischen Landsort und Westerwick teilgenommen hatte. Er war in kurzer Zeit zum Befehlshaber der gesamten Expedition aufgerückt. Es war eine glückliche Zeit gewesen. In wenigen Jahren war eine große Anzahl seiner Träume in Erfüllung gegangen. Aber er hatte auch erkannt, dass er einen ganz anderen Traum hatte. Einen unerwarteten. Aber es war dieser Traum, den er jetzt zu verwirklichen hoffte. Der Traum, die größte aller Tiefen zu finden. Er versuchte sich vorzustellen, was seine Frau in genau diesem Augenblick machte. Aber er konnte sie nicht sehen. Er wusste nicht, womit sie sich beschäftigte, wenn sie in der Wohnung allein war. Der Gedanke gefiel ihm nicht. Er wollte wissen, in welchen Fahrwassern sich seine Frau bewegte, wenn er fort war. Ich liebe sie, dachte er. Aber ich weiß nicht, was Liebe eigentlich ist. Für einen kurzen Augenblick hatte er das Gefühl, Christina Tacker stehe hinter seinem Rücken und beuge sich über seine Schulter vor. Etwas wird geschehen, flüsterte sie. Es gibt einen Punkt, an dem dein Lot den Meeresboden nicht erreicht. Es gibt einen Punkt, an dem alles zerbricht, mein geliebter Mann. Früh in der Morgendämmerung des 22. Oktober ging Lars Tobias Sons Wartmann an Bord des Kanonenboots Blender. Er wurde am Fallreb von Leutnant Jakobson empfangen, dem Kapitän. Der Mann schielte mit dem linken Auge, hatte eine missgebildete Hand und sprach einen ausgeprägten Goetheborgs-Dialekt. Trotz des Schielens war sein Gesicht offen und freundlich. Leutnant Jakobson flößte ihm Vertrauen ein. Er schien zu den seltenen Menschen zu gehören, die ihren Charakter nicht verbargen. Darin war Leutnant Jakobson auf entscheidende Weise sein Gegenteil. Die Routinearbeiten wurden festgelegt. Jeden vierten Tag sollte er Fregattenkapitän Rake Bericht erstatten. Unter idealen Wetterbedingungen würde das Panzerschiff dieses Gebiet alle 96 Stunden passieren. Rake hatte einen Verschlüsselungstechniker zur Verfügung, der seine Berichte schiffrieren sollte. Diese wurden dann per Funk abgeschickt. Innerhalb weniger Tage sollten die Änderungen der Fahrwasser bei den Kartenzeichnern in Stockholm sein. Am späten Nachmittag nahm Leutnant Jakobson eine Positionsbestimmung vor. Sie befanden sich drei Grad nordöstlich vom Leuchtturm von Sandsenkahn. Lars Tobias Sons Wartmann ordnete an, dass die Blender ihre Position bis zum folgenden Tag beibehalten sollte. Hier sollten die Vermessungsarbeiten beginnen. Er betrachtete das Meer durch seinen Feldstecher, blickte auf den fernen Horizont, den Leuchtturm. Dann schloss er die Augen, jedoch ohne den Feldstecher abzusetzen. Am Tag darauf Lars Tobias Wartmann stand an Deck. Die Sonne war hinter niedrigen Wolken verborgen. Er trug seine Uniform. Zwei grau gestrichene Barkassen wurden vom Schiff hinuntergelassen. Marineingenieur Wehlander führte in dem einen Boot das Kommando, während er selbst für das andere verantwortlich war. In jedem Boot saßen drei Ruderer und ein Matrose, der die Senkleinen bediente. Sie loteten entlang einer Linie, die sich süd-südwestlich des Leuchtturms von Sandsenkern erstreckte. Lars Tobias und Wartmann wollte herausfinden, ob es für Schiffe mit größerem Tiefgang möglich wäre, genau hier in den inneren Schären zu passieren, im Schutz der Felseninseln und der äußeren Schären. Das Meer war still. Es ruhte ein eigentümlicher Friede über den Booten, den Lothleinen, die hinabgelassen und hochgeholt wurden, den Zahlen, die ausgerufen, wiederholt und dann verzeichnet wurden. Kurz nach elf am Vormittag fanden sie eine Tiefe, die nicht mit der Seekarte übereinstimmte. Die Differenz war groß, nicht weniger als drei Meter. Die korrekte Tiefe betrug 14 Meter, nicht 17. Sie waren auf eine unerwartete Kuppe weit unten in der Tiefe gestoßen. Lars Tobias von Zwartmann hatte den ersten der gesuchten Punkte gefunden. Eine Fehlangabe, die er korrigieren konnte. Eine Tiefe war weniger tief geworden. Die jetzige Strecke machte einen Bogen um einige Verschlammungen südlich der Hallscherschere am offenen Meer. Die westliche Seite war noch nicht kartiert worden. Möglicherweise würden sie dort eine Rinne finden, tief und breit genug für Schiffe mit einem Tiefgang wie dem des Panzerschiffs Svea. Am Abend, nachdem er seine eigenen Aufzeichnungen und die des Marineingenieurs WLAN in das Logbuch der Expedition eingetragen hatte, ging er hinaus an Deck und betrachtete Halsscher. Plötzlich glomm etwas auf. Er kniff die Augen zusammen. Das Blinken wiederholte sich nicht. Er ging in seine Kajüte und holte den Feldstecher. Da war nichts anderes als die Dunkelheit über den blank geschliffenen Klippen. Am selben Abend schrieb er einen Brief an seine Frau. Es war eine dürftige Geschichte von Tagen, die kaum voneinander zu unterscheiden waren. Am folgenden Tag kletterte er in der Morgendämmerung hinunter zu einer der Jollen, die an der Blender befestigt waren, und begann, in Richtung Halsscher zu rudern. Es war windstill, das Meer roch herb nach Salz und Lehm. Er fand eine Felskluft an der Westseite der Schere, wo er trockenen Fuße sein Land kommen konnte. Er zog die Jolle hoch, schlang die Fangleine um einen Stein und lehnte sich dann gegen die abschüssige Felswand. Die Schere ruhte im Meer. Auf der Klippe nichts als Flechten, Heide, verstreute Grasbüschel und Tangblüten ganz unten am Wassersaum. Plötzlich überfiel ihn eine heftige Sehnsucht nach seiner Frau. Beim nächsten Treffen mit Fregattenkapitän Rake würde er den Brief an sie abschicken. Erst dann konnte er damit rechnen, dass sie antwortete. Er war mit einer Frau verheiratet, die auf Briefe antwortete, die nie von sich aus schrieb. Er setzte sich in eine Felsspalte, wo der Boden trocken war und schloss die Augen. Nach einem Moment hatte er den Duft seiner Frau heraufbeschworen. Er war so stark, dass er die Augen aufschlug und beinahe glaubte, sie müsse anwesend sein, dicht bei ihm. Nach einer Weile kletterte er wieder hinunter zur Jolle und ruderte zurück. Am selben Nachmittag erreichten sie Halsschere und begannen methodisch an der westlichen Seite der Schere nach einer zum Befahren ausreichend tiefen Rinne zu suchen. Es bedurfte einer Woche harter und beharrlicher Arbeit, um festzustellen, dass es möglich war, das Fahrwasser westlich von Halsscher zu nutzen. Sämtliche Schiffe der Marine, ausgenommen die größten Panzerkreuzer, würden hier mit sicherem Spielraum passieren können. Beim Abendessen informierte er Leutnant Jakobson über die Entdeckung. Das imponiert mir, sagte Leutnant Jakobson. Aber ich habe eine Frage. Wussten Sie von vornherein, dass es dort diese Tiefe gibt, dass sie für die großen Kriegsschiffe ausreichend ist? Seevermesser, die aufs Geratewohl suchen, haben selten Glück. Mit Sicherheit weiß ich nur, dass das, was sich unter der Meeresoberfläche verbirgt, unberechenbar ist. Das Gespräch wurde dadurch unterbrochen, dass Leutnant Jakobsons erster Offizier Freden hereinkam und meldete, die Sphere sei auf nördlichem Kurs gesichtet worden. Das Panzerschiff türmte sich neben der Blende auf. Da fast Windstille herrschte, legten sie einen Landungssteg als Brücke zwischen den Schiffen aus. Fregattenkapitän Rake war schwer erkältet. Er stellte keine Fragen, nahm nur das Lockbuch entgegen und bot Kognak an. Bootsmann Rudin, fragte Lars Tobias und Zwartmann, wie ist es ihm ergangen? Er ist leider während der Operation gestorben, erwiderte Rake. Das ist wirklich bedauerlich. Er war ein guter Bootsmann. Außerdem hat sein Tod meine persönliche Statistik verschlechtert. Lars Tobias und Zwartmann wurde plötzlich von Übelkeit erfasst. Dass Rudin sterben würde, hatte er nicht erwartet. Rake betrachtete ihn aufmerksam. Geht es ihm nicht gut? Mir geht es ausgezeichnet. Es ist nur mein Magen, der in den letzten Tagen nicht in Ordnung war. Der Schatten des Bootsmann Rudin glitt durch die Kajüte. Als Lars Tobias und Zwartmann in der Morgendämmerung an Deck trat, trieben Wolkenfetzen über den Himmel. Er sah auf seiner Uhr, dass es Frühstückszeit war. Da hörte er einen Ruf. Es klang wie ein Jammern. Als er sich umdrehte, sah er einen Matrosen, der sich über die Reling beugte und aufgeregt mit einer Hand winkte. Irgendetwas im Wasser hatte seine Aufmerksamkeit erregt. Leutnant Jakobsson und Lars Tobias und Zwartmann kamen gleichzeitig bei dem gestikulierenden Mann an. Neben dem Bug schaukelte eine Leiche. Es war ein Mann. Sein Gesicht war im Wasser. Er trug keine schwedische Uniform. Mit Hilfe einiger Seile und Draggen wurde der Körper an Bord gehoben. Die Matrosen drehten ihn auf den Rücken. Ein junger Mann mit blonden Haaren. Aber ihm fehlten die Augen. Sie waren von Fischen oder vielleicht von Vögeln gefressen worden. Lars Tobias und Zwartmann versuchte, nach der Reling zu greifen. Aber er erreichte sie nicht, bevor er in Ohnmacht fiel. Als er die Augen aufschlug, beugte sich Leutnant Jakobsson über ihn. Er erhob sich langsam, winkte denen, die ihm zu Hilfe kommen wollten, abwehrend zu. In ihm wuchs die Demütigung. Er hatte vor der Besatzung des Schiffs Schwäche gezeigt. Erst war Rudin gestorben und nun diese Leiche, die aus dem Meer gezogen worden war. Das war zu viel. Eine Last, die er nicht bewältigen konnte. Lars Tobias und Zwartmann hatte zuvor in seinem Leben erst einen toten Menschen gesehen. Es war sein Vater, der nach einem schweren Schlaganfall gestorben war, als er sich eines nachmittags umzog. Der Vater starb auf dem Boden neben seinem Bett, gerade als der Sohn das Schlafzimmer betreten hatte, um zum Essen zu rufen. Im Augenblick des Todes hatte sich Hugo Zwartmann bepinkelt. Er lag mit nacktem Bauch und offenen Augen da. Lars, Tobias und Zwartmann war es nie gelungen, den Anblick des halb nackten und fetten Körpers zu vergessen. Oft hatte er gedacht, dass der Vater ihn ein letztes Mal hatte strafen wollen, indem er vor seinen Augen starb. Der Tote war sehr jung. Leutnant Jakobson beugte sich hinunter und legte ein Taschentuch über die leeren Augenhöhlen. Eine deutsche Uniform, sagte er. Er hat der deutschen Marine angehört. Leutnant Jakobson fing an, die Uniformjacke des Toten aufzuknöpfen. Er fühlte in den Innentaschen nach und zog ein paar durchweichte Dokumente und Fotografien heraus. Ich glaube nicht, dass dieser Mann besonders lange im Wasser gelegen hat. Er hat keine Verletzungen, die darauf hindeuten, dass er im Kampf gestorben ist. Vermutlich ist er durch ein Unglück über Bord gefallen. Vorsichtig trennte er die zusammengeklebten Seiten eines Soldbuchs auf. Karl-Heinz Richter, geboren 1895 in Kiel, las er. Ein sehr junger Mann, noch keine 20. Ein kurzes Leben, ein gewaltsamer Tod. Er bemühte sich, die verwischte Schrift zu entziffern. Er war Matrose auf dem Schlachtschiff Niederburg. Leutnant Jakobson beugte sich über die Fotografien, darunter eine Miniatur in Glas und Rahmen. Vermutlich Frau Richter, sagte er. Eine freundlich lächelnde Frau, die in einem Fotoatelier sitzt und nicht ahnt, dass ihr Sohn das Bild bei sich haben wird, wenn er ertrinkt. Gründlich musterte er die Miniatur, ehe er sie beiseite legte. Es gibt zwei Möglichkeiten, sagte Leutnant Jakobson. Entweder ist es ein banales Unglück. In der Dunkelheit taumelt ein Matrose über Bord, niemand merkt etwas. Es muss nicht einmal dunkel sein, damit so ein Unglück geschieht. Von einem Schiffsdeck bis zur Meeresoberfläche hinunter zu stürzen, dauert zwei oder drei Sekunden. Keiner sieht dich, keiner hört dich, wenn du zappelst und mit dem Meer kämpfst, das unerbittlich alle Wärme aus dir heraussaugt und dich dann in die Tiefe zieht. Du stirbst dann unter Kühlung und in grenzenlosem Entsetzen. Es kann aber auch eine andere Erklärung geben. Er kann sich das Leben genommen haben. Die Angst ist zu groß geworden. Vor allem junge Menschen können sich aus den absonderlichsten Gründen das Leben nehmen. Leutnant Jakobson stand auf. Ich will den Mann nicht unnötig lange an Bord haben. Auch ein Toter vermag eine ansteckende Krankheit zu übertragen. Ich werde ihn so schnell wie möglich bestatten. Ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Ich brauche eine geeignete Tiefe ganz hier in der Nähe, wo wir den Körper versenken. Vielleicht könnten Sie auf Ihren Seekarten nachschauen. Das ist nicht nötig. Ich weiß eine Stelle. Lars, Tobias und Zwartmann zeigte nach Nordost. 250 Meter von hier aus gesehen gibt es eine Spalte im Meeresboden. Sie ist nicht breiter als 30 Meter. Dort beträgt die Tiefe etwa 160 Meter. Das ist gut. An Land werden unsere Sergen in einer Tiefe von knapp zwei Metern versenkt. Dann müssten 160 Meter im Meer mehr als genug sein. Die Bestattung fand um halb zehn statt. Die Besatzung hatte sich auf dem Achterdeck versammelt. Leutnant Jakobson folgte den Ritualen, die in seinen Instruktionen festgelegt waren. Er hielt ein Gesangbuch in der Hand. Die Besatzung sang murmelnd mit. Lars, Tobias und Zwartmann bewegte nur die Lippen. Nach dem Choral wurde das vorgeschriebene Gebet über den Toten gesprochen, worauf die Planke angehoben wurde und der Körper über die Reling rutschte und mit einem gedämpften Klatschen im Wasser auftraf. Das Nebelhorn des Schiffs tutet düster. Leutnant Jakobson lud in die Messe zu einem Glas Schnaps ein. Sie stießen an und der Kommandant sagte, »Wie lange braucht ein Körper ihrer Meinung nach, um da unten im Lehm oder Sand oder woraus der Boden nun besteht, zur Ruhe zu kommen?« Lars, Tobias und Zwartmann überschlug es rasch im Kopf. Angenommen, der Körper mitsamt den Senkern wiegt 100 Kilo und der Abstand zum Boden beträgt 160 Meter. Der Körper sollte in zwei bis drei Sekunden um einen Meter sinken. Das bedeutet, dass er ungefähr sechs Minuten braucht, um den Meeresgrund zu erreichen. Leutnant Jakobson dachte über die Antwort nach. Das sollte reichen, damit meine Besatzung keine Angst haben muss, dass er wieder an die Oberfläche kommt. Seeleute können so verteufelt abergläubisch sein. Sie setzten die unterbrochene Arbeit fort und es gelangen ihnen 80 Kontrollmessungen vorzunehmen, bevor es dämmerig wurde. Lars, Tobias und Zwartmann übertrug die Notizen des Tages ins Logbuch. Danach fühlte er sich rastlos und ging hinaus an Deck. Wieder meinte er zu sehen, dass es auf Halsscher aufblitzte. Wiederum tat er es als Einbildung ab. Er erwachte mit einem Ruck. In der Kajüte war es dunkel. Er hatte geträumt. Er sah auf die Uhr, die neben der Koje hing. Viertel nach fünf. Noch keine Morgendämmerung. Er dachte an das Aufblitzen, das er bei zwei Gelegenheiten zu sehen gemeint hatte. Aber Halsscher war doch eine unfruchtbare Klippe im Meer, da konnte es doch kein Licht geben. Er zündete die Petroleumlampe an, zog sich an, holte tief Luft und betrachtete sein Gesicht im Spiegel. Es war immer noch sein eigenes. Als Kind und während seiner ganzen Jugend war er seiner Mutter ähnlich gewesen. Jetzt, da er älter wurde, begann sich sein Gesicht zu verwandeln und er sah im Spiegel immer mehr von den Gesichtszügen seines Vaters. Gab es ein weiteres Gesicht, das er in sich trug? Würde er jemals erleben, dass er nur sich selbst glich? Über dem Meer lag Dunst, als er entdeckt kam. Lars, Tobias und Zwartmann ging zu einem der Beibote, legte das Fallreb aus und stieg hinunter. Die Sonne war noch nicht über den Horizont gestiegen, als er in Richtung Halsscher ruderte. Er ruderte mit kräftigen Schlägen und legte an derselben Stelle an, wo er zum ersten Mal an Land gegangen war. Halsscher war wie von einer Riesenhand zerquetscht. Da gab es tiefe Schluchten und Senken. Das Gelände bot ihm keine Hilfe an, die Klippen formten sich zu glitschigen Abhängen. Er kletterte zwischen den Klippen herum und gelangte zum Rand einer Bucht. Er blieb abrupt stehen. Zu innerst in der Bucht lag eine windschiefe Anlegebrücke. An der Brücke war eine Jolle verteut. Am Ufer hingen Fischernetze zwischen ein paar Pfosten, die in den Boden gerammt waren. Außerdem sah er einen Brauerei-Bottich aus geteerter Eiche. Er stand regungslos da und betrachtete das Bild. Es erstaunte ihn, dass eine Schere, die so weit draußen am offenen Meer lag, von Fischern und Vogeljägern genutzt wurde. Er ging weiter den Strand entlang und stellte fest, dass die Jolle sehr gepflegt war. Weit drinnen in der Bucht sah er einen Trampelpfad, der zu einem dichten Gestrüpp aus Steinröschen und Sanddorn führte. Hinter dem Gestrüpp erblickte er einen Flecken ebener Erde und eine kleine Jagdhütte. Sie hatte einen gemauerten Kamin, aus dem ein dünner Rauchfaden zum Himmel aufstieg. Das Fundament bestand aus großen Steinen. Die Wände waren aus ungehobelten grauen Planken von ungleicher Breite. Das Dach war mit Moos geflickt, aber darunter lag eine Schicht Torf. Es gab nur ein Fenster, die Tür war geschlossen. Neben dem Haus war ein kleiner Gemüsegarten, in dem nichts wuchs. Aber jemand hatte sich die Mühe gemacht, den Boden mit Tangbüscheln zu bedecken und zu düngen. Weiter weg, ganz nah an der Felswand auf der anderen Seite der Hütte, lag ein Kartoffelacker. Auch hier war Tang ausgestreut, zusammen mit vertrocknetem Kartoffelkraut. In diesem Moment ging die Tür auf. Eine Frau trat heraus. Sie trug einen grauen Rock und eine zottelige Jacke. In der Hand hielt sie eine Axt. Ihre Haare waren lang und blond und in einem Zopf zusammen gefasst. Sie bemerkte ihn und schrag zusammen. Aber sie bekam keine Angst und erhob nicht die Axt. Lars Tobias und Swartmann war verwirrt. Er fühlte sich wie auf frischer Tat ertappt, ohne zu wissen, wessen man ihn beschuldigen könnte. Er hob die Hand an den Mützenrand und grüßte. Ich will mich nicht anschleichen, sagte er. Ich heiße Lars Tobias und Swartmann und bin Kapitän, ohne Befehlshaber zu sein, auf dem Schiff, das da draußen liegt, östlich der Schere. Sie hatte klare Augen und senkte den Blick nicht. Was machen sie hier? Ich habe den Küstensegler gesehen. Er liegt hier Tag für Tag. Wir messen die Tiefe und prüfen nach, ob die Seekarten zuverlässig sind. Ich bin nicht daran gewöhnt, hier draußen zwischen den Untiefen Schiffe liegen zu sehen und noch weniger Leute auf der Insel zu haben. Der Krieg zwingt uns dazu. Sie wandte den Blick nicht von ihm. Was für ein Krieg. Er spürte, dass sie die Wahrheit sagte. Sie wusste nichts vom Krieg. Sie trat aus einem Häuschen auf Halsscher heraus und wusste nicht, dass ein großer Krieg im Gange war. Bevor er antwortete, ob ihr Mann sich zeigen würde. Seit einigen Monaten herrscht Krieg. Viele Länder sind daran beteiligt, aber hier in der Ostsee sind es deutsche und russische Kriegsschiffe, die sich auf eine entscheidende Schlacht vorbereiten. Und Schweden? Wir haben nichts damit zu tun. Aber keiner weiß, wie lange uns das gelingt. Sie war jung, noch keine 30. Ihr Gesicht war offen. Wie geht es mit dem Fischfang? fragte er höflich. Es ist schwierig. Der Hering zieht also nicht hier durch? Und der Dorsch? Es gibt Fisch, aber ihn zu fangen ist mühsam. Sie schlug die Axt in einen Hackblock. Daneben lagen Äste und angeschwemmtes Strandgut zum Heizen. Ich bekomme selten Besuch, sagte sie. Ich habe nichts anzubieten. Das ist nicht nötig. Ich kehre zu meinem Schiff zurück. Sie sah ihn an. Ihr Gesicht gefiel ihm. Ich heiße Sarah Frederica, sagte sie. Ich bin nicht an Menschen gewöhnt. Sie drehte sich um und verschwand in der Hütte. Lars Tobias und Zwartmann betrachtete lange die geschlossene Tür. Er wünschte sich sehnlich, dass sie aufgemacht würde und sie wieder zurück käme. Doch die Tür blieb geschlossen. Er kehrte zurück. Leutnant Jakobson stand an der Reling und rauchte, als er an Bord kletterte. Halscher? So heißt die Felsinsel? Was haben sie da gefunden? Nichts. Da warnt nichts. Sie widmeten sich weiter ihrem Auftrag, ließen die Lote sinken und holten sie wieder ein. Er dachte an die Frau, die aus dem Häuschen getreten war und ihm direkt in die Augen gesehen hatte. Am 15. November fiel der erste Schnee. Das Thermometer zeigte minus zwei Grad, das Barometer fiel. Am Abend zuvor hatte Lars Tobias und Zwartmann in seinem Journal notiert, dass sie 21 Tage gearbeitet und drei Ruhetage eingelegt hatten. Er rechnete damit, am 1. Dezember die Vermessung der neuen Strecke des Fahrwassers beendet zu haben. Anschließend würde die Blender Kurs auf Gamleby Wicken nehmen, wo ein kleineres Gebiet vermessen werden sollte. Der Marinestab hatte sie jedoch vorgewarnt, dass diese Etappe bis zum Neujahr 1915 verschoben werden könnte. Lars Tobias und Zwartmann und seine Leute sollten in diesem Fall zunächst nach Stockholm zurückkehren. Noch immer war er im Zweifel, ob die gesamte Strecke von Halscher nach Westen abgekürzt werden könnte. Es gab ein Gebiet, das ihn beunruhigte. Es war eine schlecht kartierte Strecke, bei der es Hinweise auf dramatische Unregelmäßigkeiten am Meeresgrund gab. Er kroch in seine Koje, blies die Petroleumlampe aus und grübelte, warum er immer noch keinen Brief von seiner Frau bekommen hatte. Auch etwas anderes ging ihm nicht mehr aus dem Sinn. Es waren jetzt 14 Tage vergangen, seit er der Frau auf Halscher begegnet war. Der Wunsch war in eine Jolle geklettert und hatte sich auf den Weg gemacht. Im letzten Moment hatte er sich jedoch anders überlegt. Die Verlockung war groß, aber es war verboten. Er hätte hineilen mögen, aber er hatte nicht den Mut. Der Schnee fiel unentwegt und wurde immer dichter. Das Meer war still, bleigrau. Die schwarzen Wolken schlichen über ihren Köpfen dahin. Kurz nach 10 meldete Ingenieur Wehlander, dass sie auf eine Erhöhung gestoßen waren. Im Abstand von 20 Metern verringerte sich die Tiefe von 63 Meter auf 19. Es schien, als hätten sie eine Felswand gefunden, die sich unsichtbar unter der Meeresoberfläche erhob. Lars Tobias Sons Wartmann versenkte sein eigenes Lot. Bei der letzten Messung 10 Meter achter aus hatte er bei 52 Metern den Doch das Lot blieb bei 17 Metern stehen. Was er gefürchtet hatte, war eingetroffen. Sie waren auf einen Unterwasserbuckel gestoßen, der noch nicht kartiert war. Statt entlang der eingeschlagenen Linie fortzufahren, verlangte Ermessungen quer zum bisherigen Kurs der Wackassen. Sie mussten herausfinden, ob es ein langgestreckter Felsrücken war oder nur ein begrenzter steinerner Hügel. Sie maßen in Intervallen von drei Metern und riefen einander die Ergebnisse zu. Wlander trug die Werte 19, 16, 15 ein, dann plötzlich sieben Meter, danach nochmals sieben, dann vier und einen weiteren Sprung bis auf zwei Meter. Die Tiefe pendelte auf einer Strecke von 100 Metern zwischen zwei und drei Metern. Lars Tobias und Zwartmann erzielte dieselben Ergebnisse. Es handelte sich um eine nicht unbedeutende sie waren auf eine Untiefe gestoßen, die aus irgendeinem Grund nie richtig kartiert worden war. Der Schneefall hatte sich weiter verdichtet. Er war irgendwie enttäuscht. Das Meer hatte ihn hereingelegt. Er rief WLAN dazu, die Arbeit für den Tag abzubrechen. Die durchnässten Matrosen wurden wieder munter. Einer gähnte laut, als er sein Ruder anpackte. Gelb-grüner Rotz ran ihm aus der Nase. Lars Tobias und Zwartmann stand heftig auf und schlug ihm mit dem Kartenfuteral ins Gesicht. Der Matrose blutete sofort aus der gesprungenen Oberlippe. Das Ganze ging so schnell, dass niemand reagieren konnte. Die Schwäche, dachte er, jetzt habe ich mich erreichbar gemacht. Ich habe die Kontrolle verloren. Die Matrosen ruderten weiter. Er selbst saß da, den Blick auf Halscher gerichtet. Niemand sagte etwas. Beim Abendessen erzählte er Leutnant Jakobsen von dem unsichtbaren Felsrücken. Was werden die Folgen sein, fragte Leutnant Jakobsen. Es wird mir gelingen, das Fahrwasser durch die inneren Scheren zu ziehen, aber nicht in dem Umfang, wie ich es erhofft hatte. Es ist also kein Scheitern auf der ganzen Linie? Er ging dazu über, von der anderen Sache zu sprechen, die vorgefallen war. Ich habe heute einen Matrosen zurecht gewiesen, es war notwendig. Er ruderte nicht so, wie er sollte. Ich habe ihn mit dem Kartenfutteral geschlagen. Leutnant Jakobsen war natürlich bereits informiert. Er lächelte. Die Mannschaft muss selbstverständlich bestraft werden, wenn sich den Befehlen widersetzt oder ihre Aufgaben vernachlässigt. Ich muss jedoch die Frage stellen, was es heißt, nicht so zu rudern, trachtete ihn nachdenklich. Ich hätte nicht gedacht, Fahrwasser eine so persönliche Angelegenheit werden könnte, sagte er. Lars Tobias und Zwartmann beendete die Mahlzeit und verließ die Messe. An Deck blieb er stehen und blickte ihn über nach Hallscher, das sich in der Dunkelheit verbarg. Er versuchte sich vorzustellen, wie Sarah Friedrichas Mann aussah und ob es Kinder in der grauen Karte gab. Es schneite nicht mehr. Er setzte sich in seiner Kajüte an den Tisch, zündete die Petroleumlampe an und versuchte seiner Enttäuschung Herr zu werden. Er hatte einen Fehler begangen, er hatte einen Triumph vorweggenommen. Er war überzeugt gewesen, dass es ihm gelingen würde, einen Bogen auf der Seekarte zu einer Graden zu machen, den Kriegsschiffen besseren Schutz zu Obwohl er aus Erfahrung wusste, dass ein Fahrwasser wie eine unsichtbare Hindernisbahn war, hatte er sich verleiten lassen, mit allzu großer Sicherheit aufzutreten. Er hatte eine große Sünde begangen. Er hatte sich verschätzt. Die Petroleumlampe begann zu qualmen. Während er die Flamme regulierte, tauchte ein Erinnerungsbild auf. Sein Vater hatte einen seiner schlimmsten Wutausbrüche bekommen, als zu Tisch gekommen war, weil er sich in der Uhrzeit verschätzt hatte. Mit einem Brüllen hatte sein Vater ihm eine Ohrfeige verpasst und ihn ohne Essen ins Bett geschickt. Zu spät kommen hieß, die Zeit der anderen Menschen zu entweihen. Das Schätzen konnte ein lustiges Spiel sein, aber keine Art, sich zum Abendessen oder zu anderen ernsthaften Gegebenheiten zu verhalten. Beispielsweise für Kontrollen der Tiefe in geheimen Fahrwassern verantwortlich zu sein. Er streckte sich in der Koje aus. Dann dachte er an den Matrosen, den er geschlagen hatte. Was wußte er von ihm? Er war 19, kam aus dem Landesinnern, aus Wimmerby, hieß Mats Lindegren. Das war alles. Der Junge sprach einen fast unverständlichen Dialekt, er roch nach Schweiß und wirkte ängstlich. Ein unbedeutender Mensch mit einem bleichen, pickligen Gesicht, außerdem unnatürlich mager. In der Dunkelheit ahnte Lars Tobias Sons Wartmann plötzlich, warum er sich nicht hatte beherrschen können. Der gähnende Matrose mit dem klebrigen Rotz hatte Ähnlichkeit mit dem toten Matrosen Richter, den man ein paar Wochen zuvor aus dem Meer gezogen hatte. Die Gleichgültigkeit und die Tatsache, dass sie auf einem mächtigen Unterwasserrücken gestoßen waren, sodass seine allzu hochfliegenden Pläne zunichte gemacht waren, hatten ihn die Kontrolle verlieren lassen. Er schloss die Augen und dachte an seine Frau. Sie kam ihm in der Dunkelheit entgegen. Es wurde langsam ganz ruhig in ihm. Die Kajüte fühlte sich mit einem süßlichen Duft und schließlich gelang es ihm einzuschlafen. Sie folgte ihm in den Schlaf. Es war das Jahr 1905. Sie hatten gerade geheiratet und waren auf Hochzeitsreise in Christiania. Der Streit um das Sein oder Nichtsein der Schwedisch-Norwegischen Union befand sich in seiner hitzigsten Phase und er hatte ahnungslos den Fehler begangen, in Uniform mit ihr über den Karl-Johan-Bulvar zu spazieren. Ungefähr in Höhe der Universität hatte ihm jemand nachgerufen Schwedenteufel geh heim! Aber als er sich umgedreht hatte, war der Sprecher nicht zu erkennen, nur Menschen, die das Gesicht abwandten. Sie wohnten im Grand Hotel und er war sofort dorthin zurückgekehrt. Christina Tacker war so erschrocken, dass sie die Stadt hatte verlassen wollen, aber er hatte sich geweigert. Er hatte sich Zivilkleidung angezogen, sie waren wieder hinausgegangen und niemand hatte ihn nachgerufen. Soweit war der Traum deutlich. Ein Erinnerungsalbum, das Seite für Seite aufgeblättert wurde. Dann verwandelte sich rasch alles in ein Chaos. Bei einem Volksauflauf auf Bigdö verlieren sie einander, gleich darauf sieht er sie mit einem anderen Mann. Er versucht den Mann von ihr weg zu reißen, aber der Mann ist tot und befindet sich in Verwesung, der Gestank ist fürchterlich. Dann ist plötzlich alles wieder am Ausgangspunkt. Sie spazieren den Karl-Johan-Bulvar entlang, sie sprechen über alltägliche Dinge, sie drückt seinen Arm und dann wird das Bild ganz weiß, konturlos, ohne Inhalt oder Bedeutung. Als er aufwachte, versuchte er den Traum zu deuten. Er hatte ihn mit einer weißen Oberfläche enden lassen, er selbst hatte Christine ausgelöscht. Er lag mit offenen Augen da, und in der Dunkelheit, im Gegenteil zur weißen Fläche des Traums, entschloss er sich, am Morgen nach Halscher zu rudern. Er musste es tun, ganz einfach so, nichts anderes. Er hatte keine Wahl. Das Meer war in Nebel gehüllt, als er nach Halscher ruderte. Ungefähr auf halbem Weg war die Blender zu einem dunklen Schatten in all dem Weißen verschwommen. Er dachte, Bote des Nebels gewesen sein könnte. Er ruhte auf den Rudern und lauschte. Ein paar Matrosen hatten den Auftrag erhalten, Rost abzuschlagen. Die Schläge von Meißeln und Hämmern prallten durch den Nebel. Es bestand keine Gefahr, dass er sich verirrte, er konnte sich an den Geräuschen orientieren. Er zählte die Ruderschläge und als er sich umdrehte, war er nahe an Land. Er legte an wie zuvor, tastete sich über die Klippen zu dem schützenden Naturhafen vor und betrachtete die Jolle. Sie lag an derselben Stelle. Er setzte seinen Weg über die Klippen fort, rutschte aus und schnitt sich an einem scharfkantigen Stein. In einer Tasche hatte er ein Taschentuch, in das Christina Tacker seine Initialen gestickt hatte. Er presste es gegen die Hand, Rauch stieg aus dem Kamin auf. Im Schutz einiger Steinblöcke ließ er sich nieder und ließ den Feldstecher über das Haus, die Tür, die Wände, das Fenster schwenken. Das Einzige, was lebte, war der Rauch. Plötzlich kam eine schwarze Katze mit weißer Schnauze um die Ecke des Häuschens. Sie blieb stehen und schaute in seine Richtung. Er hielt den Atem an. Die Katze lief weiter und verschwand hinter ein paar Büschen. Die Tür ging auf. Sarah Frederica kam heraus. Sie hob ihren Rock und hockte sich hin. Ihre weißen Beine waren zu sehen. Einen Augenblick zögerte er, dann richtete er den Feldstecher auf sie. Gerade als sie sich aufrichtete, sah sie direkt in seine Augen. Mit einem Ruck setzte er den Feldstecher ab und schloss die Augen. Sie folgte dem Pfad hinunter in die Bucht, wo die Jolle lag, bog um einen Klippenabsatz und war weg. Er stand auf und lief schnell hinauf auf den Berg, von wo aus er Einblick in die Bucht hatte. Sie ruderte mit kräftigen Schlägen. Durch den Feldstecher konnte er sehen, dass sie den Rock über den Knien verknotet hatte und das Netze auf der Ducht lagen. Sie warf die Korkschwimmer über Bord und ließ das Netz hinab. Es ging schnell. Sie wusste, was sie tat. Die blonden Haare hingen ihr ins Gesicht, sie bließ sie weg, schüttelte den Kopf und klemmte sich eine lange Strähne in den Mundwinkel, damit sie nicht störte. Er setzte den Feldstecher ab. Es war merkwürdig, dass sie allein da draußen im Boot war. Er faßte einen raschen Entschluß. Es würde dauern, bis sie mit dem Netz fertig war und zurückkam. Er ging hinunter zur Karte. Die Tür war noch immer geschlossen, die Katze war verschwunden. Vorsichtig ging er hin und spähte durchs Fenster. Es war nur ein Zimmer mit einem Bett, einem Tisch und einem Stuhl zwischen den morschen Wänden. Es gab keine Spuren von ihrem Mann. Sie lebte allein hier. Sarah Frederica war allein auf der Schere. Der Nebel hatte sich eruderte so schnell, dass er schwitzte. Warum hatte er es so eilig? War er unterwegs, um etwas zu finden oder etwas zu verlieren? Spät nachmittags tauchte die Sphäre am Horizont auf. So gleich unterbrachen sie ihre Arbeit. Lars Tobias Swartmann kletterte über den Landungssteg, der zwischen den Schiffen ausgelegt worden war. Raake erwartete ihn mit aufgeknöpfter Uniformjacke. In der Hand hielt er einen Brief. Er sah sogleich, dass er von Christina Tacker war. Plötzlich war er überzeugt, dass sie ihm nicht schon früher geschrieben hatte, weil sie ihm untreu geworden war. Der Brief enthielt bestimmt das Bekenntnis, dass sie einen anderen gefunden hatte. Er saß lange mit dem Brief in der Hand da und hatte nicht den Mut, ihn zu öffnen. Der Brief enthielt nichts von dem, was er fürchtete. Christina fing damit an, sich zu entschuldigen, dass es mit dem Schreiben so lange gedauert habe. Sie sei einige Tage unpässlich gewesen. Und die Haushaltshilfe habe plötzlich gekündigt. Das hatte bedeutet, dass Christina sich an Frau Eber wenden musste, die eine Dienstbotenagentur unterhielt, um dann Bewerberinnen zu interviewen. Es habe Tage und Abende gebraucht, bevor sie ein Mädchen aus Ödeshög anstellen konnte. Sie hieß Anna, war 27 Jahre alt und Christina Tacker beschrieb sie als etwas mollig mit großen und dummen Augen, aber redlich und ehrlich im Auftreten. Zum Schluss sprach sie davon, wie sehr sie sich nach ihm sehne, von der leeren und verlassenen Wohnung, ihrer Angst vor dem Krieg und dass sie wünsche, er komme bald wieder nach Hause zurück. Er legte den Brief weg und schämte sich der Gedanken, die er gehabt hatte. Er hatte eine Frau, die ihm ihn nicht schrieb. Sie war wie eine ihrer Porzellanfiguren. Er dachte, es müsse Liebe sein, was er jetzt fühlte, die Spannung, die nachließ, das schlechte Gewissen und ihr Duft, der die enge Kajüte erfüllte. Er schrieb umgehend eine Antwort. Weder rührte er an den Vorfall mit Rudins Tod, noch kam der tote deutsche Soldat in seinem Brief vor. Er fürchtete, dass das ihre Besorgnis nur verstärken würde. Stattdessen schrieb er von seiner Einsamkeit und großen Sehnsucht. Er schrieb schön über das Meer. Und noch einmal, wie sehr er sich nach ihr sehne und dass er jede Nacht von ihr träum als er fertig war, sagte er sich, dass kein einziges Wort wahr war. Es waren lauter Erfindungen, leere Poesie, sonst nichts. Es war, als hätte sich etwas zwischen ihn und Christina Tacker gestellt. Er wusste, was es war, oder vielmehr wer. Es war sie, Sarah Friedrika, die allein auf Halsch erlebte. Es war, als stünde sie da in der Kajüte, den Rock bis über die Knie hoch gebunden. Er ging hinaus an Deck und schaute nach Halsch hinüber, das sich in der Dunkelheit verbarg. Dorthin war er unterwegs. Als er in der Morgendämmerung aufstand, kam ihm Leutnant Jakobson mit Ernst Samine entgegen. Er bat ihn, ihm zum Vorschiff zu folgen. Zwischen den großen Seilwinden lag Marine Ingenieur Wehlander. Er war mit Erbrochenem befleckt. Ein Gestank nach Schnaps ging von Sandweinflasche. Die Haare waren wirr, die Augen blut unterlaufen und als er versuchte aufzustehen, vermochte er nicht, das Gleichgewicht zu halten, sondern fiel zurück zwischen die Seilwinden. Leutnant Jakobson betrachtete ihn mit Widerwillen. Ich hatte schon den Verdacht, sagte er. Man hat es manchmal gerochen. Ich habe nur darauf gewartet, dass die Sache aufliegt. Wir lassen ihn vorerst hier liegen. Sie gingen zu Wehlanders Kajüte. Unter der Koje fand Leutnant Jakobson ein großes Lager von Flaschen, die meisten leer, einige noch ungeöffnet. Er überschlug rasch die Zahl. Marine Ingenieur Wehlander hat einen Liter Schnaps pro Trag getrunken, seit er an Bord ist. Nur ein schwerer Alkoholiker kann so viel trinken. Er hat seine Arbeit getan und sich nicht verraten, aber das geht nur bis zu einer gewissen Grenze. Heute Nacht hat er den Meridian des Alkoholikers überschritten. Er kümmert sich nicht um seinen Namen, seine Dienststellung oder seine Familie. Er kümmert sich nur um seine verdammten Flaschen. Das ist tragisch, aber nicht ungewöhnlich und sehr schwedisch. Sie kehrten an Deck zurück. Leutnant Jakobsen ordnete an, Wehlander in seine Kajüte zu tragen. Er muss natürlich umgehend das Schiff verlassen, sagte Leutnant Jakobsen. Ich werde das Kanonenboot Thule kommen lassen, das ihn an Land bringen wird. Aber wie lösen wir das Problem mit seiner Barkasse? Lars Tobias Sons Wartmann hatte schon angefangen, das Problem zu durchdenken. Es gab einen älteren Matrosen, Karl Hamberg, der für Wehlander ruderte. Er würde die Verantwortung übernehmen können, bis die Vermessung in diesem Gebiet abgeschlossen war. Leutnant Jakobsen hörte sich seinen Vorschlag an und war einverstanden. Spät Nachmittags steuerte die Thule von Sladebacken heran und holte Wehlander ab. Lars Tobias Sons Wartmann konnte hören, wie die Ruderer zufrieden knurrten. Sie verbargen nicht ihre Schadenfreude darüber, dass es einen Offizier getroffen hatte. Er würde Marine Ingenieur Wehlander nie wiedersehen. Der Gedanke machte ihm Angst. Ich werde nie lernen, Abschied zu nehmen, dachte er. Niemals. Jeder Abschied birgt eine Bedrohung. An diesem Abend zählte er rastlos sein Geld. Diese Gewohnheit hatte er von seinem Vater übernommen. Hugo Swardmann hatte zu den überraschendsten Zeiten über seinen schwarzen Notizbüchern gesessen, um seine Zahlungsfähigkeit und die Bewegung seiner Aktienpapiere zu kontrollieren. Hugo Swardmann hatte ein Vermögen hinterlassen. Als er 1912 gestorben war, belief sich der gesamte Wert auf 295.000 Kronen. Zum größten Teil waren es Rentenpapiere, Bankanleihen und Obligationen. Außerdem gab es ein Portfolio mit Industrieaktien. Er rechnete, kontrollierte, strich durch und fing von Neum an. Es war wie ein Fieber. Um zwei Uhr nachts fühlte er sich beruhigt. Die Unrast war gewichen. Die Mittel waren nicht nur da, sie waren gewachsen. Nach dem Tod des Vaters war das Vermögen auf über 300.000 Kronen angewachsen. Seit dem Kriegsausbruch erlebte die Börse ein Hoch. Er löschte die Lampe, nahm seine Schlafstellung ein, auf der linken Seite die Hände im Schritt geballt. Er war vollkommen ruhig. Am Tag darauf wieder nichts als Flaute und Nebel. Die Temperatur betrug zwei Grad über Null. Er erwachte mit einem Ruck und sah, dass es fünf Uhr war. Er blieb in seiner Koje liegen, bis es hell zu werden begann. Dann stand er auf und trank Kaffee beim Koch, der gerade das Frühstück vorbereitete. Danach kletterte er hinunter in die Jolle und stieß sich ab. Er bestimmte die Richtung und begann mit kräftigen Schlägen zu rudern. Als er die Schere erreicht hatte, konnte er zuerst nicht ausmachen, wo er sich befand. Vorsichtig ruderte er am Ufer entlang, hatte mehrmals Grundberührung und fand schließlich seinen gewohnten Anlegeplatz. Es war feucht und kalt und er fror. Die Jolle lag in der Bucht. An den Astgabeln und den grauen Stangen hingen tropfende Netze und er schloss daraus, dass sie die Netze schon an diesem Morgen eingeholt hatte. Er ging weiter und sah zum Haus hinunter. Zwischen den Felswänden waberte der Nebel. Sie war nackt mit den Füßen in einem Bottich und war ihm direkt zugewendet. Die nassen Haare hingen über ihre Brüste. Sie rieb sich rasch mit einem Waschlappen ab, bückte sich mit hastigen Bewegungen zum Wasser hinunter. Sarah Frederica stieg aus dem Bottich und hüllte sich in ein graues Leintuch. Lang rubbelte sie sich die Haare. Es war, als würde sie einen frisch geschrubbten Boden trocknen. Sie leerte den Bottich, zog sich an und ging ins Haus. Er lief gebückt den Pfad entlang und blieb erst stehen, als er sein Boot erreicht hatte. Er ruderte in den Nebel hinaus und hatte nur noch den Drang zu entkommen. Was fürchtete er? Er hatte keine Antwort. Im Nebel verfehlte er die Richtung und fand das Schiff nicht mehr. Es herrschte eine eigentümliche Stille. Er musste rufen und erst als er Antwort bekam, konnte er es ansteuern. Leutnant Jakobson stand mit seiner Pfeife am Fallreep und erwartete ihn. Sie machen ihre Morgen Expeditionen, sagte er. Jeder hat ein Recht auf sein Geheimnis. W. Lander hatte seins, ehe die Sache aufflog. Wann fliegt ihres auf? Lars Tobias und Zwartmann fragte sich, ob Leutnant Jakobson etwas wusste. Ich rudere nur hinaus in den Nebel, sagte er. Das kann sinnlos wirken, weckt aber den Körper und den Geist. Ich rudere mich in eine Bereitschaft hinein, meine Arbeit zu verrichten. Spät abends klopfte Leutnant Jakobson an seine Kajüte. Er zog sich rasch an und ging an Deck. Weit draußen auf See, am östlichen Horizont flackerte ein Feuerschein im Dunkel auf. Doch spielte sich eine für sie unsichtbare Seeschlacht ab. Wir haben über Funkberichte gehört, sagte Leutnant Jakobson. Die russischen und die deutschen kaiserlichen Flotten sind aufeinander gestoßen. Viele Menschen werden heute Nacht in Dampf und Feuer sterben, zerfetzt, ertrinkend. Der Feuerschein kam und ging. Er schlug zum Nachthimmel empor. Fernes Donnern und Druckwellen drangen bis zu ihnen. Lange standen sie da und betrachteten die Schlacht, die dort tobte. Keiner sagte etwas. Alle waren beklommen und stumm. Es verging eine Woche, ohne dass er wieder zur Schere ruderte. Seine Unruhe wuchs. Er wollte dorthin, hatte aber nicht den Mut. War sie zu nah oder war der Abstand zu groß? Am 27. November hatten sie den Punkt der Messungen erreicht, an dem die neue Strecke des Fahrwassers mit der Alten verbunden werden sollte. Lars Tobias Sons Wartmann bemerkte, dass das Barometer fiel. Die Langsamkeit des Wechsels konnte darauf hindeuten, dass kein größeres Unwetter im Anzug war, aber er hatte den Verdacht, dass sich das Wetter bald stark verschlechtern würde. Ein erster dramatischer Wintersturm war zu erwarten. Das war das Zeichen, auf das er gewartet hatte. Rasch packte er etwas Trockennahrung ein, begab sich zum Munitionsvorrat des Schiffs und entnahm ihm ein paar rote Leuchtraketen. Er rollte einen weiteren Pullover und warme Strümpfe in einen Ölmantel und legte das Paket in eine der Jollen. Als er von der Blenda wegruderte, frischte der Wind bereits auf. Er war davon überzeugt, dass ein nördlicher Sturm bereits in einer guten Stunde über sie hereinbrechen würde. Diesmal entschied er sich dafür, sein Boot in die schützende Bucht zu bringen. Die Segeljolle lag an ihrem Platz. Er steuerte seine Jolle an ihre Seite, zog sie zwischen den Steinen hoch und schlang die Fangleine um einen kräftigen Wacholderbusch. Es war kurz nach acht. Ein Augenblick der Windstille trat ein, dann schlug der Nordwind zu. Er wartete so lange in der Bucht, bis er sicher war, dass der Sturm anhalten würde. Dann kletterte er auf die höchste Spitze der Schere und feuerte eine Leuchtrakete ab. Nun würden sie auf der Blender wissen, dass er auf der Insel in Sicherheit war und dort bleiben würde, bis sich der Sturm gelegt hätte. Er eilte zurück zur Jolle, nahm das Paket und folgte dem Pfad hinauf zum Häuschen. Die Tür war geschlossen, Rauch stieg aus dem Kamin auf. Er setzte sich hinter seine Klippe und wartete auf den Regen. Er blieb sitzen, bis er richtig durchnässt war. Dann verließ er die Klippe. Sie öffnete die Tür. Als sie sein Gesicht erkannte, trat sie zur Seite. Sobald er im Haus war, hätte er sich umdrehen und davonrennen mögen. Es war, als wäre er in eine Falle geraten, die er sich selbst gestellt hatte. Was hat er dort zu suchen? Es ist eine Torheit, dachte er. Aber nach dieser Torheit habe ich mich gesehnt. Sie schob ihm einen und streckte die Hände zum Feuer aus. Stürme kommen immer unerwartet, entgegnete sie. Sie hielt ihr Gesicht in den Schatten, weg vom Feuer. Ich bin gerudert und habe es nicht zurück zum Schiff geschafft. Ich habe in der Bucht hier Schutz gesucht. Man wird glauben, dass sie ertrunken sind. Ich hatte eine Leuchtrakete bei mir und habe sie abgeschossen. So wissen sie, dass ich hier auf Halscher bin. Sie trug den grauen Rock. Die Haare waren nachlässig im Nacken zusammengebunden, dichte Strähnen fielen ihr über die Wangen. Als sie ihm eine Tasse hinhielt, hätte er sie packen mögen. Sie blieb immer noch im Schatten. Sie dürfen natürlich hier bleiben, sagte sie aus der Dunkelheit heraus. Bei diesem Wetter jage ich niemand hinaus. Aber alten Steuerliste habe ich gelesen, dass wir früher einmal Menschen gewohnt haben, sagte er, eine, vielleicht zwei Familien, die sich festgebissen hatten, dass das Leben aber schließlich zu hart wurde und die Bewohner die Schere verließen. Sie antwortete nicht. Der Wind rüttelte an den Wänden, die Hütte war morsch, obwohl er sah, dass sie versucht hatte, sie abzudichten. Plötzlich rückte sie aus der Dunkelheit heraus. Sie beugte sich vor und sah ihm direkt in die Augen. Daran war er nicht gewöhnt, seine Frau tat das nie. Er wich ihren Blick aus. Lars Tobias Sons Wartmann, sagte sie, sie sind ein Militär und tragen Uniform. Sie rudern im Unwetter herum, sie tragen einen Ring, sie sind verheiratet. Meine Frau ist tot. Er sagte das ganz selbstverständlich, nichts war gespreizt. Er hatte es nicht geplant, aber er war auch nicht überrascht von dem, was er sagte. Eine eingebildete Trauer wurde Wirklichkeit. Christina Tacker hatte nichts in diesem Häuschen zu suchen. Meine Frau Christina ist tot, wiederholte er, und dachte, es klinge immer noch so, als ob er die Wahrheit sagte. Sie ist vor zwei Jahren gestorben, es zu lassen. Sie sollte ein Kind bei sich haben, eine Tochter. Wie sollte er sie nennen? Sie musste einen Namen haben, der ihrer würdig war. Laura sollte sie heißen. So hatte die Schwester von Christina Tacker geheißen, die jung und von Tuberkulose hustend gestorben war, Laura Amalia Tacker. Wir befanden uns auf einer Reise in Schone mit unserer Tochter, sie war sechs Jahre alt. Meine Frau stolperte draußen am Steilhang und stieß dabei unsere Tochter an. Ich schaffte es nicht bis hin und sie stürzten ab. Ihre Schreie werde ich niemals vergessen. Meine Frau brach sich beim Sturz das Genick, eine scharfe Felsspitze drang tief in den Kopf meiner Tochter ein. Sie lebte noch, bis man sie aus dem Abgrund hochgeholt hatte. Sie sah mich an, als würde man erträgt das, was man ertragen muss. Sie legte ein paar abgebrochene Zweige in den Kamin. Das Feuer holte Kraft aus dem feuchten Holz. Er sah jetzt ihr Gesicht. Die Augen waren weniger wachsam. Er dachte, es sei sehr einfach, seine Frau und seine Tochter zu töten. Der Sturm rüttelte an den Wänden der Hütte. Ihre Gespräche waren kurz. Obwohl er sich die ganze Zeit in dem engen Raum in der Nähe befand, war es, als würde der Abstand sich vergrößern. Spät am Nachmittag stand sie auf und verließ das Haus. Er schaute sich im Zimmer um. Das Feuer duftete nach Wacholder. Die Flammen warfen ihren Schein an die Wände. In dem Zimmer befand sich eine niedrige Tür, die geschlossen war. Er ging hinüber und Ecke, ein noch nicht fertig geknüpftes Heringnetz hing an einer Wand. In dem großen Zimmer gab es einen Eckschrank undicht mit rostigen Angeln. Er drückte die Hand gegen den Schrankrahmen und öffnete die Tür. Auf dem einzigen Brett gab es zwei Gegenstände, ein Gesangbuch und eine Pfeife. Er nahm sie zwischen die Finger und roch daran. Sie war offenbar lange nicht benutzt worden. Die Kohle von dem verbrannten Tabak im Pfeifenkopf war hart geworden. Er legte die Pfeife wieder hin, schaute auf das Gesangbuch und schloss dann die Schranktür. Er hockte sich hin und tastete mit den Fingern unter dem Bett. Da war ein altmodisches Gewehr. Er drückte das Gesicht auf das Kissen und versuchte ihren Duft zu spüren. Das Einsamkeit, dachte er, das ist ihr Duft. Der Gedanke erregte ihn. Es hatte ein Mann in dem Haus gegeben. Vielleicht gab es ihn noch? Vielleicht befand er sich auf einer Fischhandelsfahrt. Der Sturm schlug immer noch gegen die Wände. Er versuchte, den Mann vor sich zu sehen, konnte aber kein Gesicht hervorrufen. Die Tür wurde aufgerissen. Sarah Frederica war wieder da. Der kalte Wind fegte ins Zimmer. Ich habe nach den Booten geschaut, sagte sie. Das Feuer war erneut aufgeflammt. Er konnte sie deutlich sehen. In ihm machte sich ein Gefühl breit, dass er nicht näher bestimmen konnte. Irgendwie fühlte er sich hereingelegt, betrogen. Die Stummelpfeife im Schrank gehörte jemandem, der in diesem Haus gewesen war, der mit ihr das Bett geteilt hatte und vielleicht zurückkommen würde. Er schaute sie an, wie er den verrottsten Matrosen angesehen hatte. Er hätte sie schlagen mögen. Rasch rückte er den Hocker zurück, um zu vermeiden, dass es geschah. Um etwas zu sagen, fragte er, haben sie keine Tiere? Ich glaube, ich habe eine Katze mit blaugrauem Fell gesehen. Hier gibt es keine Tiere. Nicht einmal eine Katze? Es gibt keine Katze. Ich weiß, was es auf der Schere gibt. Zwei Kreuzottern gibt es hier, ein Männchen und ein Weibchen. Im Frühjahr schlage ich die Jungen tot. Einen Fuchs hat es auch einmal gegeben. Sie deutete auf ein Fell, das auf der Bank lag. Ist er hierher geschwommen? Manchmal sind die Winter so kalt und lang, dass es hier draußen friert und noch weiter bis zu den äußersten Heringsgründen. Da kam der Fuchs. Als das Eis brach, blieb er da. Ich habe ihn durch die Tür erschossen, als er nach etwas zu fressen suchte. Er hatte Tang und Steinscherben im Magen. Ich glaube, er wurde verrückt und begann Steine zu kauen, um davon zu kommen. Es ist bestimmt schwieriger für einen Fuchs als für einen Menschen allein zu sein. Aber es ist vielleicht leichter für die Tiere, sich ums Leben zu bringen. Warum? fragte er erstaunt. Sie haben keinen Gott zu fürchten wie ich. Er hoffte, sie würde anfangen, von sich selbst zu erzählen. Die Schlangen und Füchse interessierten ihn nicht. Vorsichtig versuchte er eine Antwort auf das zu bekommen, was er eigentlich wissen wollte. Gibt es noch andere Menschen hier auf der Schere? Nicht mehr, es gab welche. Das ist schwer zu verstehen. Was zu verstehen, dass jemand zurück bleibt? Ich bin geblieben, aber nach mir wird hier niemand mehr sein. Wenn ich die Schere verlasse, wird sie wieder so werden, wie sie war. Die Schlangen werden ihre Ruhe haben. Vielleicht vermehren sie sich so, dass keine Ich bin an Menschen nicht gewöhnt, sagte sie. Nicht, seit ich allein zurück geblieben bin. Warum wohnen sie allein hier? Gibt es mehr als eine Antwort? Entweder sie haben es gewählt oder sie haben es nicht getan. Wer würde die Einsamkeit wählen? Es gibt Menschen, die das tun. Das verstehe ich nicht. Ich bin 27 Jahre alt und mich kann nichts mehr erschrecken. Ich würde was geschehen ist. Ein Windstoß ließ das ganze Haus erzittern. Irgendwann kann er es einfach einstürzen, schrie sie in einem plötzlichen Ausbruch. Ich lasse es um mich herum rasen. Sie redete weiter in langen Sätzen. Sie formulierte sorgfältig, wie nur jemand es tut, der viel mit sich selbst spricht. Der Mann, der seine Pfeife hinterlassen hatte, hieß Nils Ferdinand Mann gewesen. Die Geschichte hatte einige Jahre zuvor begonnen, als sie als frisch verheiratete bei ihrem Verwandten Axel Theodor Homerus Lundberg als Dienstboten erarbeiteten. Sie hatten sich bei Lundberg nicht wohl gefühlt. Er war geizig und bösartig. Sie hielten es ein Jahr lang aus, bis sie im Zorn kündigten und auf einer der Inseln in der Tormulebucht landeten. Es war ein miserabler Pachthof, aber es gab dort wenigstens niemanden, der nach ihnen brüllte. Dort blieben sie ein weiteres Jahr, ehe sie erfuhren, dass ein Nachts. Sie waren an einem kühlen Sonntag im März hingesegelt. Es war ein strenger Winter und das Eis hatte seinen Griff noch kaum gelockert. Aber sie kam hinaus auf die Schere und obwohl das häuschen in einem erbärmlichen Zustand gewesen war, hatten sie nicht gezögert. Ihr Mann hatte gesagt, Häuser konnte man abdichten, Heringsnetze flicken und ausbessern, aber niemand konnte einem Großbauern das Maul stopfen, wenn er brüllte und schrie. Sie zogen im Sommer hinaus, renovierten das Haus und bereiteten sich auf das vor, was kommen würde, auf den Herbst, den Winter, das Eis, die Einsamkeit. Der Herbst kam im September. Der erste Sturm war ganz unerwartet. Er zog mitten in der Nacht von Osten auf und es war der reine Zufall, dass sie keine Heringsnetze im Wasser hatten. Im November rutschte eins von den Schafen auf einer Klippe aus und brach sich ein Bein. Sie hatten zwei Schafe. Das andere Schaf legte sich hin und starb. Und nun waren sie noch einsamer. Im Dezember am Morgen des Weihnachtstags, ein halbes Jahr nach ihrer Ankunft auf Hallscher trat die Katastrophe ein. Sie hatten kurz vor Weihnachten Heringsnetze ausgelegt, als das Wetter kalt und klar war und nur eine leichte Brise von Süden wehte. Die Netze lagen bei zwei Gründen nicht allzu tief, so dass es nicht so vieler Senksteine bedurfte, um sie an ihrem Platz zu halten. Gerade dort hatten sie seit Anfang Dezember gute Fänge gemacht. Da die Gründe keinen Namen besaßen, hatte Nils Ferdinand zum Scherz den einen auf Sarah Stein getauft, den anderen auf Frederikas Grund. In der Nacht zum 25. Dezember kam der Sturm. Er kam aus Süden. Er fiel über sie her, mit dichtem Schneegestöber als Vorhut. In der Morgendämmerung sahen sie, dass sie die Netze verlieren würden, wenn sie nicht hinausfuhren, eins der Netze zu bergen. Da schlug eine Welle über Steuerbord herein und brachte das Boot zum Kentern. Als Sarah Frederika gelang, aus der treibenden Kiste herauszukommen, sah sie ihren Mann. Er hatte sich in dem Netz verstrickt, das er zu bergen versuchte. Es war wie ein Meeresungeheuer, das sich um ihn schlang. Er zappelte und schrie, wurde aber hinabgezogen und sie konnte nichts anderes tun, als mit Hilfe eines Ruders und der Ducht, die abgebrochen war, an Land zu paddeln und halb erfroren zum Haus hinauf zu kriechen. Das war ihre Geschichte. Sie hatte sie aus ihrem Innern herausgehauen, als bearbehte sie mit gewaltigen Schlägen einen Steinblock. Einen Steinblock? Einen Grabstein für ihren Mann. Mehr sagte sie nicht. Es hatte zu dämmern Er saß auf seinem Hocker und sah zu, wie sie eine Suppe kochte. Sie aßen schweigend. Lars Tobias Sons Wartmann dachte, es muss sein, als starrte man direkt in die Hölle hinein. Einen Menschen, den man liebt, schreiend sterben zu sehen. Nachts lag er auf dem Boden neben dem Kamin. Seine Bettstatt bestand aus dem Fell des verrückten Fuchses, aus Flickenteppichen und Robbenfällen. Unter dem Kopf hatte er ein paar Holzscheite mit seinem Pullover als Überzug. Er breitete den Ölmantel über sich aus und fürchtete, der Zug vom Boden her würde ihn krank machen. Sie hatte ihm das Bett angeboten. In einem schwindelerregenden Augenblick hatte er geglaubt, sie wolle es mit ihm teilen. Ahnte sie vielleicht seinen Gedanken? Das konnte er nicht erraten. Sie schob ihre Haare aus dem Gesicht und fragte noch einmal. Er schüttelte den Kopf. Er konnte auf dem Boden schlafen. Sie rollte sich in eine dicke Decke, die wahrscheinlich mit den Daunen von Vögeln gefüllt war, die sie selbst geschossen hatte. Sie drehte ihm den Rücken zu. Ihr Atem wurde tiefer, sie schlief. Ich stelle keine Gefahr für sie dar, dachte er. Ich bedeute keine Verlockung, überhaupt nichts. Er dachte an seine Frau, wie sie sich in den warmen Räumen in der Wallingot bewegte. Vermutlich war sie noch wach. Abends ging sie gewöhnlich noch einmal durch die Zimmer und strich mit den Fingern über die schweren Vorhänge am Fenster, rückte Tischtücher zurecht, glättete eine Falte in einem Teppich. Er suchte nach Abstand. Ihm war es lebenswichtig zu kontrollieren, wo er sich in der Beziehung zu anderen Menschen befand. Seine Frau suchte nach Unregelmäßigkeiten, um sie zu beseitigen. Ihm fiel es plötzlich schwer, ihr Gesicht in der Dunkelheit vor sich zu sehen. Es lag im Dunkel der Erinnerung. Er konnte sie nicht erreichen. Ich liebe meine Frau, flüsterte er leise, aber auch die Frau, die in dem Bett ganz nahe bei mir schläft. Oder jedenfalls begehre ich sie und empfinde Eifersucht auf den Mann, der schreiend starb, verstrickt ihn ein Heringsnetz. Ich hasse die verdammte Pfeife, die sie in ihrem Schrank versteckt. Wieder war da die Versuchung, zu ihr ins Bett zu kriechen. Vielleicht war es das, worauf sie gewartet hatte, als sie die Felle auf dem Boden ausbreitete. Vielleicht erwartete ihn etwas in diesem morschen Häuschen, was er sich nie hätte vorstellen können. Mit Entsetzen dachte er an seine und Christina Tackers Hochzeitsnacht. Sie hatten sie im Hotel verbracht, in einer der Sweetness Grand Hotel, die Christina Tackers reicher Vater bezahlt hatte. In der Dunkelheit hatten sie nacheinander getastet und versuchte Angst vor dem, was sie erwartete, zu entfliehen. Im entscheidenden Moment war es ein Kampf gewesen, bei dem jeder seine Krallen ausfuhr. Und schließlich hatten sie sich jeder auf seine Seite des Betts geflüchtet, sie lautlos weinend, er verwundert. Aber sie hatten nach und nach zu einer Gemeinschaft gefunden, immer in der Dunkelheit, nicht besonders oft. Er lag wach und lauschte den Atemzügen von Sarah Friedrika. Er konnte hören, daß auch sie nicht schlief. Er stand auf, ging zu ihrem Bett hin und kroch hinein. Zu seiner Verwunderung nahm sie ihn entgegen, nackt, warm, weit offen. Für eine kurze Weile war es, als hätten alle Entfernungen aufgehört zu existieren. Als er am nächsten Morgen die Augen aufschlug, hörte er, daß der Sturm sich schon gelegt hatte. Sarah Fredrikas Bett war leer. Sie mußte sich völlig lautlos bewegen können. Er schlief meistens leicht und wachte immer auf, wenn seine Frau aus dem Bett stieg. Aber als Sarah Fredrika hinausging, hatte er nichts gehört. Es war kalt im Zimmer. Die Glut war längst erloschen. Plötzlich war er von Christina Tackers Duft umgeben. Er wollte, daß sie ihn nie verlassen, sich nie heimlich einem anderen Mann nähern sollte. Der Fußboden war kalt. Er stand auf, zog seine Stiefel in Pullover und die Jacke an und ging hinaus. Der Wind fuhr noch hin und wieder zwischen den Klippen hindurch. Er sah sich um, ohne sie zu entdecken. Dann ging er hinunter in die Bucht, wo die Boote lagen. Kurz vorher bog er vom Pfad ab und schlich sich zu einem dichten Schlehen geströpp. Sie saß hinten in ihrem Boot und schöpfte mit einem Holz Bottich Wasser. Den Rock hatte sie über den Knien zusammen gebunden, eine ihrer langen Haarsträhnen hatte sie sich in den Mundwinkel geklemmt. Er sah sie an und taufte sie in Gedanken auf Sarah Frederica Christina. Aber er konnte sie nicht in den stillen Räumen der Wohnung auf der Wallingotter sehen. Er konnte sie nicht in einem langen Rock sehen, mit schmalen Fingern die Porzellanfiguren umstellend. Sie nicht in sein Leben einfügen zu können, regte ihn derart auf, dass er zu keuchen begann. Er zog sich aus dem Gebüsch zurück und lief hinauf zu einer Klippe. Er dachte an das, was er ihr am Vorabend erzählt hatte, von der Frau angelogen hatte, war ihm stets übel geworden, oder er hatte Durchfall bekommen. Aber jetzt Christina das Leben genommen zu haben, ohne dass sie es wusste, war wie ein eigentümlicher Triumph. Er stieg wieder hinunter zum Pfad, trat fest mit den Stiefeln auf die Steine, weil er sie nicht überraschen wollte. Als er ankam, merkte er plötzlich, wie schmutzig ihr Rock war. Er sah, wie schmuddelig und klebrig von Fett und Meersalz ihre Haare waren. Die Hände waren schwarz, sie hatte dunkle Streifen am Hals. Als er sich ihr näherte, nahm er auch wahr, dass sie nach allem roch, was ungewaschen war, nach Schweiß und Urin. Warum hatte er es nicht im Haus bemerkt? Warum jetzt, hier draußen? Das war kein langes Unwetter, sagte sie fröhlich. Der Sturm war ungeduldig. Es heißt, dass es drei Tage lang stürmen soll, sagte er. Drei Tage, damit der Sturm sich als Sieger ausrufen kann. Ich rede Blödsinn, dachte er. Jetzt kannst du nach Hause rudern, sagte sie. Er streckte ihr die Hand hin. Sie zögerte, bevor sie sie nahm. Dann zuckte sie zusammen und zog ihre Hand rasch zurück. Sie ging hinauf zum Haus und holte seinen Ölmantel. Er machte die Fangleine los, das Boot schrammte über die Steine und er sprang hinein. Es gibt immer noch eine Möglichkeit, dachte er. Einen Augenblick, in dem sich alles verändern wird. Ich kann ihr gestehen, dass das, was ich gestern gesagt habe, eine Lüge war. Aber er sagte natürlich nichts. Sie blieb am Strand wegruderte oder ob er nur einen Umweg nahm. Die Tage wurden kürzer, dunkler, die See wurde immer unruhiger. Lars Tobias und Zwartmann setzte das Wort Kapitel in seinen privaten Aufzeichnungen über die verschiedenen Etappen der Seevermessungsaufträge. Der Auftrag hatte bisher unter einem glücklichen Stern gestanden. Abgesehen von dem unerwarteten Felsrücken waren die Vermessungen erstaunlich gut verlaufen. Es gab jedoch etwas, was Lars Tobias Sond Zwartmann beunruhigte. Als er nach dem Sturm zum Schiff zurückgekehrt war, hatte Leutnant Jakobson seinen Unmut über die Abwesenheit nicht verborgen. Er war sichtlich unwirsch, grüßte kaum und stellte keine Fragen über die Nacht auf der Schere. Lars Tobias Sond Zwartmann dachte zunächst, es sei eine vorübergehende Unpässlichkeit, die das barsche Auftreten des Kommandanten erkläre, aber sein Verhalten änderte sich nicht. Er versuchte vergebens die Ursache zu erraten. Leutnant Jakobson verschanzte sich hinter Wänden und saß bei den gemeinsamen Mahlzeiten stumm da. Der Dezember rückte näher. Lars Tobias Sond Zwartmann schrieb einen langen Brief an Christina Thacker. Drei Tage nach seiner Nacht auf Halsscher übergab er ihn zur Weiterbeförderung. Als er durchlas, was er geschrieben hatte, überkam ihn das Gefühl, ein Schweigen in den Umschlag gesteckt zu haben. Er schrieb über den Sturm, aber nichts über die Nacht auf der Schere. Er schrieb über das Leben auf dem Schiff, über das Essen und den Koch, den er lobte, und er schrieb freundliche Worte über Leutnant Jakobson, aber nichts davon war wahr. Und vor allem schrieb er nicht das, was er dachte. Er zeichnete Wasserstraßen für andere, damit sie sich erfahren konnten. Doch in sich selbst zeichnete er Karten, die in die Irre führten. Vier Tage bevor die Vermessungen bei Sandsenkern abgeschlossen werden sollten, roderte er wieder nach Halscher. Er wusste nicht, warum er sie wiedersehen wollte. Der Geruch nach Schweiß und Urin stand wie eine Barriere zwischen ihnen. Zugleich übte er eine Verlockung auf ihn aus. Er legte ihn der Bucht an. Die Netze hingen in Trocken Gestellen, sie waren feucht und rochen nach Fisch. Er öffnete die Klappe eines Fischkastens. In dem Kasten platschte und zappelte es. Er steckte die Hände hinein und fühlte die Schuppen der peitschenden Fische. Etwas stach in die Handfläche, eine Rückenflosse oder Zähne. Er zog die blutende Hand heraus. Die Wut schlug zu wie ein Reptil. Er kippte den Kasten um, ließ die Fische in die Freiheit entschlüpfen und ging davon. Er legte sich hinter den Klippen auf den Boden und spähte zum Haus hinüber. Es stieg kein Rauch aus dem Kamin auf, die Tür war geschlossen. Sie sah ihm starr in die Augen, wirkte sprungbereit. Warum liegst du hier? Was willst du? Was habe ich dir getan? Nichts. Ich habe dich gesucht, ich habe mich hierher gelegt und gewartet. Mit dem Feldstecher? Ja, ich studiere gern die Einzelheiten. Was habe ich getan? wiederholte sie. Nichts. Ich wollte dich nicht erschrecken. Du erschreckst mich nicht. Was sollte mich noch erschrecken nach allem, was ich mitgemacht habe? Plötzlich packte sie ihn am Arm. Hilf mir von ihr weg. Er sah, wie sich ihr Gesicht veränderte. Ich sterbe hier, sagte sie. Hilf mir hier weg. Lass mich auf dem Schiff mitfahren. Ich kann hier nicht länger leben. Ich kann dich nicht mit auf ein Kriegsschiff nehmen. Hast du keine Familie? Sie schüttelte erregt den Kopf. Meine Familie liegt da draußen in der Tiefe. Ich rodere herum und die Fische ernähren sich am Grabplatz meines Mannes. Manchmal glaube ich, dass Teile seines Körpers im Netz mit hochkommen könnten. Ein Arm, ein Fuß, ein Kopf. Ich halte den Gedanken nicht aus. Ich muss hier weg. Dabei kann ich dir wohl kaum helfen. Ihr Gesicht war dem Sein nahe. Es war wie in der Nacht. Alle Gerüche waren verschwunden. Ich will alles dafür tun, dass ich nicht hier bleiben muss. Sie tastete mit den Händen über seinen Körper. Er stieß sie berutsam von sich und stand auf. Ich komme zurück, sagte er. Ich muss mir das alles überlegen. Ich komme zurück. In ein paar Tagen. In drei Tagen, höchstens vier. Er ruderte von Halsch her fort und sah sie auf einer Klippe stehen und ihm mit dem Blick folgen. Vier Tage würde sie warten. Wenn der fünfte Tag kam, würde das Schiff schon fort sein. Er ruderte mit langen, saugenden Schlägen und sehnte sich nach Hause. Christina Tacker saß auf der Ducht und lächelte ihm zu. Der Auftrag wäre bald abgeschlossen. Am folgenden Tag nahm er die letzten Vermessungen vor. Zum letzten Mal ließ er sein Lot auf den Grund sinken. Wieder verspürte er die schwindelerregende Hoffnung, einen Punkt zu finden, wo es keinen Boden gab. Den Punkt, an dem sein ganzes Leben zugleich aber auch einen Sinn erhalten würde. Das Lot blieb bei 19 Metern stehen. Er machte die letzte Aufzeichnung. 5346 Male hatte er das Lot ins Wasser getaucht, seit sie mit ihrer Arbeit begonnen hatten. Sie ruderten zurück zur Blender. Leutnant Jakobsson stand mit seiner Pfeife in der Hand da. Nach wie vor war er stumm und abweisend. Lars Tobias und Zwartmann empfand Freude darüber, dass sie sich bald trennen würden, um sich nie mehr wiederzusehen. Er meldete, dass die Vermessungen abgeschlossen seien. Leutnant Jakobsson nickte, ohne etwas zu sagen. Dann zündete er die Pfeife an, sog den Rauch ein, hustete kurz und fiel mitten auf dem Deck um, als hätte ihn der harte Schlag einer unsichtbaren Faust getroffen. Der Erste, der reagierte, war Mats Lindegren. Er hockte sich hin, betastete mit den Fingerspitzen den Hals des Kommandanten. Dann erhob er sich und salutierte, ich glaube, Leutnant Jakobsson ist tot. Lars Tobias und Zwartmann betrachtete den Mann, der auf dem Rücken lag. Die Pfeife hielt er in der rechten Hand, der gebrochene Blick war auf einen Punkt über seinem Kopf gerichtet. Leutnant Jakobsson wurde in seine Kajüte getragen. Frieden übernahm das Kommando an Bord. Seine erste Handlung war, für den Marinestab in Stockholm eine Meldung über das Vorgefallene zu verfassen. Der Funker verschwand in seiner Kajüte, um die Mitteilung zu senden. Für einen Moment war Frieden mit Lars Tobias und Zwartmann allein. Beide waren erschüttert. Woran ist er gestorben? Frieden verzog das Gesicht. Schwer zu sagen, es ging schnell. Jakobsson war noch verhältnismäßig jung, er trank nicht mehr als andere, jedenfalls nicht wie ein besinnungsloses Schwein. Gelegentlich klagte er über Schmerzen im linken Arm. Das wird heute von einigen Ärzten als Symptom dafür gewertet, dass das Herz nicht ganz gesund ist. Die Art, wie er einfach umgefallen ist, kann auf einen großen Schlaganfall hindeuten. Entweder ist das Herz betroffen oder ein Blutgefäß im Kopf ist geplatzt. Lars Tobias Svartmann fuhr fort, den toten Mann zu betrachten. Es war der dritte Tote, den er in seinem Leben sah. Erst den Vater, dann den deutschen Matrosen und jetzt Leutnant Jakobsson. Der Tod ist stille, dachte er. Nicht sonst. Rasch verließ er die Kajüte. In dieser Nacht lag Lars Tobias Svartmann schlaflos da, obwohl er sein Lot umklammerte. Gegen Mitternacht stand er auf, zog sich an und ging hinaus an Deck. Der Auftrag war erfüllt, der Tod umgab ihn, auf einer Schere lebte eine Frau, die ihn aufwühlte, und er ersehnte und fürchtete zugleich das Wiedersehen mit seiner Frau. Er hatte die Tiefen des Meeres beim Leuchtturm von Sandsenkern vermessen, aber es war ihm nicht gelungen, seine Entdeckungen mit den Fahrwassern zu koordinieren, die er in sich trug. Das Schiff bewegte sich sacht auf der Dünung. Er machte einen Rundgang auf dem Schiff. Plötzlich stand er an der Tür zu Jakobsons Kajüte. Eine Laterne stand auf dem Tisch. Der Lichtschein schimmerte unter der Tür hervor. Jemand hatte Jakobsons Gesicht mit einem Taschentuch bedeckt. Lars Tobias und Zwartmann öffnete die Schublade der in der Wand verankerten Kommode. Darin lagen ein paar Notizbücher und eine gerahmte Fotografie. Sie zeigte eine Frau. Mit scheuen Augen sah sie den Fotografen an. Es war eine der schönsten Frauen, die er je gesehen hatte. Auf der Rückseite stand der Name Emma Liden. Er setzte sich auf den Stuhl und begann in den Notizbüchern zu blättern. Zu seinem Erstaunen entdeckte er, dass Jakobson parallel zum offiziellen Logbuch ein privates Tagebuch geführt hatte. Lars Tobias und Zwartmann warf einen Blick auf den Mann, dessen Gesicht von einem Taschentuch bedeckt war. Er blätterte zurück bis zu dem Datum, an dem er selbst zum ersten Mal an Bord gekommen war. Er brauchte eine Stunde, um zu Ende zu lesen. Die letzte Aufzeichnung hatte Jakobson nur ein paar Stunden vor seinem Ableben gemacht. Er hatte darüber nachgedacht, warum er in den letzten Tagen unter Verstopfung litt. Lars Tobias und Zwartmann war erschüttert. Der Mann, der sein Leben mit einer bekümmerten Bemerkung über seine schlechte Verdauung abschloss, war im Besitz gewaltiger Kräfte gewesen, in der Liebe wie im Hass. Emma Liden war seine heimliche Verlobte, aber sie war bereits an einen anderen Mann gebunden und hatte mehrere Kinder. Die Tagebücher waren voll von Aufzeichnungen über Briefe, die gewechselt und dann verbrannt wurden, über eine Liebe, die alle Grenzen überschreitet, aber nie etwas anderes werden kann als ein Traum. Der Satz »Am Morgen wieder weinend aufgewacht« kehrte in gleichmäßigen Abständen wieder. Lars Tobias und Zwartmann versuchte es vor sich zu sehen. Der Mann mit der Pfeife und der verkrüppelten Hand weinend in seiner Kajüte. Doch das Bild blieb nur ein drüber Dunst. Nie hätte er sich vorgestellt, dass Jakobs von ihn so intensiv hasste. Schon von dem Augenblick an, als er an Bord gekommen war, hatte Jakobs und ihn nicht gemocht. Auf diesen Mann werde ich mich nie verlassen können. Seine reservierte Haltung erscheint genauso falsch wie sein Lächeln. Ich habe einen Blender an Bord bekommen. Lars Tobias und Zwartmann hatte alle Tagebuch Schnitt gelesen, die seine Zeit an Bord betrafen. Jakobs nannte ihn nie beim Namen, bezeichnete ihn nur mit einem einzigen Wort, das tief Verachtung ausstrahlte, der Seevermesser. Jakobsen begründete seinen Widerwillen und seine Abscheu nicht. Lars Tobias und Zwartmann war einfach nur widerlich, ein verdammter Schlammtaucher, eingebildet und einfältig. Außerdem riecht er genau wie der Bodenschlamm. Er hat Schlamm im Maul. Er ist ein Mann, der Vermodert. Es war fast halb zwei, als er das letzte Tagebuch zuklappte. Eine angebrochene Flasche Cognac ragte aus einem Stiefel. Er zog den Korken heraus und trank. Er steckte die Flasche wieder in den Stiefel und verließ die Kajüte mit den Tagebüchern in der Hand. In seiner eigenen Kajüte nahm er das wasserdichte Futeral, das er für seine Vermessungsprotokolle benutzte und legte die Tagebücher zusammen mit einer Stahlkante des Helegatz hinein. Er ging hinaus an Deck zur Reling hin, wo keine der Nachtwachen ihn sehen konnte und ließ die Tagebücher mit dem Senker ins Wasser fallen. Am 2. Dezember blies eine steife Brise. Gegen 9 Uhr vormittags war die Sphere am Horizont aufgetaucht. Lars Tobias Sons Wartmann hatte seine Koffer gepackt und sich von den Offizieren verabschiedet. Fregattenkapitän Rake empfing ihn. Sie setzten sich. Kapitän Rake servierte Cognac, obgleich noch Vormittag war. Sie stießen an. All die Toten, sagte Kapitän Rake plötzlich. Auf dem Weg hier starb der Bootsmann Rudin. Dann habt ihr einen Kadaver in der Uniform der deutschen Marine herausgefischt. Und jetzt Leutnant Jakobson. War es das Herz? Das Herz oder das Gehirn? Rake nickte. Lars Tobias Sons Wartmann bemerkte, dass seine Hände zitterten. Es sind die kleinen unsichtbaren Blutgefäße, die unser schwächster Punkt sein können, sagte Rake. Wenn sie platzen, werden wir in einen freien Fall hinaus geschleudert, der uns zum Tod bringt oder zur Lähmung, langen und entsetzlichen Leiden. Er kniff die Augen zusammen und fixierte Lars Tobias Sons Wartmann. Was ist Ihre Schwäche? Sie brauchen natürlich nicht zu antworten, wenn Sie nicht wollen. Lars Tobias Sons Wartmann dachte, dass seine Schwäche eine Frau war, die allein auf einer Schere lebte, etwa eine halbe Seemeile südlich vom Panzerschiff. Aber er sagte nichts. Ich habe viele Schwächen, Meine Frage war nur zum Teil ernst gemeint. Rake öffnete ihm die Tür und lud ihn zu einem Essen am Abend ein. Er kehrte in seine Kajüte zurück und streckte sich auf seiner Koje aus. Bald war er eingeschlafen. Eine Stunde später erwachte er mit einem Ruck. Ein Geräusch verkündete, dass der Anker mit der Kette an Bord gezogen wurde. Er ging an Deck, Er kniff die Augen zusammen und suchte mit dem Blick nach Hallscher, konnte aber keine Einzelheiten ausmachen. Es gibt etwas, was ich nicht begreife, dachte er. Eine Warnung. Gerade jetzt begehe ich einen Fehler, ohne dass ich weiß, welchen. Hallscher verschwand langsam im Dunst. Fregattenkapitän Rake verabschiedete sich von ihm, nachdem das Schiff festgemacht hatte. Ein Matrose trug bereits sein Gepäck auf den Kai und winkte einen Mann mit einem Karren zu sich. Lars, Tobias und Zwartmann gingen den Landungssteg hinunter. Er tat ein paar unsichere Schritte, schwankte. Auf einem Schiff war er es, der die Balance halten musste. An Land hatte die Erde unter seinen Füßen die Verantwortung dafür, dass er nicht hinfiel. Er nahm nicht den geraden Weg nach Hause. Etwas von der Trägheit des großen Schiffs, die Geschwindigkeit langsam zu drosseln, ohne übertriebener Eile einen großen Kurswechsel vorzunehmen, steckte auch in ihm. Er konnte nicht zu früh durch die Tür der Wohnung in der Walling Gorta treten. Er ging zu einem einfachen Lokal mit Bier aus Schank. Es war früh am Tag, aber er kannte die Wirtin. Sie hieß Sally Anderson. Bei ihr konnte er um sechs Uhr morgens ankommen und sich einen Rausch antrinken, wenn er wollte. Sally Anderson sah ihn kommen. Ich habe dich lange nicht gesehen. Es muss eine lange Reise gewesen sein, sagte sie und stellte ihm wie üblich ein Glas Bier mit einem Schnaps hin. Obwohl es zwei Kellnerinnen gab, kümmerte sich Sally Anderson immer persönlich um ihn. Sie gab ihm das zu trinken, was er brauchte. Niemals mehr. Und sie war es auch, die schließlich sagte, du bist am Ziel, jetzt kannst du nach Hause gehen. An diesem Morgen gab sie ihm verdünnten Brandwein und Bier zu trinken und drängte ihm ein paar Scheiben Brot mit viel Butter und dickem Schinken Belag auf. Er trank schnell. Bereits nach einer halben Stunde war er betrunken. Sally Anderson Er suchte in seinem trunkenen Gehirn nach einer Antwort. Feuerschein, sagte er schließlich. Ich fragte, wie nah der Krieg ist, nicht wie er aussieht. Er deutete auf seine Stirn. Hier drinnen, sagte er, so nah ist der Krieg. Dass ein so kluger Mann aber auch so einen Mist verzapfen kann, sagte sie und schüttelte den Kopf. Er legte das Geld auf den Tisch. Auf der Straße stolperte er. Er ging um den Block und blieb in der Walling Gortan der Haustür stehen. Der Mann, der das Gepäck bewachen sollte, war in einem Wagenrad lehnend eingeschlafen. Lars Tobias Sons Wartmann gab ihn einen Tritt. Der Mann fuhr auf und lud das Gepäck aus. Christina Tacker erwartete ihn in dem dunklen Flur. Das machte ihn unsicher. Es verstieß gegen seinen Plan. Sie bemerkte seine Verwirrung und natürlich auch, dass er betrunken war. Ich habe den Karren mit dem Gepäck gesehen, aber ich habe mich schon seit einer Weile gefragt, wann du heraufkommen würdest. Ich bin um den Block gegangen. Ein Schiff zu verlassen ist ein komplizierter Prozess. Er umarmte sie, sog all ihre Gerüche ein, den Wein, das Parfum mit dem wagen Duft von geriebener Zitronenschale. Sie drückte sich nicht an ihn. Es gab einen Abstand zwischen ihnen, aber er hoffte, dass sie sich über seine Rückkehr freute. Hinter ihnen kicherte jemand. Seine Frau fuhr zusammen, drehte sich um und gab dem Dienstmädchen einen schallenden Ohrfeige. Geh, sagte sie, lass mich und meinen Mann in Frieden. Er hatte seine Frau noch nie Gewalt anwenden sehen und erschrak über die Kraft des Schlags. Hast du meinen Brief erhalten, in dem ich von ihr geschrieben habe? Ich habe alle deine Briefe erhalten. Sie standen still da. Er legte die Kapitänsjacke ab, schnürte seine Schuhe auf, streifte sie ab und folgte ihr in das Zimmer, in dem die Porzellanfiguren auf ihren Regalen entstanden. Nichts war verändert. Es war, als trete er in ein Zimmer ein, das niemand bewohnte. Das Licht der tiefstehenden Sonne drang durch die dünnen Vorhänge. Er erzählte mit großer Sorgfalt von seiner Reise. Hinter den Einzelheiten konnte er sich verstecken. Alles, was er sagte, war wahr. Nur eine Sache ließ er aus, dass es ihm mehr eine Insel gab, die Halscher hatte, seine Frau und seine Tochter seien tot, brachte ihn für einen kurzen Moment durcheinander. Es gab ihm einen Stich in den Magen. Sie war ein wachsamer Vogel. Was ist denn? Ich habe Schmerzen in einem Zahn. Du musst zum Zahnarzt gehen. Es ist schon vorbei, es war nichts, nur ein kurzes Ziehen. Er fuhr fort zu erzählen, als wäre nichts gewesen. Sie erhob sich, um dem Dienstmädchen zu sagen, es solle den Kaffee servieren. Da dachte er, dass er einen großen Abstand zwischen sich und seiner Frau gemessen habe. Er hatte eine Lüge zwischen sie gelegt. Eine Lüge, die weiter wachsen würde, auch wenn alles andere, was er zu ihr gesagt hatte, war oder wenigstens aufrichtig gemeint war. Die Lüge brauchte keine neue hatte, wirkte verschreckt und ängstlich. Sie tat ihm leid und erinnerte sich an den verrotzten Rudauer. Wir gehören zu denen, die schlagen, dachte er. Wenigstens das haben wir gemeinsam. Das Abendessen nahmen sie bei Kerzenschein ein. Die Wärme der Kachelöfen breitete sich im Zimmer aus. Lars Tobias und Zwacht man wünschte intensiv, dass er zur Ruhe kommen möge und dass alles, was im Fahrwasser beim Leuchte- und von Sandsenkern geschehen war, sich aus seinem Bewusstsein verflüchtigen würde. Er trank zum Essen Wein und anschließend Portwein. Christina saß im Halbschatten und bestickte ein Tuch. Er spürte, dass er noch nicht bereit war für die Nacht. Kurz nach zehn stand sie auf. Er wartete, bis er hörte, dass sie ins Bett gekrochen war. Dann trank er weitere Gläser Cognac hinunter, putzte sich die Zähne und ging in das dunkle Schlafzimmer. Der Alkohol machte das Begehren stärker als die Unsicherheit. Danach, als vorbei war, was in vollständiger Stille geschah, dachte er, ihrer beider Liebe sei so, als würden sie um ihr Leben laufen. Vor allem verspürte er Erleichterung. Er lag lange wach und wusste, dass auch sie nicht eingeschlafen ob es einen größeren Abstand gäbe, als den zwischen zwei Menschen, die im gleichen Bett liegen und vorgeben, zu schlafen. Punkt 8 Uhr trat er durch die Tür des Hauptquartiers der Marine auf Schäpsholmen. Ein Adjutant bat ihn, Platz zu nehmen und zu warten. Nach einer guten halben Stunde meldete ihm der Adjutant, der Ausschuss sei jetzt bereit, ihn zu empfangen. Er betrat einen Raum, in dem ihn Porträts bestand aus zwei Vize-Admiralen und einem Kapitän, sowie einem Leutnant, der Protokoll führte. Ein Stuhl für ihn stand mitten im Raum. Vize-Admiral Lars Hansson Liedenfeld war der Vorsitzende. Er war früher die treibende Kraft gewesen, wenn es darum ging, die operativen Möglichkeiten der schwedischen Marine auszubauen. Er stand in dem Ruf, ungeduldig und arrogant zu sein. Er nickte Lars Tobias Svartmann zu, Platz zu nehmen. Ihre Arbeit ist imponierend, sagte er. Sie scheinen etwas so Seltenes zu besitzen wie eine Leidenschaft für geheime militärische Fahrwasser. Stimmt das? Ich versuche nur, meine Arbeit so gut zu machen wie möglich. Der Vize-Admiral schüttelte ungeduldig den Kopf. Jeder Mann in der schwedischen Flotte macht seine Arbeit so gut wie möglich. Ich spreche von etwas anderem, von der Leidenschaft, verstehen Sie? Ich verstehe. Tobias und Swartmann dachte an den Traum, eine Tiefe zu finden, die nicht zu vermessen war. Es liegt eine Spannung darin, etwas zu kartieren, das nicht sofort zu überblicken und zu erfassen ist. Der Vize-Admiral sah ihn zögernd an, entschloss sich aber, die Antwort zu akzeptieren. Er griff nach einem Kartenblatt. Gumble bewiegen, die Einmündung, eng, fragwürdig vermessen, wachsende Untiefen, die seit den Vierziger Jahren nicht kontrolliert worden sind. Haben Sie, Kapitän Swartmann, den Bescheid bekommen, dass wir damit rechnen, den Auftrag nach Neujahr zu beginnen? Ich habe den Bescheid bekommen. Wir sind zu der Einschätzung gelangt, dass der Auftrag wichtig ist und Vorgang haben soll. Ich bin bereit, sofort anzufangen. Ausgezeichnet. Sie werden zwischen Weihnachten und Neujahr Ihre Instruktionen bekommen. Der Vizeadmiral warf einen Blick auf den Leutnant, der Protokoll führte. Am 27. Dezember 8.45 Uhr sagte der Leutnant. Der Vizeadmiral nickte. Das wäre dann alles. Hat jemand im Ausschuss eine Frage? Kapitän Hansson, der Älteste unter den Anwesenden, mit Erfahrung aus der Zeit der Segelschiffe, immer übergangen, wenn eine Beförderung anstand, hob die Hand. Sie umgeben sich mit sonderbaren Todesfällen, sagte er. Es ist nicht gerade üblich, dass tote Matrosen aus dem Meer gefischt werden, dass Bootsmänner der Stammbesatzung sterben und dass Kommandanten auf ihrem Deck einfach tot umfallen. Ich verstehe die Frage nicht, sagte Lars Tobias und Swartmann. Das war keine Frage, sagte Kapitän Hansson. Es war nur eine Bemerkung, die nicht ins Protokoll aufgenommen werden muss. Das Mitglieder erhoben sich, Lars Tobias und Swartmann salutierte und verließ den Raum. Der Adjutant reichte ihm seinen schwarzen Mantel. Er ging durch die Tür des Hauptquartiers hinaus und empfand eine große Erleichterung. Aber die Worte von Kapitän Hansson nagten an ihm. Waren die Todesfälle in seinem Umfeld nur ein Zufall oder war eine Botschafterin enthalten? Eine Warnung? Am letzten Sonntag vor Weihnachten ereignete sich ein eigentümlicher Vorfall. Lars Tobias und Swartmann stand ebenso unbeholfen vor dem, was geschehen war, wie vor Christina Tackers Reaktion. Es war, als hätte sie überraschend einen Sprung getan und ihn weit hinter sich gelassen. Sie hatten einen Spaziergang zum traditionellen Weihnachtsmarkt auf Stortoyet gemacht. Sie waren am späteren Nachmittag losgegangen, gerade in der kurzen Dämmerung. In der Altstadt war der Marktplatz und die Gassen voller Menschen. Sie sahen sich die Angebote in den verschiedenen Ständen an und nachdem sie eine Stunde herumgestreift waren, beschlossen sie, nach Hause zurückzukehren. Am Slotzbacken hörten sie plötzlich ein Kind schreien. Ein Mann verprügelte seine Tochter. Er hob seine schwere Hand und versetzte dem Kind eine Ohrfeige nach der anderen. Christina Tacker lief auf den Mann zu und stieß ihn weg. Sie schrie etwas, was weder der Mann noch Lars Tobias und Zwartmann verstanden und legte ihre Arme beschützend um das Mädchen, das vor Schmerz und Angst brüllte. Erst nachdem der Mann versprochen hatte, keine Gewalt mehr gegen seine Tochter auszuüben, ließ sie das Mädchen los. Der ganze Ablauf, von dem Moment an, als seine Frau von ihm weggelaufen war, bis zu dem, als der Mann und das Mädchen verschwunden waren, spielte sich in vier Minuten und dreißig Sekunden ab. Er hatte seine eingebaute Stoppuhr eingeschaltet und die Zeit gestoppt, als sie zu ihm zurückkam, atemlos und zitternd. Auf dem Heimweg wechselten sie kein einziges Wort. Auch später am Abend kommentierten sie den Vorfall nicht. Aber Lars Tobias Svartmann grübelte darüber nach, warum seine Frau reagiert hatte und er nicht. Christina Takas Eltern lebten in einer großen Wohnung an der Ecke von Strand Wägen und Gref Gotthahn. Lars Tobias Svartmann hasste das Essen am ersten Weihnachtsfeiertag. Es gehörte zu den festen Ritualen der Takaschen Familie und niemand wagte auszubleiben. Die Familie Tacker hatte einen wohlhabenden Teil, der sich ein Vermögen durch Raubkäufe von Wald in den nördlichen Provinzen geschaffen hatte und einen weniger begüterten Teil, der aus niederen Staatsbeamten einer Anzahl von Großhändlern und Offizieren bestand, von denen jedoch keiner einen höheren Rang erworben hatte als den eines Kapitäns. Auf die armen Verwandten wurde beim Weihnachtsessen herabgesehen und die angeheirateten Männer und Frauen wurden gemustert, als wären sie Vieh bei einer Prämierung. Er hasste dieses Weihnachtsessen und er wußte, dass seine Frau es verabscheute, da sie sah, wie er litt. Aber keiner kam davon. Diejenigen, die es versucht hatten, wurden hart bestraft, indem sie aus der finanziellen Gemeinschaft ausgeschlossen wurden, die sich immer als lohnend erwies, wenn einer von den Wohlhabenden gestorben war und das Testament verlesen wurde. Christinas Vater, Ludwig Tacker, hatte innerhalb der staatlichen Kollegien Proben von großem karrieristischen Talent gezeigt und vor ein paar Jahren hatte er den endgültigen Gipfel erklommen, indem er zum Kammerherrn des Königs ernannt wurde. Christinas Tackers Mutter glich den Figuren, die in der Wohnung auf den Regalen standen. Würde Frau Martina Tacker auf einem Teppich oder einem glatten Boden umfallen, würde sie zerbrechen wie eine Porzellanskulptur. An der Tafel am ersten Weihnachtsfeiertag 1914 waren 34 Personen versammelt. Lars Tobias Sont Zwartmann war zwischen einer von Christinas Tackers Schwestern und ihrer Großmutter platziert. Er saß etwa in der Mitte an der einen Lenkseite des Tisches und hatte noch einen langen Weg zu klettern, auf die begehrten Plätze nahe bei seinem Schwiegervater zu kommen. Die ältere Frau an seiner rechten Seite war asthmatisch und schwerhörig. Sie antwortete nicht, als er sie anredete. Auch mit der Schwägerin, die streng religiös war, gelang es ihm nicht, ins Gespräch zu kommen. Sie war tief in sich selbst versunken und rührte das Essen, das serviert wurde, kaum an. Er trank viel Wein, um es zu ertragen. Er sah zu seiner Frau hin, die etwas weiter oben an der gegenüberliegenden Tischseite saß. Ab und zu kreuzten sich ihre Blicke, scheu, als würden sie einander nicht kennen. Beim Nachtisch, einer vorzüglichen Zitronenspeise, hielt Ludwig Tacker seine traditionelle Weihnachtsansprache. Er hatte eine dumpfe und heisere Stimme, sein Gesicht war hochrot, obwohl er nie viel trank, und er legte eine große Kraft in seine Rede. Er lebte für die Reden. Jedes Jahr legte er fest, welche Wahrheiten gelten sollten. Es war wie eine Thronrede, die für die gehorsamen Untertanen verlesen wurde. In diesem Jahr sprach er von dem großen Krieg. Dass er sehr deutschfreundlich war, wunderte Lars Tobias Svartmann nicht. Aber Ludwig Tacker bezog nicht nur Stellung für Deutschland in diesem Krieg. Er schöpfte aus schier unendlichen Quellen seinen Hass auf Engländer und Franzosen und das russische Reich tat er ab als ein morsches Schiff, das sich nur durch all die Leichen in der Ladung über Wasser hält. Ich habe einen Schwiegervater, der wirklich hassen kann, dachte er. Was geschieht, wenn er merkt, dass ich diesen Hass nicht teile? Während der Rede schaute er zu seiner Frau. Plötzlich wurde ihm Ich teile Bett und Tisch mit einer unbekannten Frau. In weiter Ferne sah er Sarah Friedrika. Sie glitt ihm entgegen. Die Tafel war verschwunden. Er befand sich wieder auf Hallscher. Erst als nach der Rede ein Toast ausgebracht wurde, kehrte er an den Tisch zurück. Die Weihnachtsfeiertage vergingen. Am 27. Dezember fand Lars Tobias Sons Wartmann sich wie verabredet auf Schepps Holmen ein. Er wartete ungeduldig in dem kalten Korridor, um vorgelassen zu werden und seine Instruktionen zu erhalten. Plötzlich flog die Tür auf und Vizeadmiral Hanson Lidenfeld bat ihn herein. Er war allein im Zimmer. Der Vizeadmiral setzte sich und bedeutete ihm, dasselbe zu tun. Der Marinestab hat kurzfristig beschlossen, in diesem Winter keine Seevermessungen mehr durchführen zu lassen. Alle Schiffe werden für die Bewachung unserer Küsten und als Eskorte für die Handelsflotte gebraucht. Man kann natürlich einwenden, dass ein paar Wochen für Bohrungen im Eis keine schädlichen Einwirkungen auf die Schlagkraft unserer Flotte haben könnten, aber der Beschluss ist gefasst. Der Vizeadmiral zeigte auf einen Umschlag, der auf dem Tisch lag. Ich bin der Erste, der es bedauert, dass die Seevermessungen auf unbestimmte Zeit eingestellt werden. Bis auf Weiteres stehen sie dem Marinestab zur Verfügung. Es scheint kein Mangel an Aufgaben zu herrschen. Der Vizeadmiral ließ seine Hand schwer auf den Tisch fallen, zum Zeichen, dass die Besprechung beendet war. Er erhob sich, Lars Tobias Sons Wartmann salutierte und verließ das Zimmer. Erst als er sich vor dem Grand Hotel befand, blieb er stehen und öffnete den Umschlag. Die Mitteilung war kurz. Schon am nächsten Tag um 9 Uhr sollte er sich bei der Spezialabteilung für Fahrwasserstrecken, Markierungen und Hafenanlagen einfinden. Er merkte, dass er zitterte. Der Gegenbefehl, der eingestellte Auftrag, hatte ihn völlig unvorbereitet getroffen. Ihm wurde klar, dass er im Schutz des Auftrags nach Gambleby zu fahren einen Plan gemacht hatte, den er bisher sogar vor sich selbst geheim gehalten hatte. Er würde nach Halscher zurückkehren und Sarah Frederica treffen. Nichts anderes bedeutete ihm etwas. Nur das hatte einen Sinn. Er ging ins Grand Hotel und setzte sich ins Café. Es war noch früh, wenige Gäste, untätige Kellner. Er bestellte Kaffee und Kognak. Er blieb mehrere Stunden lang sitzen. Als er aufstand, war er betrunken. Aber er wusste, was er zu tun hatte. Zu Christina Tacker sagte er nichts über den Bescheid, den er erhalten hatte. Sie fragte, wie lange er schätze, in Gambleby zu sein und wann er aufbrechen werde. Er antwortete, es könne einige Wochen dauern, aber kaum länger als bis Ende Januar. Sie solle Gepäck für 30 Tage vorbereiten. An diesem Abend und bis tief in die Nacht hinein saß er über seinen Seekarten und Notizbüchern für die neue Strecke des Fahrwassers bei Sandsenkahn. Um fünf Uhr morgens war er fertig und legte sich auf das Sofa im Arbeitszimmer zugedeckt mit seinem Kapitänsmantel. Zweimal während der Nacht hatte Christina Tacker durch die Tür seines Arbeitszimmers gespäht. Er merkte nicht, dass sie da war. Ihr Duft erreichte ihn nicht. Am 9. Januar 1915 zog ein verheerender Wintersturm über Stockholm hin. Dächer wurden von den Häusern gerissen, Bäume wurden entwurzelt, Menschen kamen zu Tode. Dem Sturm folgte eine Periode strenger Kälte. Sie hielt sich bis Ende des Monats über der Stadt. Am 30. Januar setzte Lars Tobias Sons Wartmann seinen Plan ins Werk. Auf Scheps Holmen hatte er freundlich und scheinbar zufrieden mit einer Durchsicht der Seekarten über den inneren bottnischen Meerbusen begonnen. Er kam wie üblich um acht zur Arbeit, wechselte mit seinen Kollegen ein paar Worte über die strenge Kälte und er suchte dann um ein Treffen beim Abteilungsleiter Kapitän Sturde. Der Abteilungsleiter war unangenehm fett, selten ganz nüchtern und alle hielten ihn für einen Meister in der Kunst des Nichtstuns. Lars Tobias Sons Wartmann legte seine Seekarte auf den Tisch. In die Berechnungen des neuen Fahrwassers bei Sandsenkern hat sich ein schlimmer mit einem Durchschnitt von 18 Metern falsch angegeben. Nach meinen eigenen Berechnungen habe ich Grund zu der Annahme, dass die Tiefen höchstens auf sechs oder sieben Meter berechnet werden können. Kapitän Sturde schüttelte den Kopf. Wie konnte es dazu kommen? Es ist sicher bekannt, dass Ingenieur W. Lander einen Zusammenbruch erlitten hat. War das der, der sich kaputt gesoffen hat? Er soll Ich bin davon überzeugt, dass meine Angaben stimmen. Was schlagen Sie vor? Da die Aufgaben, die ich jetzt erledige, entweder warten oder von jemand anders ausgeführt werden können, schlage ich vor, dass ich nach Oester Götland fahre und eine erneute Kontrolle vornehme. Liegt da nicht Eis? Da liegt Eis, aber ich kann Hilfe von örtlichen Fischern bekommen, um die Bohrungen durchzuführen. Da muss natürlich etwas geschehen, sagte Kapitän Sturde. Ich kann auch keine bessere Lösung sehen, als die, die sie vorschlagen. Ich frage mich nur, wie es dazu kommen konnte. Das ist natürlich völlig unverantwortlich. Ingenieur Welander hat seinen Alkoholismus sehr geschickt verborgen gehalten. Er muss doch gewusst haben, dass seine Schlamperei zu einer Katastrophe führen könnte. Menschen mit schweren Alkoholprobleme sind angeblich nur an der nächsten Flasche interessiert. Das ist tragisch, aber ich bin ihnen dankbar, dass sie den Fehler aufgedeckt haben. Ich schlage vor, dass dies unter uns bleibt. Wann können sie aufbrechen? In 14 Tagen. Ich werde dafür sorgen, dass sie ihre Befehle bekommen. Lars Tobias Svartmann verließ Kapitän Sturde und kehrte in sein Büro zurück. Er war in Schweiß gebadet. Aber alles war nach Plan verlaufen. Er hatte Wehlanders Tagebücher heimlich mit nach Hause genommen und abends da gesessen und die Zahlen geändert. Selbst wenn Ingenieur Wehlander eines Tages aus der Nerven Heilanstalt entlassen würde, könnten seine Erinnerungsbilder von der Zeit auf der Blender verzerrt und diffus sein. Er dachte an Sarah Frederica und die Eiswanderung, die ihm vorstand. Er dachte, dass sein Vater ihn wohl insgeheim bewundert hätte. Es war der Abend des 12. Februar. Die strenge Kälte lag auf dem Bahnsteig des Hauptbahnhofs von Norschöpping, als Lars Tobias Svartmann aus dem Zug stieg. Er hatte ein Telegramm geschickt und ein Zimmer im Goethe Hotel reservieren lassen. Das Zimmer lag im ersten Stock und bot einen Blick auf eine Kirche, die im Halbdunkeln ruhte. Er setzte sich aufs Bett. Noch konnte er die Reise abbrechen. Er dachte, dass er verrückt sei. Er befand sich auf einer schwindelerregenden Reise mitten ins Chaos hinein, auf einen Abgrund zu, von dem es keine Wiederkehr gab. Statt weiterzufahren, könnte er einen Zug zurück nach Stockholm nehmen. Es wäre möglich, das zu erklären. Er könnte sich im letzten Moment erinnert haben, dass er die korrekten Angaben in Verwahrung hätte. Er könnte das gefälschte Kartenblatt verschwinden lassen und es durch eine weitere Fälschung ersetzen, die wahr war. Für nichts war es zu spät. Er konnte sich immer noch retten. Nach einem raschen Frühstück verließ er das Hotel. Der Portier hatte ihm einen Wagen besorgt. Es war nicht unproblematisch, da er bis zur Landungsbrücke von Gritt gefahren werden wollte, wo seine Wanderung beginnen sollte. Sie verließen die Stadt kurz nach halb acht. Im Auto war es kalt. Lars Tobias Svartmann saß eingehüllt in eine dicke Decke auf dem Rücksitz. Die Landungsbrücke von Gritt lag verlassen da, ein paar im Eis fest gefrorene Boote. Der Fahrer hob die beiden Säcke heraus und nahm das Geld entgegen. Sind Sie wirklich sicher, dass Sie hierher wollten? Ja, antwortete Lars Tobias Svartmann, hierher will ich. Der Fahrer nickte bedächtig. Lars Tobias Svartmann stand regungslos da, bis das Geräusch des Motors verschwunden war. Dann holte er seine Seekarte heraus. Die Panik grollte dumpf in ihm. Ich kann nicht umkehren, dachte er. Es gibt nichts hinter mir. Vielleicht auch nichts vor mir, aber ich muss das tun, was ich mir vorgenommen habe. Der Wind war schwach östlich. Er würde drei Tage brauchen, um bis nach Hals her zu kommen, unter der Voraussetzung, dass das Wetter sich nicht verschlechterte und das Eis wirklich bis zum offenen Meer hin trug. Er beschloss, an diesem ersten Tag bis Armnö in den mittleren Scheren zu den Abstand nach Armnö berechnete er auf 8 Kilometer, was bedeutete, dass er vor Einbruch der Dämmerung dort sein würde. Er ging mit einer Geschwindigkeit von 25 Metern in der Minute. Er wollte nicht riskieren, schweißnaß zu werden und zu frieren. In der Bucht von Armnö fand er einen Geräteschuppen, der nicht verschlossen war. Drinnen gab es eine Feuerstatt. Keinerlei Fußabdrücke waren, um den Schuppen herum zu sehen. Er öffnete eine amerikanische Fleischkonserve und kroch in den Schlafsack. Er schlief in dem Gefühl ein, unerreichbar zu sein. Am nächsten Tag machte er eine Wanderung von zehn Kilometern über das Eis. Sie führte ihn über das Bokscherjüppet bis nach Höckbodan, wo er sein Nachtlager aufschlug. Er hatte vor gehabt, die sich bei Hastina geöffnet hatte, zwang ihn zu einem Umweg nach Norden. Höckbodan bestand nur aus ein paar kargen Klippen ohne Geräteschuppen. Vor Einbruch der Dämmerung war es ihm gelungen, ein Dach aus Zweigen und Moos über eine Feldspalte zu legen, in der er die Nacht verbringen wollte. Er machte Feuer und öffnete noch eine von den amerikanischen Fleischkonserven. Er schätzte die Temperatur auf drei Grad unter Null. Als die Dunkelheit sich herabsenkte und das Feuer verglomm, lag er da und lauschte auf das Meer. Ein paar Mal meinte er Kanonenschüsse zu hören, erst einen fernen Donner, dann eine Druckwelle, die durch die Dunkelheit herannahhte. Niemand weiß, wo ich bin, dachte er. Mitten im Winter, in der kalten Welt des Eises habe ich ein Versteck gefunden, das sich niemand auch nur vorstellen kann. In der Morgendämmerung machte er sich bereit, die letzten zehn Kilometer hinaus nach Halsscher zu wandern. Die Wolken lagen reglos über seinem Kopf, das Eis und die dünne Schneedecke waren nicht mehr von Felsen und Scheren durchbrochen. Jetzt ging er auf das offene Meer zu. Durch den Felsstecher sah er Halsscher und den Leuchtturm von Sandsenkern. Doch er konnte immer noch nicht erkennen, ob das Eis bis ganz hinaus reichte. Er ging nach Osten und hatte Krockborden rechts liegen lassen, ehe er sicher war, dass das Eis trug. Kein offenes Wasser bildete ein Hindernis zwischen ihm und Halsscher. Er ließ den Felsstecher langsam schwenken. Schließlich fingen die Linsen einen schmalen Rauchstreifen ein, der von der Schere aufstieg. Sie war noch da, aber sie erwartete ihn nicht. Sein erster Gedanke war, übers Eis zu eilen und sich direkt zu Sarah Friedrikas Hütte zu begeben. Aber er zögerte. Was sollte er sagen? Wie sollte er erklären, dass er zurückgekommen war? Was, wenn es ihn reute, sobald sie ihm die Tür aufmachte? Er ballte die Fragen zu einem Klumpen zusammen. Warum befand er sich eigentlich hier auf dem Eis? Warum hatte er diese Reise herbeigelogen? Er ging an Land, ohne zu einer Antwort gelangt zu sein. Sarah Friedrikas Boot lag umgedreht auf ein paar dicken Treibholzklötzen. Er machte sich ein Lager in einer Spalte zwischen der Bucht und den Klippen. Das war das Einzige, wozu er sich hatte entschließen können, die Dunkelheit abzuwarten und sich anzuschleichen. Er wollte durch das Fenster sehen, was sie tat. Erst dann würde er wissen, welches der nächste Schritt sein sollte. Er kroch in den Schlafsack. entlang. Das Fenster war schwach erleuchtet. Er zuckte zusammen, als etwas sein Bein berührte. Es war die Katze. Er beugte sich hinunter und strich ihr übers Fell. Die Katze, die es nicht gab. Er warf einen Blick durchs Fenster. Sarah Friedrika hockte drin vor dem Feuer. Sie hatte eine zottelige Mütze auf und war in Decken eingehüllt. Aber sie war auf dem Boden neben der Feuerstelle saß ein Mann in Uniform. Vor ein paar Monaten hatte er die gleiche Uniform gesehen, an einem deutschen Soldaten, der im Meer gelegen hatte. In Friedrikas Haus saß ein deutscher Soldat, der ihm den Weg versperrte. Jemand hatte seinen Platz eingenommen, sein Fuchsfell. Durch die dünne Tür hörte er die Stimme des Soldaten. Das Deutsch, das er in seinen verhassten Schuljahren gelernt hatte, reichte nicht, um zu verstehen, was gesagt wurde. Außerdem sprach der Soldat einen Dialekt. Lars Tobias und Zwartmann drückte die Wange gegen die kalte Wand. Eigentlich hätte er mit der Faust das Fenster einschlagen, die Tür mit einem Tritt öffnen und den Mann, der vor dem Kamin hockte, hinauswerfen wollen. Aber er verhielt sich still und kehrte zu seiner Feldspalte zurück. Er war sehr müde. Die Gelenke schmerzten von der Kälte. Wind war aufgekommen. Als es hell wurde, verwischte er seine Spuren und bewegte sich weiter hinaus zu der nordöstlichen Felswand. Dort gab es tiefe Spalten, fast wie Höhlen. Mehr als zerbrochene Fischkästen Teile einer Reling. Von dem Holz baute er sich eine Hütte, in der er sich zusammen kauern konnte. Er kochte Kaffee und machte die letzte Konservendose auf. Jetzt hatte er nur noch Zwieback und eingefrorenen Butterklumpen. Er trank den Kaffee in langsamen Schlucken, legte Brennholz nach und kauerte sich zusammen, die Füße in einen der Reisesäcke Spätestens an diesem Abend mußte er sich zu erkennen geben. Er konnte das Haus nicht noch eine weitere Nacht überwachen. Es bestand große Gefahr, dass er erfrieren würde. Er hatte den Tag vor sich, um einen Entschluß zu fassen, seine Erzählung zu erschaffen. Ein Mann, der übers Eis gewandert kam, mußte eine plausible Erklärung für sein Handeln haben, wenn er sich zu erkennen gab. Er versuchte ganz ruhig zu denken. Der Soldat und Sarah Friedrika hatten, solange er durchs Fenster gesehen hatte, nicht beieinander gelegen, sich nicht berührt, nicht einmal gelacht. Der Mann wirkte verzagt. Angst, dachte er. Plötzlich bewegte sich etwas neben ihm. Er zuckte zusammen. Die Katze war wieder gekommen. Sie war hungrig, schnupperte nach den Essensresten in der Konferenz Servendose und sah ihn mit ausdruckslosen Augen an. Sie war wie eine der Porzellan Figuren auf Christina Tackers Regal. Die Wut kam wie eine Explosion. Er packte das Messer, hielt die Katze am Nackenfell fest und schlitz ihr den Bauch auf. Die Eingeweide begann herauszuquellen, die Katze konnte nur noch ein Fauchen von sich geben, ehe sie tot war. Es zuckte ein paar Mal an Messer ab. Es gab keine Katze, dachte er zornig. Das hat sie damals gesagt, als ich sie fragte. Es gibt nichts. Die Wut verflog. Er sah mit zusammengekniffenen Augen in den Himmel. Es war zehn Uhr. Die Kontur der weißen Sonnenscheibe war hinter den dünnen Wolken zu sehen. Er betrachtete die Katze, die unten auf dem Eis lag. Um den Körper herum hatte sich eine Blutlache gebildet. Zwei Schatten erschienen über dem Eis. Zwei Adler hatten die tote Katze entdeckt. Sie kreisten eine Weile, bevor sie aufs Eis hinunter stießen. Wachsam näherten sie sich der Katze. Dann begannen sie zu fressen. Er legte Brennholz nach, steckte die Füße in den Sack und versuchte wieder ganz ruhig nachzudenken. Als er aufstand, war es kurz nach zwölf. Er verteilte den Inhalt der Säcke so, dass er einen zurücklassen und nur den anderen mitnehmen musste. Die Adler waren verschwunden. Von der Katze war nichts übrig geblieben als der dunkle Fleck von gefrorenem Blut. Er näherte sich der Hütte von der Bucht her. Die Tür war geschlossen. Der dünne Rauch trieb aus dem Kamin davon. Eine Minute anders zu überlegen. Auch wenn er kein Proviant mehr hatte, würde er es schaffen, bis nach Hastena zu gehen, wo das größte Fischerdorf des Scherengebiets lag. Er konnte immer noch umkehren. Ich gehe, dachte er. Sarah Friedrich hat mit meinem Leben nichts zu tun. Ich riskiere etwas, das ich Du hier? Sie wartete nicht auf Antwort, sondern ließ ihn ein. Das Zimmer war leer. Er fühlte, dass er die Oberhand hatte. Sie hatte den fremden Mann in der Vorratskammer versteckt. Er hockte sich vors Feuer und wärmte seine Hände. Seine Geschichte hatte er sorgfältig vorbereitet. Lars Svartmann erzählte Sarah Friedricha, dass sie zu Achtmann unterwegs vom Festland gewesen sein, um Eisbohrungen vorzunehmen und gewisse Messresultate vom vergangenen Herbst zu kontrollieren. Irgendwo in den äußeren Schären war er allein auf eine Erkundungstour gegangen. Da hatte sich die Spalte geöffnet und ihn von den anderen getrennt. Er hatte kaum Proviant dabei, seine einzige Möglichkeit war, in Richtung Meer zu gehen, nach Hallscher, wo er wusste, dass sie sich befand. Du hättest natürlich fort sein können, sagte er zum Schluss. Das Haus hätte leer stehen können, aber dann hätte ich jedenfalls ein Dach über dem Kopf gehabt. Ich hätte Löcher ins Eis bohren, fischen und überleben können. Ich bin noch da, sagte sie. Der Riß wird wohl wieder zufrieren, aber man kann nicht wissen, wie lange es dauert. Ich bin nicht allein, sagte sie. Du bist nicht der Erste, der in diesem Winter übers Eis gekommen ist. Jemand ist aus der anderen Richtung gekommen. Vom Meer her? Mit einem Ruderboot. Ich habe es nicht in der Bucht gesehen. Er ließ es treiben, als er den Eisrand erreichte. Er? Sie hockte sich plötzlich dicht neben ihn auf den Fußboden. Er nahm gleich wahr, dass sie schlecht roch. Sarah Geruch von Dreck, den er ertragen konnte. Weil ich sie liebe, dachte er. Sie hockte sich dicht neben ihn und sprach mit leiser Stimme. Sie sagte, ich bin hier nicht allein, da ist jemand bei den Netzen. Er tat verwundert, wen versteckst du? Du hast im letzten Herbst, als du hier warst, vom Krieg erzählt. Manchmal wachte ich von einem dumpfen Donner auf, der die Hütte erzittern ließ. Ich ging hinauf auf den Berg. Manchmal sah ich Feuerschein. Später kamen zwei Finnen in einem Boot. Einer heißt Juha, der andere nennt sich Arvo. Sie machen hier draußen Jagd auf Robben, aber vor allem schmuggeln sie Brandwein. Sie haben ihr nie etwas getan. Diesmal hatten sie einen Mann von den Orland-Inseln dabei. Er erzählte vom Krieg und er fing an zu weinen und uns Schweden zu verfluchen, weil wir keine Truppen nach Orland schicken wollten, um die Inseln zu verteidigen. Plötzlich begann ich zu verstehen, was der Krieg war, diese Feuer in der Nacht, die Druck Wellen und das Donnern und Menschen, die zu Tausenden starben. Und dann kam er. Ich bekam Angst, als es klopfte. Ich öffnete nicht. Er trug eine Uniform und redete in einer Sprache, die ich nicht verstand. Als der da draußen in Ohnmacht fiel, schleppte ich ihn herein. Er hatte Fieber, aber er war nicht verwundet, nur hungrig und ausgetrocknet. Schließlich begriff ich, dass er ein Deutscher war. Er hatte versucht, mir zu erklären, wer er war, aber ich verstand nicht, was er sagte. Die sogar, wenn er schlief. Bin ich gefährlich? Ich weiß nicht. Ich habe hier geschlafen. Gefährlich kannst du trotzdem sein. Es liegt bei dir, was du glauben willst. Ich kann das nicht für dich entscheiden. Sie zögerte. Dann stand sie hastig auf und öffnete die Tür zur Vorratskammer. Der Soldat kam heraus. Er blieb regungslos stehen, wachsam bereit, sich zu verteidigen. Sarah Friedrika sagte, obwohl sie wusste, dass er es nicht verstand, er ist nicht gefährlich. Er ist ein Militär wie du. Er ist schon früher hier gewesen. Lars Tobias von Svartmann betrachtete den Soldaten. Er mochte 25 oder 26 Jahre alt sein. Er streckte die Hand aus und sprach langsam auf Deutsch. Ich heiße Lars Tobias Svartmann. Ich vermesse die Tiefen. Ich bin durch einen plötzlichen Riss im Eis von meinen Freunden getrennt worden. Der Matrose nahm vorsichtig seine Hand sein Griff war schlapp. Dorflinger Sind Sie übers Eis gekommen? Der Soldat zögerte ehe er antwortete Ich bin weggegangen. Lars Tobias Svartmann begriff dass er einen deutschen Deserteur vor sich hatte. Es erfüllte ihn mit Abscheu. Deserteure waren feige. Sie hätten es verdient hingerichtet zu werden. Mit welchem Recht war der Deserteur gekommen und hatte sich ihm in den Weg gestellt. Ihm der aus einem inneren Drang heraus seine Ehefrau und seine Karriere aufs Spiel setzte. Er lächelte. Vielleicht sollten wir uns setzen, sagte er zu Sarah Frederica. Ich glaube, dass der Herr Marinesoldat Dorflinger müde ist. Was sagt er? Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Dorflinger. Ist das ein Vorname? Er fragte nach dem Vornamen. Stefan. Ich heiße Stefan Dorflinger. Woher kommen Sie? Aus einer kleinen Stadt zwischen Köln und Bonn tief drinnen in Deutschland. Warum wurden Sie von der Marine eingezogen? Ich habe mich freiwillig gemeldet, um das Meer zu sehen. Stefan Dorflinger hatte sich auf die Pritsche sinken lassen. Lars Tobias Svartmann setzte sich auf den Hocker bei der Feuerstelle. Hier sind Sie sicher, sagte er. Auch wenn Sie der sind, für den ich sie halte. Und für wen halten Sie mich? Für einen Deserteur. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich habe es nicht ausgehalten mit all dem Töten. Er verstummte und holte heftig Luft. Ich war auf dem Schlachtkreuzer Weinshorn. Am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags wurden nordöstlich von Rügen zwei russische Panzerschiffe gesichtet. Das Wetter war Mitschiffs bei der schweren Artillerie. Unsere Kanone konnte Salven abfeuern, die mit relativer Treffsicherheit über 130 Hektometer weit reichten. Wir haben 19 Schuss aus meiner Kanone abgefeuert. Es war ein entsetzliches Inferno. Ich sah nicht, ob wir trafen. Ich sah nicht, womit wir schossen. Jeder Schuss warf uns gegen die Wände. Einige bluteten aus Auge und Nase. mir platzten schon beim ersten Schuss die Trommelfälle. Ich hörte nichts. Es war, als befände ich mich hinter dicken Glasscheiben. Es ist eine andere Wirklichkeit, die sich offenbart, wenn man nur die Augen zu Hilfe hat. Wenn die Geräusche und Stimmen weg sind, wird die Wirklichkeit eine andere. Die Weinshorn navigierte näher zu den Truppentransportschiffen hin, die im Sinken begriffen waren. Das Wasser war von brennendem Öl bedeckt. Hunderte von schreienden Menschen kämpften, um nicht zu ertrinken gegen das Feuer, gegen das Öl. Aber die Weinshorn tat nichts. Ich sah zu den Kameraden hin. Genau wie ich starrten sie mit Entsetzen auf alle, die starben, und niemand verstand, warum wir sie nicht zu retten versuchten. Wir befanden uns zwar im Krieg mit Russland, aber diese Menschen waren ja besiegt. Wir sahen zu, wie sie starben. Schließlich war keiner übrig. Alle waren tot. Die meisten waren untergegangen, vereinzelte Körper trieben rauchend dahin. Einige waren so stark verbrannt, dass man die Knochen aus den zerfetzten Uniformen herausragen sah. Dann verließ die Weinshorn den Ort. Wir nahmen Kurs gen Südwesten und am auf dem Achterdeck aufgestellt und man sang Weihnachtslieder. Ich hörte immer noch nichts. Ich sah nur meine Kameraden, die um den Weihnachtsbaum hüpften und tanzten und ich fühlte, dass ich fort musste. Zwei Tage nach dem Neujahrsabend, spät nachts, machte ich mich davon. Der Matrose, der Wache hatte verstand, was ich Ich ließ das Boot wegleiten und ging auf dieser Schere an Land. Natürlich kann ich nicht bleiben, aber ich weiß nicht, wohin ich soll. Ich habe versucht, es ihr zu erklären, aber wir verstehen einander nicht. Lars Tobias Svartmann übersetzte nicht alles, nur das, was er für geeignet hielt. Dem Übersetzer gehörte die Erzählung. Er veränderte sie, erwähnte nichts von den russischen Schiffen, die versenkt worden waren, sondern ließ stattdessen Stefan Dorflinger desertieren, nachdem er vorsätzlich einen Offizier an Bord des Schiffs getötet hatte. Man muss verstehen, schloss er, die militärischen Gesetze sind hart, es gibt keine Gnade, kein Mitgefühl, nur einen Strick oder ein Hinrichtungskommando. Dann versucht man sich davon zu machen. Ich hätte dasselbe getan. Warum hat er jemanden getötet? Wen hat er getötet? Ich werde ihn fragen. Stefan Dorflinger sah ihn unruhig an. Er hat immer noch die Bilder im Kopf, dachte Lars Tobias und Zwartmann. Wie hieß der Wachposten an Deck? Der nicht den Mut hatte, dir zu Er war so alt wie ich. Sarah Friedrich erwartete ungeduldig. Was hat er gesagt? Der Getötete war Bootsmann und hieß Fritz Buchheim. Er war ein Schinder. Schließlich ist er zu weit gegangen. Man darf nicht töten. Sollte ich jeden verdammten Finnen totschlagen, der herkommt und mich mit Gewalt zu nehmen versucht? Er war von ihrer Sprache überrascht. Ich kann keinen Mörder hier dulden vor sie fort. Wenn er gemordet hat, muss er verurteilt werden. Er ist bereits verurteilt. Sie werden ihn hängen. Wir müssen ihm helfen. Wie? Ich muss ihn mitnehmen, wenn ich meine Arbeit erledigt habe. Sarah Friedricha sah Stefan Dorflinger an. Lars Tobias Sons Wartmann erkannte, dass er sich geirrt hatte. Die beiden waren sich näher gekommen. Stefan Dorflinger war schon seit über einem Monat auf Halsch her. Sarah Friedricha wollte nicht, dass er verurteilt wurde. Ihre Empörung war nicht echt. Er zog seinen Hocker näher zu Stefan Dorflinger heran. Ich habe ihr gesagt, was du erzählt hast. Ich habe auch gesagt, dass ich dir helfen werde. Warum? Du bist auch ein Soldat. Schweden und Deutschland liegen nicht im Krieg miteinander. Du bist nicht mein Feind. Er sah, dass Stefan Dorflinger zweifelte. Er lächelte. Ich lüge dir nichts vor. Ich werde dir helfen. Du kannst nicht hier bleiben. Wenn ich meine Arbeit beendet habe, gehst du mit mir. In der Nacht lag er dem Feuer am nächsten. Lars Tobias und Svartmann schlief tief und wurde dann mit einem Ruck wach. Die Uhr zeigte, dass es auf die Dämmerung zuging. Er stand vorsichtig auf und verließ das Haus. Es war kalt, er folgte dem Pfad hinunter zur Bucht. Er ging weiter, folgte dem Weg, den er gerudert war, und näherte sich der Stelle, an der die Blender vor Anker gelegen hatte. Er hatte seinen Feldstecher zuoberst auf seinem Gepäck zurückgelassen. Es war einer von der modernen Art, mit doppelten Linsen, die an einem beweglichen Zylinder im Verhältnis zu den Augen eingestellt werden konnten. Wenn die Einstellung verändert wäre, könnte er sicher sein, dass Sarah Friedricha den Feldstecher genommen hatte und hinaus auf die Klippen gegangen war, um zu Abstand zum Boden 48 Meter. Er sah hinaus übers Eis. Er kannte die exakte Tiefe von jeder einzelnen Stelle. Für einen kurzen Augenblick wünschte er, dass Eis möge brechen und alles vorüber sein. Diese ganze sinnlose Suche nach einem Punkt, an dem es keinen Boden gab, wo alles, was gemessen wurde, zurückwich. Da meinte er, dass Christina Tacker bei ihm wäre. Sie flüsterte dass er sie verstehen konnte. Er ging zu der Stelle, an der sie die Leiche des toten Matrosen versenkt hatten. Er blieb stehen, als er sich genau über der größten Tiefe befand. Aus seinem Sack zog er den Eisbohrer. Mit einem seiner Eissporen markierte er eine Fläche von einem Quadratmeter. Er bohrte sein erstes Loch an einer Ecke des Quadrats und dachte, dass Sarah Frederica glauben würde, er sei ein Kontrollvermesser. Er bohrte ein zweites Loch an der nächsten Ecke und maß die Dicke des Eises, die 14 Zentimeter betrug. Anschließend bohrte er noch zwei weitere Löcher in den verbleibenden Ecken. Er machte die Löcher so groß, dass er seine Faust hindurch pressen konnte. Als er fertig war, stellte er einen Fuß in das Viereck. Er Plan verwirklichen können. Er kehrte über das Eis zurück. Vom Meer her war plötzlich ein Kanonenschuss zu hören. Die Druckwelle folgte. Dann noch ein Schuss und eine weitere Druckwelle. Dann war es wieder still. Bei einem der Felsabsätze nördlich der Hütte setzte er sich. Von da aus konnte er die Vorderseite des Häuschens unter Aufsicht halten. Sarah Frederica kam heraus, hinter Er hatte die Uniformjacke abgelegt und sich eine alte Joppe angezogen, die ihrem Mann gehört haben musste. Die Eifersucht. Er dachte an den Revolver, der in einem Schrank in Stockholm eingeschlossen war. Hätte er ihn mitgenommen, hätte er sie leicht alle beide töten können. Sie zeigte auf die Bucht hinunter. Sie machten sich auf den Weg. Plötzlich blieb er stehen, er griff ihren Arm und zog sie an sich. Sie ließ es geschehen. Erst war die Eifersucht klein gewesen, kriechend und nicht besonders lästig. Jetzt wuchs sie zu etwas Unerträglichem heran. Danach kam der Zorn. Sein Vater hatte einmal bei einer Einladung zum Essen davon gesprochen, wie wichtig es für die Menschen sei, es den Schlangen gleich zu tun. Unterkühltes Blut, endlose Geduld und giftige Zähne, die exakt im richtigen Augenblick zuschnappten. Ich werde ihn töten, dachte er, und ich werde ihr die Haare abschneiden, die er mit seinen Händen berührt hat. Er blieb regungslos auf dem Felsabsatz sitzen, bis sie verschwunden waren. Dann ging er in die Hütte und holte den Feldstecher aus seinem Seesack. Er öffnete die Haustür und setzte den Feldstecher an die Augen. Das Bild war unscharf. Das Bild war für ihre Augen. Er stand mit dem Feldstecher in der Hand da, als er ihre Schritte hörte. Beide waren atemlos. Es sind Leute auf dem Eis, sagte sie. Vermutlich Jäger, aber man kann nie wissen. Er überlegte. Ob sie hier übernachten wollen? Sie müssen sich Hütten auf dem Eis bauen. Alle wissen, dass ich keine unbekannten Männer in meiner Hütte übernachten lasse, falls nicht ein Sturm herrscht oder ein Unglück geschehen ist. Er muss sich draußen verstecken. Er führte den Deserteur zu einer Kluft, in der er sich hinkauern konnte. Warum tust du das für mich? Ich hätte dasselbe getan wie du, erwiderte Lars Tobias Svartmann. Ich hätte niemals überlebt, wenn Sarah Friedricha sich nicht meiner angenommen hätte. Der Deserteur hatte sich in die Kluft gelegt, einen Schal um den Kopf gewickelt. Ich liebe sie, sagte er. Ich werde sie niemals vergessen. Eines Tages, wenn der Krieg vorüber ist, werde ich hierher zurückkehren. Weiß sie davon? Wir können nicht miteinander reden, aber ich glaube, sie weiß es. Lars Tobias und Zwartmann nickte langsam. Ja, sagte er, ich glaube, du hast recht, sie weiß es bestimmt. Er kehrte zum Haus zurück und erklärte, wo der Deserteur sich versteckt hatte. Sie schrak zurück, als er sie berührte. Ich verspreche, dass ich ihm helfen werde, sagte er, aber ich fürchte, er wird eines Tages einfach übers Eis fortwandern. Warum sollte er das tun? Er hat Dinge erlebt, die eigentlich niemand aushalten kann. Ich werde ihn mit aufs Eis nehmen, er kann mir behilflich sein. Sie stellte sich ans Fenster. Ich erinnere mich, wie du das erste Mal hier warst, sagte sie. Ich dachte, auf diesen Mann kann ich mich nicht verlassen. Jetzt schäme ich mich, wenn ich daran denke. Warum solltest du dich auf mich nicht verlassen können? Ich hatte das Gefühl, du wärst lüstern und hättest Schlimmes im Sinn. Jetzt weiß ich, dass ich Unrecht hatte. Ja, erwiderte er, du hattest Unrecht. Ich denke an deine tote Frau und an deine tote Tochter. Das haben wir gemeinsam, sagte er sanft, die Toten. Die Männer kamen von den inneren Scheren. Sie hatten Flinten und wollten Seevögel jagen, die über den Winter dageblieben waren. Es waren Vater und Sohn. Sarah Frederica kannte sie von früher. Sie kamen in jedem Winter einmal vorbei, verlangten nichts anderes, als zu erfahren, ob sie Seevögel gesehen hätte. Sie betrachteten ihn neugierig und verhielten nicht, dass sie sich wunderten, was ein Offizier der Flotte hier draußen auf der Schere zu tun hatte. Er erzählte ihn von seinem Vermessungsauftrag im »Wir haben gesehen, dass du nicht allein warst, als wir da von den Händels Hörner kamen. Ich sagte, jetzt hat Sarah Frederica einen Mann gefunden. Mein Mann ist immer noch mein Mann, auch wenn er da draußen auf dem Meeresboden liegt. Der Vater kaut an seinen Lippen und dachte über die Antwort nach, die Sarah Frederica ihm gegeben hatte. Dann spuckte er aus und hob das Gepäck an. Dann gehen wir, sagte er. Hast du Vögel gesehen? Nah an der Eiskante, aber weiter nach Süden. Die Männer verschwannen zur Bucht hinunter. Lars Tobias und Zwartmann und Sarah Frederica gingen hinaus auf eine der Klippen und folgten ihnen mit dem Blick, sahen, wie sie nach Süden abbogen, als sie die Eiskante erreicht hatten. Dann holte er den Deserteur, der Bübern in seiner Felskluft wartete. In der Nacht erwachte er von einer Bewegung. Der Mann, der an seiner Seite lag, erhob sich vorsichtig. Er hörte, wie der Mann sich zur Pritsche vortastete, ein leises Flüstern, dann Stille, nur ihrer beider Atem. Er blieb wach, bis der Mann vorsichtig zu seinem Platz auf dem Fußboden zurückkehrte. Die Eifersucht stieg aus der Tiefe auf und näherte sich dem Punkt, an dem sie die Oberfläche durchbrechen würde. Das Wetter schlug um. Tagsüber herrschte jetzt Tauwetter, in den Nächten hingegen war es noch kalt. Eine Woche lang nahm er Stefan Dorflinger jeden Morgen mit aufs Eis hinaus. Es war ein absonderliches Spiel, bei dem er eine Linie hundert Meter von dem Punkt entfernt zog, an dem er die Fallluke ins Eis gebohrt hatte. Er brachte ihm das Bohren bei, erklärte ihm die Grundlagen der Sehvermessung und ließ ihn selbst das Lot zum Boden hinablassen und Berechnungen anstellen. Der Deserteur wurde mit jedem Tag ruhiger. Hin und wieder sprach er von seinem Leben. Lars Tobias Svartmann stellte vorsichtige Fragen. Bald hatte er einen klaren Eindruck. Stefan Dorflinger Interessen. Sein größter Vorzug war seine Angst, die ihn in die Flucht getrieben hatte. Sie verbrachten die Vormittage draußen auf dem Eis. Hin und wieder konnten sie Sarah Friedrika auf den Klippen von Halscher sehen. Am Nachmittag ließ er sie beide allein. Jeden Abend erzählte er Sarah Friedrika von den Fortschritten des Soldaten. Ich nehme ihn mit, wenn ich zurückgehe, sagte er. Ich nehme ihn mit, ich schütze ihn, dann kehre ich zu dir zurück. Ihre Antwort war immer die gleiche. Das glaube ich nicht. Nicht bevor ich dich auf dem Eis sehe. Ich lasse den Feldstecher zurück, antwortete er, dann siehst du mich früher, dann wird dein Warten kürzer. Er dachte, dass er zugleich in vielen Welten lebte. Alle diese Welten waren in gleichem Maße war. Der Tag näherte sich. Er wartete auf einen Wetterumschlag. Er wartete auf einen kalten Morgen mit Nebel. Am 19. Februar, gegen neun Uhr vormittags, sah er durch den Feldstecher die beiden Jäger, Vater und Sohn, übers Eis zum inneren Scherengebiet zurückkehren. Sie hatten offenbar eine erfolgreiche Jagd gehabt. Sie zogen ein Netz mit toten Vögeln auf dem Eis hinter sich her. Dann richtete er den Feldstecher aufs Meer. Er ahnte, dass der Wetterumsturz nahe bevorstand. Alles deutete darauf hin, dass es in den nächsten Tagen Nebel geben würde. Gerade an diesem Tag hatte er Stefan Dorflinger damit beauftragt, auf eigene Faust ein paar Bohrungen und Messungen vorzunehmen. Er betrachtete den Mann, der draußen auf dem Eis über dem Bohrer hockte. Sarah Friedricha taucht an seiner Seite auf. Warum richtet ein Mann den Feldstecher auf einen anderen Mann? Einmal habe ich dich nackt gesehen, dachte er, ohne Feldstecher. Ich habe gesehen, wie du dich gewaschen hast. Ich habe deinen Körper gesehen. Den habe ich nie vergessen. Vielleicht werde ich dich vergessen, aber niemals deinen Körper. Ich kontrolliere nur, ob er es richtig macht. Sie griff heftig nach seinem Arm. Ich will nicht hier bleiben. Was wäre geschehen, wenn ich nicht gekommen wäre? Dann hätte ich ihn gebeten, mich mitzunehmen. Du wärst einem zum Tode verurteilten Mann gefolgt? Das wusste ich ja nicht. Nein, erwiderte er, das konntest du nicht wissen. Als sie zum Haus zurückkehrte, folgte er ihr vorsichtig, um zu sehen, ob sie wirklich hineinging. Stefan Dorflinger nahm seine sinnlosen Bohrungen auf dem Eis vor. Lars Tobias Sons Wartmann suchte nach einem passenden Senkstein und stieß ihn mit dem Fuß aufs Eis hinaus. Dann sammelte er kleine Stöcke und Äste, zerbrach sie in Stücke und legte sie neben das umgedrehte Boot. Am Tag darauf war die Schere in Nebel gehüllt. Gehe jetzt hinaus, sagte er. Komm etwa in einer Stunde. Ich lege von der Bucht aus eine Spur. Man wird im Nebel leicht übermütig. Rufe bitte, wenn du übers Eis gehst, damit ich dich richtig führen kann, wenn du auf dem falschen Weg bist. Er wartete keine Antwort ab, hängte den Sack mit dem Bohrer über die Schulter und ging los. Unten auf dem Eis fing er an, den Weg zu den Bohrlöchern zu markieren. Der Nebel war sehr dicht. Er stieß den Senkstein ein paar Meter vor sich her und tat einen Schritt zurück, dann noch einen. Der Stein war im Nebel verschwunden. Die Sicht betrug höchstens vier Meter. Er fuhr fort, den Weg mit den Ästen zu markieren, bis er an der Stelle anlangte, wo er die ersten zweiten oder dritten Tag vom frischen Eis säuberte. Jetzt bohrte er zehn weitere Löcher. Als er fertig war, lief ihm der Schweiß herunter. Als er jetzt den Fuß ausstreckte und leicht drückte, barst das Eis an allen vier Ecken. Er kniete sich hin und strich den aufgebohrten Schnee über den Riss, sodass er bedeckt war. Aus dem Sack zog er ein dickes Seil, das er um den Senkstein knotete und beförderte diesen mit einem Tritt in den Nebel hinaus. Er tat ein paar lange Atemzüge und maß seinen Puls. Er war nur leicht erhöht, 82 Schläge pro Minute. Dann hörte er schlurfende Schritte auf dem Eis. Stefan Dorflinger trat aus dem Nebel hervor. Es war ihr letztes Gespräch und es war sehr kurz. Lars Tobias und Zwartmann hatte sich hinter das Eisloch gestellt. Stefan Dorflinger war auf der anderen Seite. Du weißt, welches Schicksal ein Deserteur erwartet, sagte Lars Tobias und Zwartmann. Sie werden dich an einen Baum erhängen. Oder sie erschießen dich. Und vielleicht köpfen sie dich. Sie werden dir ein Schild vor die Brust hängen. Er ist ein Verräter. Lars Tobias und Zwartmann trat einen Schritt zurück. Stefan Dorflinger folgte ihm. Er trat auf die angebohrte Fläche, die Eisluke barst und er landete im Wasser. Lars Tobias und Zwartmann hob das Lot und schlug ihn damit fest in den Nacken. Zu seinem Erstaunen sah er, dass im Messing eine blutige Beule entstand. Dann entdeckte er, dass Stefan Dorflinger noch lebte. Seine Hände zerrten an der Eiskante. Mit aufgerissenen Augen starrte er Lars Tobias und Zwartmann an. Lars Tobias und Zwartmann nahm einen der Eisspuren, die um seinen Hals hingen und hackte damit nach Stefan Dorflingers Augen. Sie mussten aufhören zu sehen. Er musste vernichten, was sie gesehen hatten. Ein einziges Mal schrie Stefan Dorflinger auf. Ein Laut wie von einem kleinen Kind. Dann verstummte er. Lars Tobias und Zwartmann gab dem Senkstein einen Tritt und band dem Mann im Eisloch das Seil um den Leib. Das Wasser war kalt, der Eismatsch klebrig vom Blut. Er vermied es, das Gesicht mit den versehrten Augen anzusehen. Als er den Senkstein hineinschob, wurde der Körper sofort in die Tiefe gesogen und verschwand. Er erinnerte sich an das Begräbnis von Karl-Heinz Richter. Jetzt würden er und Stefan Dorflinger sich bald auf dem Kirchhof treffen, der 160 Meter unter der Oberfläche lag. Zwei Männer ohne Augen, zwei Männer, die in fünf bis sechs Minuten sacht zu Boden gesunken waren. Jetzt hatte er selbst einen Menschen getötet. Er hatte kaltblütig gehandelt, überlegt, ohne Zögern oder Reue. Da unten in der Tiefe sinken zwei Menschen zu Boden, dachte er. Der eine ist ein deutscher Deserteur, den ich totgeschlagen habe, der sich mir in den Weg stellte. Aber da ist noch einer, der mit einem unsichtbaren Senkstein um den Hals versinkt. Das bin ich, der jenige, der ich war, oder möglicherweise der, von dem ich endlich weiß, dass ich es bin. Um nicht umzufallen, setzte er sich aufs Eis. Was habe ich getan, dachte er, starr vor Schreck. Er erhob sich und wollte sich hinabstürzen. Da stand plötzlich Christina Tacker an seiner Seite und sagte, du bist nicht derjenige, der sterben soll. Es sind deine Feinde, die sterben. Leutnant Jakobsson, dich verachtete, fiel um und starb. Du lebst und die anderen sterben. Vergiss niemals, dass ich dich liebe. Dann war sie wieder verschwunden. Die Liebe ist unbegreiflich, dachte er. Unbegreiflich, aber vielleicht unüberwindbar. Er blieb eine halbe Stunde am Eisloch und kehrte dann zur Schere zurück. Bald würde auch das Eisloch zugefroren sein. Hinter ihm gab es keinen Weg mehr. Hinter ihm gab es nichts. Sarah Friedrika wusste sofort, dass etwas geschehen war. Sag es, sagte sie. Warte nicht, sag es sofort. Er ist tot. Ist das Eis gebrochen? Er muss ein Loch ins Eis gehauen haben, als er beim Bohren alleine draußen war. Er trat nur direkt hinein und versank. Sie schüttelte den Kopf. Er hat sich das Leben genommen, sagte Lars Tobias und leitet. Er sagte kein Wort. Er kam nur aus dem Nebel hervor, ging direkt zu dem Loch und trat hinein. Es gibt keinen Zweifel, er wollte sterben. Nein, er wollte nicht sterben, er wollte leben. Sie war entschieden. Er wollte nicht sterben. Sie stützte sich mit den Händen an der Wand ab. Als er ihr helfen wollte, stieß sie ihn mit der Hand zurück. Ich kann das nicht verstehen, sagte sie. Du musst dich getäuscht haben. Er war so furchtbar ängstlich, dass er schließlich nicht mehr aushielt. Ich meinte, ich hätte einen Schrei gehört. Das muss ein Vogel da draußen im Nebel gewesen sein. Wenn er mich mit seinen Händen berührte, hatte er keine Angst. In diesen Händen war kein Selbstmord. Es gab ihm Dass ich ihn umgebracht habe und dass sie jetzt wählen kann, ob sie hier bleiben oder mir folgen will. Er hat Dinge gesehen, die er nicht aushalten konnte, sagte er. Er hat den Krieg gesehen. Er ist davor geflüchtet und die Verfolger fraßen ihn von innen auf. Sie ließ ihn stehen und rannte den Pfad zur Bucht hinunter. Er folgte ihr vorsichtig. Aber noch mehr tat er sich selbst leid. Verstand sie nicht? Sie war es, die ihn zum Töten gezwungen hatte, indem sie den Deserteur in Haus und Bett aufgenommen hatte. Er kehrte in die Hütte zurück, setzte sich und wartete. Sie ließ sich Zeit. Aber als sie kam, kam sie zu ihm, zu keinem anderen. In dieser Nacht teilten sie die Pritsche zum zweiten Mal. Für einen kurzen, schwindelerregenden Augenblick meinte er, den Duft von Christina Tackers Körper zu spüren, ihren keuchenden Atem. Dann war er wieder zurück. Ihre langen Haare hüllten ihn ein, als hätte er sich in einem Netz verfangen und würde zu einem Punkt hingezogen, an dem er schier zerbrach. Danach waren sie still, regungslos. Er konnte nicht ausmachen, ob sie war da, er war da. In der Morgendämmerung wurde er davon wach, dass sie ihn betrachtete. Ihr Gesicht war sehr nahe. Ich muß dich bald verlassen, sagte er, aber ich komme zurück. Ich komme und hole dich hier weg. Das hoffe ich, antwortete sie. An irgendetwas muß ich glauben, sonst geht es nicht. Frühmorgens am 27. Februar verließ er sie. Er hatte sich darauf vorbereitet, zum Festland zu gehen. Sie begleitete ihn bis zum Eisrand. Die Katze, sagte er, als sie sich verabschieden wollten, ich habe hier auf der Insel einmal eine Katze gesehen, aber du hast gesagt, es gäbe keine. Ich weiß nicht, warum ich gelogen habe. Natürlich gibt es eine Katze, aber ich weiß nicht, wo sie geblieben ist. Ich dachte, du solltest es vielleicht wissen, sagte er. Stefan Dorflinger hat sie mit einem Stein erschlagen und aufs Eis geworfen. Ich weiß nicht, warum, aber ich dachte, du solltest es wissen. Sie antwortete nicht. Der Abschied war unbeholfen. Ein Handschlag, sonst nichts. In der Morgendämmung des zweiten März kam er in Stockholm an. Vor dem Hauptbahnhof blieb er zusammen mit seinen Säcken und einem Gepäckträger stehen, ohne zu wissen, wohin er wollte. Erst gab er seine eigene Adresse an, überlegte sich dann anders und nannte den Namen eines kleinen Hotels am Norra Bantorjet. Der Gepäckträger verschwand im Schneegestöber und Lars Tobias Sons Wartmann kehrte zum Hauptbahnhof zurück. Im Speisesaal der ersten Klasse bestellte er Frühstück, aber das Essen blieb ihm im Hals stecken und er musste auf die Toilette rennen und sich übergeben. Die Kellnerin sah ihn fragend an, als er mit Tränen in den Augen zurückkehrte. Sie sieht es, dachte er. Sie sieht, dass ich einen Menschen getötet habe. Er zahlte und ging. Die Stadt und das Schneetreiben machten ihn schwindelig im Kopf. Er kam zu dem Hotel, wo der Gepäckträger wartete. Als der Portier sagte, dass alles völlig ausgebucht sei, bekam er einen Wutanfall. Der Portier wurde blass und gab ihm ein Zimmer, das eigentlich schon reserviert war. Der Gepäckträger brachte die Säcke hinauf. Lars Tobias Swartmann schloss die Tür, verriegelte sie und legte sich aufs Bett. Er schloss die Augen und drückte das Lot an die Brust. Niemand wusste, wo er sich aufhielt. Niemand wusste, wohin er unterwegs war. Am aller wenigsten er selbst. Gegen elf ließ der Schneefall nach. Er fasste seinen Entschluß. Den Tag und die Nacht über würde er im Hotel bleiben. Dann würde er nach Hause zu Christina Tacker gehen. Die Ereignisse auf Halsscher verblassten langsam. Am Abend ging er aus. Am Bahnhof nahm er eine Droschke und ließ sich zum Grand Hotel fahren. Gerade als er den Speisesaal betrat, drehte sich ein Mann zu ihm um. Es war sein Schwiegervater Ludwig Tacker. Lars Tobias Sons Wartmann sah keine Möglichkeit zu entrinnen. Ludwig Tacker stellte ihn dem Mann in seiner Begleitung vor und bat den Mann Ich habe gestern mit meiner Tochter gesprochen, sagte er. Sie war tief beunruhigt, weil du nichts von dir hast hören lassen. Mein Auftrag ist geheimer Natur. So verdammt geheim kann er nicht sein, dass man seiner Frau keinen Gruß schicken kann. Wann bist du zurückgekommen? Ich bin vor etwa einer Stunde in Stockholm angekommen, erwiderte er. Ich bin noch nicht zu Hause gewesen. Erst muss ich einige meiner Vorgesetzten treffen, um einen Bericht vorzulegen. Ludwig Tackers Augen waren schmal und kalt. Im Speisesaal vom Grand Hotel geheime Verhandlungen? Wir treffen uns in einem Nebenraum. Ich wollte nur sehen, ob ich der Erste bin. Ludwig Tacker beugte sich rasch näher zu ihm. Ich glaube dir nicht, sagte er. Ich habe dich nie gemocht, nie verstanden, warum Christina dich zum Mann genommen hat. Ludwig Tacker verließ den Speisesaal. Lars Tobias und Zwartmann begab sich zu Grands Kaffee und fingern zu trinken. Sein Schwiegervater hatte ihn durchschaut. Nun musste er seine Erklärung wiederholen, wenn er Christina Tacker am nächsten Tag sah. Er würde ihr alles erklären, sich dafür entschuldigen, dass er im Hotel übernachtet hatte und dann ganz ruhig an ihrer Seite sitzen. Sie würde erzählen, was in der Zeit seiner Abwesenheit geschehen war. Er würde zuhören und über seine Expedition in die fernen Eisweiten am offenen Meer würde er nur sagen, dass er froh war, alles hinter sich zu haben. In dieser Nacht träumte er von einer großen Tiefe. Er hielt sein Lot in den Händen wie ein Gewicht und sank durch ein Meer, in und schon während er mit dem Lot in den Händen langsam hinabsank, wusste er, dass sich der Meeresboden auf 15.345 Metern befand. Es war eine schwindelnde Tiefe und darin verbarg sich ein Geheimnis. Ganz da unten gab es eine Welt und ein Leben, die dem entsprachen, was er selbst lebte. Er sank der Tiefe entgegen, sacht, ganz ruhig, ohne Eile. dass er den Boden nicht erreichen könnte. Er hatte diesen Traum schon oft gehabt, war aber früher immer aufgewacht, bevor er den Boden erreichte. So war es auch jetzt. Die Enttäuschung darüber, dass er den Boden nicht erreicht hatte, schlug in den intensiven Wunsch, um Ludwig Tacker zu töten. Irgendwo gibt es auch für ihn ein Loch im Eis, dachte er. Einmal wird auch Ludwig Tacker auf den Meeresboden sinken, mit Eisenstücken, die an seinem Körper befestigt sind. Sein Schwiegervater war ihm zuvor gekommen. Christina Tackers Überraschung, ihn zu sehen, war gespielt. Das Dienstmädchen nahm ihm den Mantel ab und verschwand. Ich bin gestern erst spät in die Stadt gekommen. Ich wollte dich nicht erschrecken. Du hättest mich nicht erschreckt. Sie nahm seine Hand und zog ihn in das Zimmer, das mitten in der Wohnung lag. Das wärmste Zimmer im Winter, das kühlste im Sommer. Auf einem Tisch standen Blumen. Er war sofort auf der Hut. Sie kaufte nie Blumen. Ich erwarte ein Kind. Ich habe darauf gewartet, es dir sagen zu können. Freust du dich? Natürlich freue ich mich. Das Kind soll im September zur Welt kommen. Er rechnete im Kopf nach und wußte sofort, wann es gezeugt worden war, in der ersten Nacht nach seiner Heimkehr im Dezember. Ich hatte Angst, ich wußte nicht, wie du reagieren würdest. Ich habe mir immer ein Kind gewünscht. Sie streckte die Hand aus. Sie war kalt. Sarah Friedrikas Hände waren immer warm gewesen. Er hielt ihre Hand und sehnte sich intensiv zurück nach Halsscher. Als er übers Eis gegangen war, hatte er gedacht, er würde niemals wiederkehren. Sarah Friedrika würde da sein und auf ihn warten. Christina Thacker sagte etwas, was er nicht verstand. Er dachte an Sarah Friedrika und fühlte sein Begehren wachsen. Das, wonach er sich sehnte, war woanders. Nicht hier, im wärmsten Zimmer, in der Walling Orta. Das Leben wird sich verändern, sagte sie. Das Leben wird so werden, wie wir es uns vorgestellt haben, antwortete er. Er stand auf und ging zum Fenster hin, da er ihr nicht in die Augen sehen konnte. Er hörte, wie sie das Zimmer verließ. Ihre Schritte waren leicht. Es gab einen Klang, als sie ihre Porzellanfiguren herumschob. Er machte die Augen zu und dachte, jetzt sinke ich dem Punkt entgegen, an dem es keinen Boden gibt. Am folgenden Tag verließ er die Wohnung gegen neun. Er zwang sich schnell zu gehen, um die Müdigkeit abzuschütteln. In der Nacht hatte er nicht schlafen können. Als Christina Tacker eingeschlafen war, hatte er den Duft ihrer Haut eingeatmet und dann vorsichtig das Bett verlassen. Er war in der Wohnung herum gegangen und hatte zu verstehen versucht, was gerade geschah. Er war im Begriff, die Kontrolle über sein Dasein zu verlieren. Das war ihm noch nie zuvor passiert. Seine Instrumente wirkten nicht mehr. Als er auf dem Schepsholmen ankam, war er außer Atem. Er wartete, bis der Pult sich wieder normalisiert hatte, bevor er durch die hohe Tür eintrat. Lars Tobias und Zwartmann gingen durch die hallenden Korridore und meldete sich bei einem Leutnant namens Berg. Leutnant Berg betrachtete ihn erstaunt. Niemand hat ihre Ankunft angekündigt, weder sie noch jemand anders. Das hole ich jetzt nach. Ich habe nicht damit gerechnet, schon heute vorgelassen zu werden. Ich bin nur gekommen, um meine Ankunft zu melden. Leutnant Berg warf einen Blick auf den großen Ordner, der vor ihm auf dem Tisch lag. Am 7. März hat der Ausschuss seine reguläre Sitzung. Da können Sie vorsprechen. Bringen Sie die Karten mit. Bereiten Sie Ihren Vortrag sorgfältig vor, die Zeit ist begrenzt, die Admirale sind nervös. Ich habe noch ein Anliegen, sagte Lars Tobias und Zwartmann. Ich möchte zwei Monate unbezahlten Urlaub beantragen, mit sofortiger Wirkung. Der Grund ist Erschöpfung. Jedermann in diesen Zeiten ist erschöpft, sagte Leutnant Berg. Die Admirale kauen an ihren Schnurrbärten, die Kommandanten bekommen Schlaganfälle, die Bootsmänner saufen und fallen ins Meer und die Kanonenbesatzung zielt ungenau. Wer zum Teufel ist nicht erschöpft? Ich will die Flotte nicht mit einer Krankscheibe umbelasten. Lieber beantrage ich unbezahlten Urlaub. Unbezahlter Urlaub wird in diesen Tagen selten bewilligt. Die Kriegsmacht braucht alle ihre Ressourcen. Ihr Antrag wird kaum freundliche Reaktionen hervorrufen. Ich werde trotzdem einen Urlaub beantragen. Leutnant Berg zuckte mit den Schultern. Reichen Sie ein schriftliches Gesuch spätestens bis morgen Nachmittag bei mir ein. Ich werde dafür sorgen, dass es noch in dieser Woche behandelt wird. Lass Tobias und Schwartmann schlug die Hacken zusammen und verließ Dichte dachte er verächtlich. Sarah Friedrika liest bestimmt keine Poesie. Sie weiß wohl kaum, was das ist. Er setzte ein bekümmertes Lächeln auf. Ich habe heute einen neuen Auftrag bekommen, sagte er. Das bedeutet, dass ich periodisch wieder auf Reisen sein werde. Mich erwarten jedoch keine wirklichen Strapazen, keine Eiswanderungen, keine langen Aufenthalte auf Schiffen draußen im Meer. Was sollst du tun? Wie üblich ist der Auftrag geheim. Du weißt, dass ich nichts davon erzählen kann, selbst wenn ich es wollte. Der Krieg ist die ganze Zeit sehr nah. Alles was ich habe ist eine Postadresse, sagte sie. Das Feldpostamt in Malmö. Aber ich weiß nie, wo du bist. Sie saßen in dem warmen Zimmer. Das Dienstmädchen hatte frei. Im Haus war es still. Ich kann nur so viel sagen, dass ich mich auf der anderen Seite von Schweden befinden werde. Einen Teil der Zeit werde ich mich in der Festung von Karlsburg aufhalten, am Wettersee. Dann werde ich unter größter Geheimhaltung nach Maastrand verlegt werden. Nichts davon darfst du irgendjemand verraten. Sie drückte seine Hand. Ich will dich hier haben. Ich will nicht hier sein. Ich habe Angst vor dem Kind, vor diesen Zimmern, vor allen Porzellanfiguren und ihren toten Augen. Ich liebe dich, aber ich will nicht hier sein. Ich liebe deinen Duft, aber ich fürchte mich vor dem Tag, an dem der Duft fort ist. Ich habe Angst davor, dass ich aus einem Traum aufwachen werde, ohne zu wissen, was er bedeutet. Sacht strich er mit unser Kind einen Vater haben, der die neun Monate Wartezeit dazu genutzt hat, in den Rängen zu steigen. Ist es ein ehrenvoller Auftrag? Er beugte sich näher zu ihrem Gesicht hin und flüsterte Ich werde Fregatten Kapitän. Er kostete das Wort aus und lächelte. Das freut mich, das wird meinem Vater gefallen. Es ist notwendig, dass das, was ich erzähle, unter uns bleibt. Du darfst es nicht einmal ihm sagen. Geduldig fuhr er fort, ihr zu erklären, dass er bald zurück wäre. Es gäbe keine Gefahr, er würde nur seine Pflichten erfüllen. Nichts ist wichtiger als das Kind, sagte er. Die Pflicht muss erfüllt werden, aber das Kind ist das Wichtigste. Ich möchte, dass unser Sohn Ludwig heißt, nach meinem Vater. Wenn es eine Tochter wird, soll sie Laura heißen, nach meiner Schwester. Ich habe ihm immer gewünscht, so zu heißen, als ich ein Kind war. Er lächelte immer noch. Wann reist du habe, wie eine Spur, die langsam verwischt wird. Drei Tage später nahm er auf Scheps Holmen ein Schreiben entgegen. In einer ausführlichen Begründung stellte der Ausschuss fest, dass Kapitän Lars Swartmann seine Aufträge stets mit äußerster Genauigkeit und Kompetenz ausgeführt habe. Der Ausschuss hielt es daher für angebracht, Lars Swartmann den gewünschten unbezahlten Urlaub zu bewilligen. Das exakte Datum für seinen Wiedereintritt würde später festgelegt werden. Er dachte an Christina Tacker und das Kind, unterwegs war. Aber vor allem dachte er an die Frau, die er nach seinem Beschluss nie wiedersehen würde. Vor dem Kontor der Handelsbanken am Kungstallet Gordon blieb er stehen. Es überraschte ihn, dass es ihm keinerlei Unruhe bereitete, von seinem Kapital zu zehren. Früher hatte er sich immer für sparsam gehalten, an der Grenze zum Geiz. Jetzt verspürte er plötzlich ein Bedürfnis, aus dem Vollen zu schöpfen. Bankier Hockanson hatte einen unsteten Blick und feuchte Hände. Lars Tobias und Zwartmann folgte ihm die Treppe hinauf in ein Zimmer. Der Krieg ist natürlich beunruhigend, sagte Bankier Hockanson, aber die Börse An wieviel haben Sie gedacht, Kapitän Zwartmann? Gereizt sagte er, ich möchte darauf hinweisen, dass mein Nachname Tobias Zwartmann lautet. Es ist etliche Jahre her, seit ich meinen Namen geändert habe. Bankier Hockanson sah ihn fragend an. Dann fing er an, in seinen Papieren zu blättern. Ich bedauere, dass die Bank und ich ihre Namensänderung übersehen haben. Ich werde mich sofort darum kümmern. Bargeld, sagte Lars Tobias und Zwartmann, 10.000 Kronen. Wieder war Bankier Hockanson überrascht. Das ist eine große Summe. Es bedeutet, dass ein Teil der Wertpapiere veräußert werden muss. Das ist mir klar. Wann müssen Sie die Summe zur Verfügung haben? In einer Woche. Bankier Hockanson machte sich eine Notiz. Sollen wir sagen Mittwoch nächster Woche? Das passt mir gut. Lars Tobias und Zwartmann verließ die Bank. Es ist, wie wenn man sich einen Rausch antrinkt, dachte er. An diesem Abend sprachen sie über den bevorstehenden Auftrag. Ich habe immer Angst, wenn du verreist, sagte sie. Eine Reise birgt immer eine Gefahr, dachte er. Besonders diesmal, wo die Reise nicht einmal existiert. Deine Angst ist unbegründet, antwortet er. Vielleicht wenn wir in den Krieg hineingezogen würden, aber das sind wir nicht. Die Minen, all diese schrecklichen Sprengungen, Schiffe, die innerhalb von wenigen Sekunden untergehen, ich werde weit vom Krieg entfernt sein. Bei meiner Arbeit geht es darum, dass so wenig Schiffe wie möglich von der Katastrophe betroffen werden. Was ist das eigentlich, was du machst? Ich bewahre ein Geheimnis und schaffe neue Geheimnisse. Der Merz zog sich mit Warten dahin. Bei mehreren Gelegenheiten suchte er das Hauptquartier der Marine auf, ohne eine Erklärung dafür zu erhalten, warum die schriftliche Bestätigung über die Dauer des ihm zugesagten Urlaubs so lange auf sich warten ließ. Alle versicherten übereinstimmt, dass nichts geschehen sei, was die Situation verändert habe. Es ging nur um bestimmte Abläufe, die wegen des Kriegs ins Stocken geraten waren. Lars Tobias Sons Wartmann war ungeduldig. Die Warterei zehrte an ihm. Es war schon der 29. März. Er wollte so bald wie möglich in Richtung Süden aufbrechen. Würde Sarah Friedrika noch da sein und auf Eines Tages fand Christina Tacker die große Geldsumme, die er bei der Handelsbanken geholt hatte. Das Geld lag unter einem Kalender auf seinem Arbeitstisch. Ich lasse das Mädchen deinen Arbeitstisch nicht anrühren. Den mache ich selber sauber. Eine Banknote schaute heraus. Ich habe all dieses Geld gesehen. Das stimmt. Es liegt eine große Geldsumme auf dem Tisch. Aber wieso? Wenn der Krieg kommt, kann es sein, dass die Banken zumachen. Ich habe Vorsorge getroffen. Sie fragte nicht weiter. Ich bin immer davon ausgegangen, dass meine Frau nicht in meinen Papieren schnüffelt. Sie zitterte vor Erregung, als sie antwortete, ich stöbere nicht in deinen Papieren. Warum wirfst du mir etwas vor, was nicht wahr ist? Dann sprechen wir nicht mehr über die Sache. Sie aber er verspürte keinerlei Reue. Bald ist die Wartezeit vorbei, dachte er. Irgendwann, in einer fernen Zukunft, werde ich ihr vielleicht erklären können, dass sie mit einem Mann verheiratet war, der nie ganz und gar sichtbar war. Nicht einmal für sich selbst. Zwei Tage lang herrschte Schweigen. Am dritten Tag kehrte die Normalität wieder ein. Christina Tacker lächelte. Lars, Tobias und Zwartmann erwiderte ihr Lächeln. Draußen hatte der Schnee angefangen zu schmelzen. Am dritten April bekam er die Bestätigung für einen unbezahlten Urlaub, der bis zum 15. Juni 1915 galt. Er könnte nur dann widerrufen werden, wenn Schweden direkt in den Krieg hineingezogen würde. waren schon gepackt. Am fünften April nahm er von seiner Frau Abschied. Sie begleitete ihn zum Bahnhof. Sie winkte. In Kathrineholm stieg er aus dem Zug und kaufte eine neue Fahrkarte nach Norrschöpping. Er leerte seine Koffer und verstaute den Inhalt in seinen beiden Säcken. Nachdem er die Namensschilder entfernt hatte, ließ er die Koffer im Schatten eines Gepäckwagens stehen. Das Eis war weicher geworden, aber es lag immer noch bis weit hinaus zu den äußersten Schären. Ein Dunstschleier hing über dem Himmel. Er ging schnell. Hin und wieder blieb er stehen und richtete den Feldstecher auf das Gebiet, das er schon hinter sich hatte. Natürlich folgte ihm niemand. Auch diesmal machte er Rast auf Armnö. Es war seine dritte Nacht. Er aß sein Konservenfleisch und machte Feuer. Er war ungeduldig. Am folgenden Tag stand er früh auf und setzte die Wanderung übers Eis fort. Wind war aufgekommen. Ein Am Nachmittag näherte er sich Halscher. Das Eis war immer noch weich. Die Säcke, die er an dem Zuggeschirr schleppte, sogen Feuchtigkeit auf und wurden immer schwerer. Dreimal blieb er stehen und maß die Dicke des Eises. Das Meer drängte von unten herauf. Er zitterte, als er die Schärfe am Feldstecher einstellte. Es stieg Rauch aus dem Kamin. Er hatte sich vorgestellt, daß er Erleichterungen empfinden würde. Stattdessen wurde er unschlüssig. Ich kehre um, dachte er. Ich muß Schluss machen mit diesem Wahnsinn. Ich kehre zurück. Dann ging er weiter auf die Schere zu. Ich werde anklopfen, dachte er. Ich werde die Tür öffnen und eintreten. Wenn ich die Tür hinter mir zumache, werde ich sofort nach einem Ausgang zu suchen anfangen. Bevor Sarah Frederica riss sie auf. Sie hatte andere Kleider an, geflickt, verschlissen, aber sauber. Ihre Haare waren nicht mehr verfilzt, sie hatte sie hoch gesteckt. Sie zitterte. Er hatte noch nie eine solche Freude gesehen. Ich wusste, daß du kommen würdest, sagte sie. Ich habe gezweifelt, aber ich habe nicht aufgegeben. Ich habe doch gesagt, daß ich kommen werde. Es Sie gingen hinein. Sie hatte aufgeräumt. Vieles war weg, Lumpen, Flickenteppiche, aber das Fell des verrückten Fuchses war noch da. Er legte die Säcke ab. Sie packte ihn. Sie begann an seinen Sachen zu ziehen und zu zerren. Sie landeten auf dem Fußboden vor der Feuerstelle. Danach zogen sie sich schweigend an. Er betrachtete heimlich ihren Rücken. Als sie er, dass ihr Blick anders war. Er kannte diesen Blick. Er hatte ihn schon einmal gesehen. Sie hatte den gleichen Ausdruck in den Augen wie seine Frau, als sie ihm erzählt hatte, dass sie schwanger war. Sarah Friedrika erzählte es ihm am folgenden Tag, wie etwas Selbstverständliches. Sie gingen am Strand entlang und sammelten Brennholz. Ich bekomme ein Kind, sagte sie. Ich habe es geahnt, sagte er. Sie betrachtete ihn abwartend. Verschwindest du jetzt wieder? Warum sollte ich das tun? Ein Kapitän und ein Weibsbild vom Meer? Was hätte das für eine Zukunft? Wir stehen an einem Abgrund. Ich bin gekommen, um dich zu holen. Du sollst wissen, dass ich mich entschieden habe. Über das Kind bin ich froh, auch wenn du nicht zurückgekommen wärst. Ich Sie fuhr fort, ihn zu betrachten. Er hatte das Gefühl, als würde ein Seil um ihn herum festgezorrt. Am 19. April kam ein kräftiger südwestlicher Wind und brach die letzten Reste von Eis auf, die noch die Buchten bedeckten. Sie gingen auf den Berg hinauf und sahen, dass sie vom offenen Meer umgeben waren. Am Tag danach ließen sie die Segeljolle zu Wasser. Er blieb am Ufer stehen, während sie hinausguderte, um zu kontrollieren, ob der Boden dicht war und das Segel keine Risse hatte. Ich segle einmal um die Insel herum, rief sie. Vom Gipfel des Berges aus folgte er ihr mit dem Feldstecher. Plötzlich drehte sie ihm ihr Gesicht zu, lächelte und winkte. Weiter draußen am Horizont tauchte ein anderes Segel auf. Im Feldstecher sah er, dass es ein Küstensegler war, der von Osten kam. Er stand unten in der Bucht und wartete, bis sie die Landzunge umrundet hatte. Sie zogen das Boot ein Stück aufs Land und erschlang ein Tauende um einen der Senksteine. Es ist ganz trocken, kein Wasser, das einsickert. Hast du gesehen, dass ich zu dir gesprochen habe? Der Küstensegler? Es ist ein Schiff aus Orland, sagte sie. Er kommt immer im Frühling her. Er heißt Olaus. Er kommt immer mit dem Beiboot hierher gerudert und erkundigt sich, ob ich etwas vom Land brauche oder ob ich Briefe habe, die er mitnehmen und aufgeben soll. Briefe? Er sah sie fragend an. Olaus ist nett. Er glaubt, ich hätte vielleicht jemanden, dem ich schreiben kann. Sie gingen ins Haus. Ich habe einen Brief, sagte er. Ich habe dich keinen Schreiben sehen. Es ist noch nicht getan. Jetzt, wo ich weiß, dass ihn jemand mitnehmen kann, werde ich ihn schreiben. An wen musst du schreiben? An die Sefer Messer, die Kapitänin in Stockholm. Ich habe Beobachtungen zu melden. Was hast du gesehen, was ich nicht gesehen habe? Er wurde wütend, aber er zeigte es nicht. Als sie hinaus gegangen war, nahm er Papier und Umschlag aus einem der Säcke und setzte sich an den Tisch. Die Buchstaben formten sich mit Mühe. Der Brief war ein einziges langes Ausweichen. Er handelte davon, warum er an der Ostküste abgestempelt war. Komplikationen, plötzliche Umstellungen, Aufträge, die rückgängig gemacht worden waren, alles genauso geheim. Eigentlich dürfte er den Brief gar nicht schreiben, aber er tat es trotzdem. Er fügte hinzu, ich bin bald wieder zu Hause. Es ist noch kein Datum festgesetzt, aber es wird vor dem Sommer sein. Ich denke ständig an dich und das Kind. Er ging zum Fenster und sah die Frau da draußen. Für einen kurzen Augenblick glitten die Gesichter zusammen. Die eine Hälfte war von Christina Sie kam herein und setzte sich aufs Bett. Kannst du mir nicht einen Brief schreiben? Wenn du hinausgehst, ich muss allein sein, wenn ich schreibe. Sie ging hinaus. Er klebte den Brief an seine Frau zu und schrieb dann ein paar Zeilen an Sarah Friedrika. Ich freue mich darauf, ein Kind zu bekommen, nachdem ich meine Tochter Laura auf so tragische Weise verloren habe. Ich träume von dem Tag, an dem wir aufbrechen können. Er unterzeichnete den Brief, legte ihn in einen Umschlag und klebte ihn zu. An Sarah Friedrika Halsscher. Der Mann, der Olaus hieß, ging nördlich der Schere vor Anker und ruderte in die Bucht hinein. Es war ein älterer Mann mit steifen Beinen. Der Besuch war kurz. Lars Tobias Svartmann gab ihm die Briefe und Geld für die Brief Marken. Sie möchte einen Brief bekommen, sagte er. Natürlich soll Sarah einen Brief bekommen, antwortete Olaus. Ich gebe sie in Waldemars Wieg auf. Es war der 9. Mai, das Wetter war warm, das Meer ruhig. Sie standen früh auf, um Netze einzuholen und ruderten der Morgensonne entgegen. Er genoß den Morgen, vermisste nichts, war für einen Augenblick ganz von Messungen und Entfernungen befreit. Sie streckte sich nach den Korkschwimmern, stand auf, stemmte sich mit den Füßen ab und begann zu ziehen. Es gab sofort einen Widerstand. Halte dagegen, wir sitzen in irgendwas fest. Sie zerrte und zog. Langsam kam das Netz herauf, aber es war schwer. Was ist es? fragte er. Wenn es ein Fisch ist, dann ist er groß. Wenn es Krempel vom Boden ist, dann ist er schwer. Das Netz war beinahe leer, bis auf einzelne Kaulbarsche und ein paar Dorsche. Er beugte sich über den Rand, um zu sehen. In diesem Moment ließ sie das Netz los und schrie. Sie sank im Heck zusammen und verbarg das Gesicht in den Händen. Das Netz hatte sich am Lederstiefels war. Er brauchte nicht zu fragen. Sie hatte ihren toten Mann ins Netz bekommen. Rudere, schrie sie, weg von ihr. Dann warf sie sich gegen ihn und fing selbst an zu rudern. Er sah ihre Angst, spürte die Kraft in den Ruderschlägen. Sie waren weit von dem Fangplatz entfernt, als die Angst war jetzt in Verzweiflung umgeschlagen. Vom Netz ist nichts zu sehen, sagte er, aber ich weiß, wo die Stelle ist. Wie kannst du das wissen, wenn nichts zu sehen ist? Ich weiß es, sagte er, das gehört zu meinem Beruf. Ich kann das mehr lesen, sehen, was man nicht sieht. Es ist hier, sagte er, aber das Ankerseil ist zu kurz. Ich erreiche nicht den Boden. Ich muss ihn heraufholen. Ich weiß, wo es ist. Wir können hierher zurückkehren. Du hast eine Seilwinde unten in der Bucht, die mit dem Draggen verbunden werden kann. Sie misst 40 Meter, das reicht. Er wartete nicht auf Antwort, sondern ruderte zurück nach Halscher. Sie saß schweigend im Heck, zusammengesunken wie nach einer viel zu großen Anstrengung. herausziehen, du musst nicht mitkommen. Sie antwortete nicht. Als er hinausguderte, stand sie regungslos da und sah ihm nach. Er ließ den mehrarmigen Anker in die Tiefe senken. Beim vierten Versuch spürte er einen Widerstand. Er stand im Boot auf und zog. Das Netz kehrte zurück und darin befanden sich noch die Knochenrechts und der Lederflicken. Es war ein Stück von einem Stiefel, hängen geblieben war. Ein rostiger Nagel steckte im Leder. Er zog das Netz an Bord. Es waren zappelnde Fische darin, eine unbegreifliche Lebenskraft mitten in all dem Tod. Er nahm die Gebeine, die Kaulbarsche und das Seegras heraus und warf das Netz wieder aus. Er betrachtete die Gebeine. Ein Teil eines Unterarms, eine abgebrochene Rippe und die Reste des linken Fußes. Als er zurück zur Hütte kam, war sie leer. Er legte die Gebeine ab und begann, Sarah Friedricha zu suchen. Er fand sie weit im Norden. Sie hatte sich in einer Felskluft zusammengekrümmt, sich ins Heidekraut gepresst, lag mit offenen Augen da, ohne zu sehen. Er setzte sich neben sie. Nichts ist so einfach, wie Kontrolle über leidende Menschen zu bekommen, dachte er. Er erinnerte sich an seine Mutter, weinend, allein in einem der dunklen Zimmer, die in der Kindheit sein Zuhause waren. Er wartete. Es vergingen 32 Minuten. Dann stand sie auf und verließ rasch die Felskluft. Sie ging ins Haus. Er wollte gerade die Tür aufmachen, als sie wieder heraus kam und hinunter zur Bucht eilte. Er blieb ganz still stehen. Plötzlich sah er Rauch und nahm den Geruch von Teer wahr. Als er hinkam, hatte sie eine Teertonne angezündet und steckte Netze und Reusen ins Feuer. Du kannst dich verbrennen, schrie er, du kannst brennenden Teer abbekommen. Er zerrte an ihr, doch sie weigerte sich, sich zu bewegen. Da schlug er sie hart ins Gesicht. Als sie sich aufrichtete, schlug er noch einmal. Da blieb sie sitzen. Er kippte die Tonne um und beförderte sie mit Herz von Teer und Blut, der Rock bis zum Bauch hochgezogen. Er dachte daran, dass dort ein Kind war, ein Kind, das existierte, ohne sichtbar zu sein. Er half ihr auf. Ich muss weg, sagte sie, ich kann hier nicht länger bleiben. Wir werden die Insel bald verlassen, sagte er, bald, aber noch nicht sofort. Warum nicht jetzt? Mein Auftrag ist noch nicht beendet. Sie betrachtete ihre teer befleckten Hände. Ich habe die Gebeine geborgen und die Schwimmer abgeschnitten, sagte er. Das Netz ist fort. Es wird wieder an die Oberfläche kommen. Es treibt mit den Strömen, die in der Tiefe sind. Es kommt nie wieder zur Oberfläche, jedenfalls nicht hier. Sie sah sich um. Ich muss ihn begraben. Sie reihte die Knochen am Boden auf und hockte sich daneben. Sie murmelte, führte ein flüsterndes Gespräch mit den Gebeinen und sich selbst. Er beugte sich vor, um zu hören, was sie sagte, fing aber kein Wort auf. Dann stand sie auf und nahm das Fell des verrückten Fuchses. Sie wickelte die Gebeine und den Lederflicken darin ein und bat ihn, einen Spaten mitzunehmen. Das Grab entstand in einem nicht zu tiefen Spalt in den Klippen Absätzen im Westen. Sie schaufelte selbst. Sie wollte es ihn nicht machen lassen. Als der Spaten auf Stein stieß, legte sie das Fell hinein und bedeckte es mit der heraus geschaufelten Erde. Am selben Abend nahm sie die Pfeife und warf sie ins Feuer. Lars Tobias Sons Wartmann dachte, dass sie es ihm zuliebe Tat, die letzten Spuren ihres Mannes zu beseitigen. An diesem Abend griff sie heftig nach seinem Körper. Mit den Händen gab sie ihm zu verstehen, dass sie ihn nicht mehr loslassen würde. In einer Nacht Mitte Mai weckte sie ihn und legte seine Hand auf ihren Bauch. Das Kind strampelte. Er versuchte, sich die Kinder vorzustellen. Sarah Friedrikas Kind, Christina Tackers Kind. Das von Christina Tacker hatte ein Gesicht, das seine. Das von Sarah Friedrika glich den Skelett Teilen eines Fußes. Als sie eingeschlafen war, stand er vorsichtig auf und ging hinaus. Der Frühlingsabend war hell, feucht und ein schwacher Wind zog über die Klippen. Er stieg auf den höchsten Gipfel und sah aufs Meer hinaus. Plötzlich wurde er von Kraftlosigkeit übermannt. Das Begehren und die Lust waren vergangen. Wieder sah er nur den Schmutz und das Elend. Ich muß weg, dachte er. Ich muß die Schere ohne sie verlassen. Irgendwie werde ich ihr aus der Entfernung folgen, sie sehen, ohne dass sie mich sieht. Aus der Entfernung kann ich mein Kind erleben, aber hier kann ich nicht bleiben. Die Tage waren immer noch kühl, obwohl es Ende Mai war. Ein kräftiger, aber kurzer Sturm riss Steine und Mörtel aus dem Kamin. Er kletterte aufs Dach und reparierte den Riß. Als er hinunter klettern wollte, sah er ein Segelboot sich nähern. Das ist Helge, sagte sie, du erinnerst dich an ihn und seinen Sohn. Er machte sich bereit, hinunter zu gehen und das Segelboot zu empfangen. Ich will allein mit ihm reden, sagte sie, aber vom Fuß meines Mannes in dem Netz sage ich nichts. Er ging in die Hütte, legte sich schon Abend. Er ging hinunter zur Bucht. Ihre Segeljolle lag da, aber das fremde Boot war verschwunden. Auch Sarah Friedrika war verschwunden. Er suchte die ganze Schere ab, rief ohne Antwort zu erhalten. Erst als er an der steilen Nordseite angelangt war, fand er sie. Sie schlief. Neben ihr lag eine zerschlagene Flasche unter den Steinen. Sie erwachte mit einem Ruck und fing an zu husten. Der Schnapsgeruch schlug ihm entgegen. Er streckte die Hand aus, aber sie schlug sie lachend weg. Ich bin betrunken. Helga hat verstanden, dass ich etwas zu trinken brauche. Er hat immer Brandwein im Boot. Es kommt nicht oft vor. Morgen ist alles wieder wie gewöhnlich. Du kannst nicht über Nacht hier liegen bleiben. Ich erfriere nicht. Keine Vögel werden kommen und auf mir herumhacken. Ich muss hier liegen, damit ich mich wieder aufrichten kann. Sie streckte sich aus, zog den Rock hoch und machte die Beine lang. Du bekommst mich heute Nacht nicht ins Haus, aber du kannst hier liegen, wenn du willst. Sie griff nach seinem Bein und es gelang ihr beinahe ihn zu sich zu ziehen. Sie war stark. Als er sich loszureißen versuchte, lachte sie und hielt ihn auch fester. Hast du nicht verstanden? Ich werde den nicht loslassen, der mich von hier weg bringen soll. Ich hab's verstanden. Sie ließ ihn los und kauerte sich in der Kluft zusammen. Ich muss weg, dachte er. Eines Tages rammt sie mir die Axt in den Kopf, wenn sie erkennt, dass ich nicht der jenige bin, der sie retten wird. Er entdeckte, dass er Angst vor ihr hatte. Er konnte sie nicht kontrollieren, ob sie betrunken war oder nüchtern. Lass mich jetzt, sagte sie. Morgen ist alles wie gewöhnlich. Es gibt nichts Gewöhnliches, dachte er. Ich muss hier weg, bevor sie mich durchschaut. Am nächsten Tag wehte ein steifer Ostwind, es fiel ein leichter Niesel legen. Als er aufwachte, saß sie vor der Tür wie ein nasser, zitternder Hund. Später an diesem Tag fing er an, seinen Aufbruch vorzubereiten. Er sprach mit ihr, überzeugte sie davon, dass ihr Warten kurz sein würde. Er würde bald fortgehen, aber auch bald wieder da sein. Sie fischten weiterhin zusammen, schliefen miteinander und er versuchte die ganze Zeit, ihr in die Augen zu sehen. Nach einer Woche war er überzeugt. Sie glaubte, dass er zurückkommen würde. Er konnte von ihr wegfahren. Es war der siebte Juni in der Morgendämmerung. Sie segelten nach Norden und liefen mit gerefftem Segel sehr schnell auf die Scheren zu, wo sie nach Westen zur Einmündung von Sledbacken gelangen würden. Er saß am Mast und bediente das Segel. Sie sagten nicht viel. Sie segelten mit dem Wind durch den Sund von Stegeborg. An der Einmündung des Kanals warteten Segelfrachter an der ersten Schleuse. Sie lavierten sich zur Flussmündung durch und ruderten zu den Kais von Schöderköping. Der Abschied sollte kurz sein. Ihr letzter Eindruck musste sein, dass er die Wahrheit sprach, dass er wirklich nur seinen Auftrag zu Ende führen und seinen Vorgesetzten in Stockholm die Ergebnisse überreichen würde. Danach würde er sie von Hallscher wegholen. Er kletterte hinauf auf den Kai. Sie blieb unten im Boot. Segle heim, sagte er. Segel vorsichtig, bald bin ich wieder da. Er winkte ihr zu. Sie lächelte und winkte zurück. Er hoffte, dass sie ihm glaubte. Zwei Tage später war Lars Tobias und Zwartmann zurück in Stockholm. Vom Bahnhof aus fuhr er direkt nach Hause. Christina Thacker empfing ihn überrascht und glücklich. Auf dem Tisch im Flur lag eine Mitteilung von Schäpps Holmen, er möge sich schleunigst dort einfinden. Am nächsten Morgen fiel ein dünner Nieselregen. Lars Tobias Sons Wartmann wurde sofort vorgelassen. Zu seiner Überraschung erwarteten ihn nur zwei Männer. Der eine war der Vize-Admiral Hanson Liedenfeld, der andere ein Beamter mit blasser Haut. Als er sich auf den bereitgestellten Stuhl setzte, überkam ihn ein unangenehmes Gefühl. Der Vize-Admiral betrachtete ihn mit forschendem Blick. Sind Sie sich dessen bewusst, Kapitän Zwartmann, warum Sie hier sind? Nein, aber ich weiß, dass ich eine Verlängerung des Urlaubs beantragen muss. Warum das? Die Worte waren wie ein Trocken. Ich bin noch nicht wieder hergestellt. Der Vize-Admiral deutete ungeduldig auf einen Ordner, der auf dem Tisch lag. Wovon wieder hergestellt? Der einzige Grund, den Sie angegeben haben, ist Erschöpfung. Wer zum Teufel ist nicht erschöpft? Alle sind erschöpft. Die Welt ist erschöpft. Lars Tobias Svartmann machte sich bereit, die Umstände seiner Erschöpfung zu erläutern, als der Vize-Admiral die Hand hob. Sie sind aus einem ganz anderen Grund herbestellt worden. Es hat sich gezeigt, dass sie während ihres Urlaubs Reisen gemacht haben. Sie sind im Scherengebiet von Östergötland gesehen worden. Es sind Berichte eingetroffen. Verschiedene Leute haben sich gefragt, ob sie möglicherweise als Spion für Deutschland oder Russland arbeiten. Es gibt weitere Umstände in dieser Angelegenheit anzumerken. nicht zuletzt die Tatsache, dass sie behauptet haben, sie hätten Fehler auf den Karten gefunden, die sie selbst gezeichnet haben. Das hat sich als Lüge erwiesen. Eine völlige Klarheit war darüber nicht zu bekommen. Aber dass sie mit eigentümlich vagen Behauptungen und Handlungen zu Gange waren, ist offenbar. Was haben sie dazu zu sagen? Lars Tobias und Zwartmann blieb stumm. Der Vize-Admiral fuhr fort. Ich glaube nicht, dass sie so verdammt blöd sind, ein Spion zu sein. Aber sie haben unser Vertrauen missbraucht und Unordnung geschaffen. Sie haben sich als nicht zuverlässig erwiesen. Da nichts Unangebrachtes geschehen ist, da sie im Grunde ein tüchtiger Sefermesser sind, einer der Besten, die wir gehabt haben, verlangen wir nur, dass sie ihre Kündigung einreichen. Wenn sie sich weigern, müssen geben können. Ist das klar? Hanson Liedenfeld ließ die Hand auf den Tisch fallen. Sie haben 24 Stunden Zeit, um ihren Entschluss zu fassen. Es mag so scheinen, als wäre das eine unnötig dramatische Maßnahme von Seiten der Kriegsmacht. Doch bei der Unordnung, die in der Welt herrscht, ist der kleinste Fleck auf dem Banner der Marine eine Unmöglichkeit. Ich denke, sie verstehen das. Er zog eine Uhr aus der Tasche. Morgen um zehn finden sie sich hier ein. Das Treffen war beendet. Als Lars Tobias Svartmann das Zimmer verließ, musste er sich im Korridor mit einer Hand an der Wand abstützen, um nicht zu fallen. Auf der Treppe außerhalb des Marinestabs blieb er stehen. Der Schock war nicht gewichen. Aber Lars Svartmann dachte jetzt klar. Er war überzeugt. Es gab nur eine einzige Erklärung. Marine Ingenieur Wehlander war von den Toten auferstanden. Er war nicht entlassen worden, sondern hatte seinen Dienst wieder antreten dürfen. Aber zuerst hatte er einen schweren Verweis wegen der schludrigen Messungen bekommen, die er im Gebiet des Leuchtturms von Sandsenkern durchgeführt hatte. Natürlich war Wehlander völlig verständnislos gewesen und hatte darauf bestanden, seine Arbeit tadellos gemacht zu haben, bis der große Zusammenbruch kam. Er hatte verlangt, die Messresultate vorgelegt zu bekommen, die Lars Tobias Sons Wartmann abgeliefert hatte. Die Wahrheit war ans Licht gekommen. Am Abend saß er in dem warmen Zimmer und erzählte Christina Tacker von seinem künftigen Auftrag. Es dämpfte seine Unruhe, eine Reise zu beschreiben, die nie beauftragt hatten. Ohne jede Vorbereitung fing er an, vom Licht der Leuchttürme zu reden. Licht, das von einsam gelegenen Klippen ausgesandt wurde, um den Schiffen den richtigen Weg zu zeigen. Er sprach von der Schönheit der Richtfeuer, vom Zusammenspiel des roten, grünen und weißen Lichts. Er erschuf einen Auftrag, den buchen, ob man eine besondere Verteidigungslinie um unser Land ziehen kann, indem wir die Feinde mit verschiedenen Stärken der Lichter, die von den Leuchttürmen ausgehen, in die Irre führen. Das Licht der Leuchttürme messen. Vielleicht war er zu weit gegangen. Sie schlug die Augen nieder und strich mit den Händen über ihren Bauch. Wann fährst du ab? fragte sie. Es ist noch nicht entschieden. Der Beschluss kann kurzfristig fallen, aber ich werde nachdrücklich protestieren, falls man mich auf die Reise schicken will, wenn die Geburt kurz bevorsteht. Er stand auf und ging hinaus auf den Balkon. Er überlegte, wo Marine-Ingenieur Wehlander seine Wohnung hatte. Zwei Tage später hatte er herausgefunden, dass Marine-Ingenieur Wehlander auf Kungsholmen wohnte. Es wurde zu seinem neuen Auftrag, die Tage vor auszuverbringen. Es dauerte vier Tage, bis Wehlander sich zeigte. Zusammen mit seiner Frau und einem etwa 14-jährigen Mädchen trat er aus dem Haus. Früher oder später würde Wehlander allein sein, dachte er. Dann würde er sich ihm gegenüber stellen. Aus der Entfernung betrachtete er Wehlanders Gesicht. Blässe und Aufgedunsenheit waren verschwunden. Wehlander hatte es tatsächlich geschafft, von seinem Alkoholmissbrauch dünn. Sie blickte ihren Mann oft mit inniger Zuneigung an. Die Tage vergingen. Er wartete, stellte sich die Geduld eines Raubtiers vor. Die Gelegenheit kam eines Abends, nachdem er Wehlander eine Woche lang beobachtet hatte. Der Marineingenieur trat allein aus dem Haus. Es regnete. Er begann in Richtung Zentrum zu gehen. Er ging schnell, den Blick hielt er fest auf die Pflastersteine gerichtet. Dann bog er auf einen kleinen Pfad ab, der sich dicht neben dem schwarzen Wasser des Ridderfjärden dahinschlängelte. Der Pfad schien verlassen. Lars Tobias und Schwartmann schlang einen Schal um den unteren Teil des Gesichts. In der Tasche hatte er einen Hammer, dessen Kopf mit einer alten Socke überzogen war. Er holte den Hammer heraus und folgte Wehlander auf dem Pfad. Doch er traute sich nicht zu zu schlagen, sondern machte Kehrt und lief davon. Er verließ weiterhin morgens die Wohnung. Zu Christina Tacker sagte er, er gehe zu seiner geheimen Behörde. Die Tage verbrachte er in Museen und Cafés. Langsam versöhnte er sich damit, dass er sich nicht an Wehlander herangetraut hatte. Die Wut war noch da, aber er wusste nicht, auf welches Ziel er sie richten sollte. So vergingen einige Wochen. Christina Tackers Bauch wurde immer dicker. Erst wurde es leid, die Museen zu besuchen, dann die Cafés. Stattdessen machte er endlose Spaziergänge. Er dachte an Sarah Frederica und an die Schere draußen am offenen Meer. Eines Abends entdeckte er, dass er sich vor dem Haus befand, in dem Ludwig Tacker wohnte, dem Haus, in dem die verhassten Weihnachtsessen stattfanden. Ihm kam der Gedanke, dass der Schwiegervater regelmäßig einen Abendspaziergang machte. Eine Woche später folgte er seinem Schwiegervater durch die Straßen. Der Abend war windig, vereinzelte Regenschauer zogen vorüber. Er hatte den Schal und den Hammer mit dem Sockenkopf in seinen Mantel gesteckt. Als Ludwig Tacker aus der Haustür trat, eilte Lars Tobias Sons Wartmann los, um ihn an einer Stelle den Weg abzuschneiden, wo es sehr dunkel und meist ganz menschenleer war. Er versteckte sich in den Schatten an der Hauswand. Sein Schwiegervater ging so nah an ihm vorbei, dass er den Geruch seiner Zigarre wahrnahm. Lars Tobias Sons Sons Wartmann band sich den Schal vors Gesicht und griff nach dem Hammer. Sieben, acht Schritte, nicht mehr, dann hätte er ihn eingeholt. Ludwig Tacker drehte sich rasch um und hob zugleich seinen Stock. Wer sind Sie? schrie er. Was wollen Sie? Der Schreck überwältigte Lars Tobias Sons Wartmann. Er war im Begriff zu versinken. Um sich zu schlagen, war die einzige Möglichkeit, wieder an die Oberfläche zu kommen. Ludwig Tacker war stark. Er zog und zerrte und der Schal war halb heruntergerissen, als der Hammer ihn an der Nase traf. Es knirschte. Ludwig Tacker sackte zusammen. Lars Tobias Sons Wartmann lief weg. Er warf den Hammer in den Nibro Wiken, nachdem er den Schal am Schaft fest gebunden hatte. Die ganze Zeit fürchtete er, dass ihn jemand fassen würde. Ludwig Tacker hätte ihn um ein Haar entlarvt. Alles wäre zu Scherben zerfallen. Der Überfall auf Ludwig Tacker hatte Aufsehen erregt. Die Neuigkeit wurde in den Zeitungen groß herausgebracht. Alle waren sich einig, dass es sich bei dem Täter um einen Verrückten handelte. Aber sein Schwiegervater starb nicht. Er hatte einen Bruch des Kiefers erlitten, die Nase war ebenfalls gebrochen und er hatte sich ein tiefes Loch in die Zunge gebissen. Die behandelnden Ärzte stellten auch eine Gehirnerschütterung fest. Es war Abend. Christina Tacker hatte ihren Vater besucht. Lars Tobias Sons Wartmann saß in seinem Arbeitszimmer und studierte eine meteorologische Zeitschrift, als sie ins Zimmer trat. Ich will dich nicht stören, sagte sie. Du störst mich nicht, antwortete er. Ich habe über das nachgedacht, was geschehen ist. Wir müssen dankbar sein, dass er nicht schwerer verletzt wurde. Sie schüttelte den Kopf. Was ist das für eine Person, die versucht, einen Menschen zu töten, den sie nicht kennt? Es ist wie im Krieg. Man tötet keine Menschen, man tötet Feinde. Und der Feind ist fast immer gesichtslos. Dieser Mann hier führt nichts weiter, sondern verließ das Zimmer. Lars Tobias und Swartmann setzte sich auf eine Bank im Humle Gordon Park. Das bin ich nicht, dachte er. In kurzen Momenten bin ich jemand anders. Vielleicht mein Vater, vielleicht jemand, den ich mir nicht einmal vorstellen kann. Ich suche nach etwas, nach einem Boden, den es nicht gibt, weder im Meer noch in mir selbst. Die Gedanken glitten davon. Kinder spielten im Park. Sein Kopf war ganz leer. In der Wohnung wartete das Dienstmädchen mit rot geweinten Augen. Die Wehen hatten eingesetzt, obwohl es noch lange vor der Zeit war. Am Abend gebar Christina Tacker eine Tochter. Die Ärzte waren sehr unsicher, ob das Kind überleben würde. In den folgenden Tagen verließ Lars Tobias und Swartmann die Wohnung nicht. Er ließ das Dienstmädchen mit Auskünften vom Serafina Lazarett kommen und gehen. Eines Nachts, als er nicht schlafen konnte, packte er einen Koffer. Er versuchte, die Sachen so zu falten, als wäre es seine Frau, die das Gepäck vorbereitete. Die Porzellanfiguren standen stumm in ihren Regalen. Er wartete. Am 2. August erhielt er eine telefonische Nachricht von einem Oberarzt namens Edmann. Er solle sich unverzüglich im Krankenhaus einfinden. Seine Panik wuchs so stark, dass er Magenkrämpfe bekam. Er saß in der Droschke und zitterte. Als er zum Krankenhaus kam, musste er zuerst eine Toilette aufsuchen. Dann klopfte er beim Oberarzt, hörte ein kraftvolles herein und trat ein. Dr. Edmann deutete auf einen Stuhl. Sie scheinen große Angst zu haben. Sie können ganz beruhigt sein. Ihre Tochter wird überleben. Sie ist stark, hat einen großen Lebenswillen. Ich verdiene es nicht, dachte er. Aber meine Tochter will leben. Sie hat vielleicht eine größere Lebenskraft als ich. Er ging hin, um das Wunder zu schauen. Er fand sie gleiche einem getrockneten Pilz. Aber sie ist mein, dachte er. Sie ist mein und sie lebt. Christina Tucker lag in einem Einzelzimmer. Sie war bleich und müde. Er setzte sich auf die Bettkante und nahm ihre Hand. Es ist ein schönes Kind, sagte er. Ich will, dass sie Laura heißt. Wie wir es beschlossen haben, antwortete sie mit einem schwachen Lächeln. Er blieb nicht lange. Kurz bevor er ging, sagte er, dass er jetzt seinen Auftrag antreten müsse. Er hätte eigentlich schon auf dem Weg sein sollen, konnte aber einen Aufschub erwirken, da er wissen wollte, ob das Kind überlebte. Ich bin dir dankbar, dass du geblieben bist, sagte sie. Alles wird gut, erwiderte er. Ich bin bald wieder zurück. Er ging am Fluss entlang, einen gewundenen Weg zwischen dürren Brennnesseln und hohen fahren Wedeln. Es war der dritte Tag nach der Flucht aus Stockholm, fort von Christina Tacker und dem Kind. Auf dem Marktplatz von Schöder Köping hatte er bei den Fischständen nach jemandem gesucht, der durch Sledbacken fahren und dann Richtung Finneux abbiegen würde. Zwei Knechte von Châtilö waren bereit, ihn mitzunehmen. Schon bevor er im Zug nach Süden gefahren war, hatte er einen Brief an Christina Tacker geschrieben. Er hatte seinen plötzlichen Aufbruch damit natürlich streng geheim. Jeder Brief, den er an sie schrieb, bedeutete, dass er sich selbst, sie und das Kind in Gefahr brachte. Er saß an einem Tisch im Bahnhofs Restaurant erster Klasse. Seine Hand zitterte, als er den Namen Laura schrieb. Ohne dass er sich beherrschen konnte, fing er an zu weinen. Eine Kellnerin schaute ihn fragend an, sagte aber nichts. Er warf den Köping und verbrachte die Nacht in dem Hotel an der Kanal Böschung. Die Nacht war schwül, er lag wach auf den Laken. Hier weiß niemand, wo ich bin, dachte er. Im Moment bin ich sicher. Wenn alle meine Position bestimmen können, habe ich mich verirrt. Das Boot war vom selben Typ wie das von Sarah Friedrika, aber das Segel war geflickt und die Knechte waren betrunken. Sie schliefen zusammengedrängt im Boot. Als er sie weckte, war es bereits sechs. Der ältere von beiden, Alice, fragte, ob er den Brandwein dabei habe. Er zeigte ihnen die Flaschen, sagte aber, dass er sie nicht übergeben werde, bevor sie sich nicht südlich von Findharmen befänden und am liebsten erst dann, wenn sie am Ziel wären. Aber was war das Ziel? Es war der Jüngere von beiden, Göster, der fragte. Halt Scher, antwortete Lars Tobias und Zwartmann. Die Knechte sahen ihn fragend an. Das Felsinselchen draußen im Meer? Was hast du auf der verdammten Schere zu suchen? Da wohnt ein verrücktes Weib. Ist es sie, die du treffen willst? Ich kenne keinen Einheimischen auf dieser Insel. Ich habe meine Anweisungen. Ich soll dort abgeholt werden. Die Knechte schienen belustigt. Es heißt, dass finnische Wilderer, die in den äußeren Scheren herumziehen, bei ihr einkehren, sagte Alice. Lars Tobias und Zwartmann wurde es ganz kalt. Ihr Mann ist ertrunken, sagte Göster. Wovon sollte sie sonst leben? Ich habe sie gesehen. Ein richtig verdammtes Drecksweib. Man muss schon sehr geil sein, wenn man mit Friedrika sagen. Die Knechte verstummten. Das Segelboot machte gute Fahrt. Allmählich erkannte er jetzt die Inseln. Die Buchten breiteten sich aus. Das Eis, das hier gelegen hatte, war eine ferne Erinnerung. Er stellte sich die Knechte tot vor. Tief unten am Boden des Meeres. Spätnachmittags lief das Segelboot in die Bucht ein, in der Sarah Friedrikas Boot verteut lag. Er übergab zwei Liter Flaschen und sprang an Land. Wenn jemand fragt, hattet ihr niemand aus Schöderköping dabei, sagte er. Wer sollte uns fragen, sagte Göster. Es darf nicht herauskommen. Es herrscht Krieg und was ich tue ist geheim. Ein einziges Wort darüber, wo ich an Land gegangen bin, kann euch lebenslänglich ins Gefängnis bringen. Das Erste, was er vor dem war, die er in seiner Raserei totgeschlagen hatte. Er verachtete das Übernatürliche, aber die Katze erschreckte ihn. Sarah Frederica lag auf der Pritsche und schlief. Er starrte auf ihren enormen Bauch. Sie musste ihn gehört oder vielleicht eine Bewegung am Fenster geahnt haben. Sie wandte ihm ihr Gesicht zu und schrie vor Freude auf. Er öffnete die Tür und nahm sie in die Arme. Sie war warm und verschwitzt. Sogleich verdrängte er alle Gedanken an Christina Tacker und Laura. Es gab nichts außerhalb von Hallscher. Nichts, was er nicht mehr kontrollieren konnte. Er hielt alle Abstände in seinen Händen. Du hast eine neue Katze, sagte er. Ich habe sie von Helge. Sie ist eine gute Gesellschaft, aber ihr fehlen die Mäuse. Es gibt keine hier auf Sie gingen hinein. Alles war so, wie er es in Erinnerung hatte. Niemand schien im Hause gewesen zu sein, seit er abgereist war. Trotzdem stieg eine seltsame Unruhe in ihm auf, ein Verdacht, dass doch etwas während seiner Abwesenheit anders geworden sei. Es brauchte eine Weile, bis er es erkannte. Ihre Augen hatten sich verändert. Sie sah ihn auf eine andere Art an. Irgendetwas war doch geschehen. Er fragte sie am Abend. Sie hatte Schmerzen im Rücken und lag ausgestreckt auf der Pritsche. Nichts ist geschehen, antwortete sie. Die Katze hat Helge an Land geworfen. Ich habe auf dich gewartet, sonst nichts. In der Nacht spürte er, dass sie Abstand von ihm hielt. Sie war misstrauisch, vielleicht unsicher. Aber was konnte passiert sein? Plötzlich stellte er sich vor, der Deserteur sei an die Oberfläche getrieben oder in eins ihrer Netze geraten. Aber das konnte nicht sein. Der Körper konnte nicht wiedergekehrt sein, er hatte den Senkstein ordentlich befestigt. Auch hatte sie keine Netze, die so tief zum Meeresboden reichten. Die Wärme hielt an. Sarah Friedrika fiel es schwer, sich zu bewegen. Der Rücken schmerzte und sie und kümmerte sich um das, was getan werden musste. An einem frühen Morgen Mitte August, als er unterwegs zum Jüngfrühgründen war, um ein Netz einzuholen, merkte er, dass er sich in der Nähe der Stelle befand, an der die beiden deutschen Matrosen auf dem Grund lagen. Er könnte dorthin rudern, das Seil von Heck an einem Senkstein festzurren, sich selbst mit diesem über Bord heben und alles wäre endlich zu Ende. Vielleicht war das die einzige bodenlose Tiefe, die er zu finden hoffen konnte, dem Tod entgegen zu sinken, nicht wissend, was mit ihm geschah, nachdem sich die Lungen mit Meerwasser gefüllt hatten. Mit festem Griff ruderte er weiter. Als er nach Hause kam, saß sie vor dem Haus und erwartete ihn. Ihre Augen waren blank. Er blieb stehen, um ihr nicht zu nahe zu Teufel. Er begriff nicht sofort, was es war. Dann sah er das getrocknete und geglättete Seilstück, das die Pflöcke verbannt, seine Eissporen, die er dem Deserteur in die Augen gebohrt hatte. Ihm wurde ganz kalt. Er war sicher, dass er sie in die Kleidung des Toten gesteckt hatte, bevor er ihn mit dem Senkstein in das Eisloch gestoßen hatte. Sie gehören dir, oder? Freilich gehören sie mir, sie waren verschwunden. Ich wusste nicht, wo sie hingekommen sind. Heb sie auf. Er bückte sich. Auf dem hellbraunen Holz befand sich eingetrocknete Farbe. Blut, dachte er. Das Blut des Deserteurs. Sie fing an zu weinen, aber hielt schnell inne. Ich habe sie am Uferrand gefunden. Beim letzten Mal, als ich um die Schere Klippen bewegen konnte. Du hattest sie immer dabei, wenn du aufs Eis gegangen bist. Eines Tages waren sie dann verschwunden. Jetzt finde ich sie blutgetränkt. Der Deckel über dem Abgrund war sehr dünn. Er versuchte, sich nicht zu bewegen. Was ist geschehen? fragte sie, an dem Tag, als er starb. Ich habe nie verstanden, nie glauben können, dass er direkt in den Eismatsch und den Tod hineinstieg, weder das, noch dass er die Katze getötet hat. Ich sollte ihn getötet haben. Ist es das, was du meinst? Sie erhob sich mühsam von der Bank. Ich sage nicht, dass du etwas verheimlichst oder die Unwahrheit sagst. Ich habe nur die Eissporen gefunden und sah das Blut daran kleben. Ich wollte dir einen Teil der Wahrheit ersparen. Er hat die Katze mit den Eissporen umgebracht. Ich habe sie auf dem Eis gefunden. Sie sagte nichts. Du glaubst also, dass ich dir etwas erzählt habe, was nicht wahr ist? Glaubst du, ich würde so etwas wagen? Verstehst du nicht, dass ich eine Todesangst habe, dich zu verlieren? Zu seinem Erstaunen spürte er, dass es genau das war, wovor er Angst hatte. Sie sah ihn lange an. Dann beschloss sie, ihm zu glauben. Um Haares Breite wäre der Deckel über dem Abgrund zerbrochen. In dieser Nacht sprachen sie über das Kind und was danach geschehen würde. Wenn es soweit ist, fragte er, wer hilft dir? Es gibt eine Hebamme auf Krockmarö, Frau Wester. Sie weiß, dass ich in Erwartung bin, aber du musst nach Krockmarö segeln und sie holen. Vor allem wollte sie über die Zukunft sprechen, über die Zeit nach der Schere. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass es für das Kind eine andere Verbindung zu Halsscher geben sollte, als die, es war der Ort, an dem es geboren wurde und den es danach verließ. In seiner Fantasie hatte er sich einen Plan für ihre Beziehung würden sie in aller Verschwiegenheit mit einem schwedischen Schiff in einem geheimen Fahrwasser nördlich von Island fahren. Alles war geplant. Das einzige, was nicht festgelegt werden konnte, war der exakte Zeitpunkt der Abreise. Sie mussten warten und dann kurzfristig aufbrechen. Ich schaffe Zeit, dachte er. Ich vergrößere den Abstand zu dem Punkt, an dem ich einen endgültigen Entschluss fassen muss. Er legte die Hand auf ihren Bauch und spürte, wie das Kind sich bewegte. Eines Nachts weckte sie ihn aus einem Traum. Christina Tacker hatte vor ihm gestanden. Sie hatte geredet, ohne dass er verstehen konnte, was sie sagte. Er zuckte zusammen und setzte sich auf. Ich glaube, das Kind ist schon unterwegs. Es bewegt sich, es spannt im Körper. Es ist doch Ich kann es nicht steuern. Was soll ich tun? Wach bleiben. Ich bin in meinem Leben lange genug allein gewesen. Ich bin hier, auch wenn ich schlafe. Was weiß ich, wovon du träumst? Sie blieben bis zur Morgendämmerung wach. Gegen sechs Uhr morgens beschlossen sie, dass er nach Krogmarue segeln und die Hebamme holen sollte. Auch wenn das Kind noch nicht kam, musste sie sicher gehen, dass alles in Ordnung war. Er setzte die Segel, es blies ein östlicher Wind, drei, vier Meter pro Sekunde. Ihm kam ein Gedanke, er schmolz Halsscher mit dem Horizont. Engler hieß sie, die Hebamme. In den Büchern und in der Hebammenurkunde stand Eugenia Wester, aber alle sagten Engler. Sie lächelte gern, hatte eine schöne Stimme und scheute sich nicht, selbst das Dach zu flicken, wenn es nötig war. Manchmal verdüsterte sich ihr Gemüt und sie begab sich auf einsame herbstliche Segeltouren und alle im Dorf machten sich Sorgen, ob sie zurückkommen würde. Aber sie kam immer wieder nach Hause. Im Schutz der Dunkelheit glitt sie mit ihrem Boot in die Bucht, wenn alle Düsterkeit verflogen war. Vor allem war Engler eine gute Hebamme. Sie holte Kinder heraus, die hängen geblieben waren. Sie hatte magische Hände. Er legte in der Bucht an und ging den Hang zum Dorf hinauf. Er klopfte bei Engler an und sie machte ihm sofort die Tür auf. In ihrer niedrigen Küche sagte er, woher er kam. Sie lächelte. Sarahs Kind, sagte sie. Ich nehme an, es ist auch deins. Er schaffte es nicht zu antworten, versuchte zu erklären, wie Sarah es ihm aufgetragen hatte. Spannungen, heftige Bewegungen, Schmerzen im Becken. Sie hingefallen? Nein. Und du hast sie nicht geschlagen? Warum hätte ich das tun sollen? Weil Männer ihre Frauen schlagen, wenn ihnen etwas gegen den Strich geht. Hat sie Fieber? Trägt sie schwer? Sie ruht sich meistens aus. Und als du losgefahren bist, hatte es sich beruhigt? Ja. Dann musst du zu ihr zurück fahren. Sarah Frederica war nicht viel Freude in ihrem Leben vergönnt. Ich bin auch nicht sicher, ob du ihr welche gebracht hast. Aber du musst gut auf sie acht geben. Dann wirst du vielleicht der Mann, den sie braucht. Sie will, dass ich sie von Halsch her weg bringe. Warum sollte sie auch auf der Klippe bleiben wollen, nach all dem Schrecklichen, das sie durchgemacht hat? Was soll ich ihr sagen? Dass es noch nicht soweit in der Bucht herrschte Windstille. Er setzte sich an die Ruder. Er schämte sich, wenn er an die Flucht dachte, wie nahe sie gewesen war. Jeden dritten oder vierten Tag setzte er sich hin, um einen Brief an Christina Tacker zu schreiben. An der Südseite hatte er eine Klippenformation gefunden, die ihm eine Bank zum Sitzen und eine raue Tischplatte bot. Er beschrieb eine gefahrvolle, aber notwendige Expedition gewesen. Jetzt sei er wieder in schwedischen Fahrwassern. Bald würde er nach Stockholm zurückkehren. Der Auftrag ziehe sich zwar in die Länge, aber ein Ende sei abzusehen, schrieb er. Er fragte nach Laura, danach, wie es ihr selbst gehe und nicht zuletzt nach ihrem Vater. Er vergrub die Briefe unter einem Grasbüschel, verpackt in einem wasserdichten Er sagte zu Sarah Frederica, dass er sich vorgenommen habe, am letzten Sonntag im August in die Kirche von Gritt zu gehen. Sie standen in der Dämmerung auf, sie folgte ihm hinunter zur Bucht. Du hast einen guten Wind zur Kirche und auch wieder zurück, sagte sie. Sing einen Choral für mich. Hör dich auf dem Kirchplatz ein bisschen um. Bring auch Neuigkeiten über die Alten mit. Auf dem Kirchplatz waren viele Leute versammelt. Im Winter kamen selten Leute aus den äußeren Scheren. Der Kirchenälteste machte ihn darauf aufmerksam, dass der Mann, der sich in Gritt um die Post kümmerte, an der Kirchenmauer stand und Pfeife rauchte. Lars Tobias Sons Wartmann gab ihm zwei Briefe. Er bat darum, den einen Brief sofort aufzugeben, den lauschte er zerstreut der Predigt von Probst Gustafsson. Anschließend ging er herum und versuchte etwas von den Gesprächen aufzuschnappen. Ein Lauscher war er schon immer gewesen. Er hatte ein Talent dafür, heimlich mitzuhören, worüber andere redeten. Auf dem Kirchplatz handelte es sich hauptsächlich um Krankheiten und den schlechten Fischfang. Er kehrte zum Boot zurück und segelte nach Hause. Sarah Frederica gebar ihr Kind am 9. September 1915. Er hatte es geschafft, Engler rechtzeitig von Krockmarö zu holen. Als sie angekommen waren, hatte Engler ihm empfohlen, sich abseits zu halten, zu den Klippen hinaus zu gehen, wo es vielleicht ein wenig Wind gab, sodass er nicht die Schreie hören musste. Spät am Nachmittag hörte er, wie sie nach ihm riefen. Engler Wester farblosen Heide im Frühling. Sie ist gesund und kräftig. Sie wird leben, wenn Gott es will und wenn ihr euch gut um sie kümmert. Wie geht es Sarah Frederica? Wie es einer Frau nach der Geburt geht? Große Erleichterung, Freude darüber, dass alles gut gegangen ist, eine unendliche Lust zu schlafen, aber zuerst sollte sie ihren Mann sehen. Sie gingen hinein. Ihr Gesicht war bleich und verschwitzt. Wie soll sie heißen? Ohne zu zögern erwiderte er Laura. Ein schöner Name. Laura. Jetzt ist sie geboren. Jetzt können wir diese höllische Schere verlassen und niemals wiederkommen. Wir fahren los, sobald ich meine letzten Berichte fertiggestellt habe. Freust du dich über dein Kind? Ja, antwortete er. Ich bin unsagbar froh über mein Kind. Du hast eine Tochter statt der bekommen, die einen Abhang hinuntergestürzt ist. Er antwortete nicht, nickte nur. Er dachte an seine beiden Töchter, die beide Laura hießen. Laura Tobias Sond Zwartmann, die jüngere Schwester von Laura Tobias Sond Zwartmann. Ihre Tochter schrie viel und hielt sie nachts wach. Für Lars Tobias Sond Zwartmann war es, als wäre er einem brennenden Schmerz ausgesetzt. Sarah Frederica war immun gegen das Schreien. Mit Neid sah er ihre Liebe. Ihm selbst fiel es schwer, mit dem Kind eine Zusammengehörigkeit zu empfinden. Aber mit Sarah Frederica war es, als würde er endlich verstehen, was Liebe ist. Zum ersten Mal in seinem Leben verspürte er Angst davor, verlassen zu werden. Ihn schreckte der Gedanke daran, was geschehen würde, wenn Sarah Frederica erkannte, dass es keinen Behörde geschickt werden mussten. Sarah Frederica nahm jede Gelegenheit wahr, um vom Aufbruch zu reden. Mittlerweile lösten ihre Fragen in ihm eine tiefe Verzweiflung aus. Er wollte seine Ruhe haben. Er wollte nicht an die Zukunft denken. Ich habe Angst, sagte sie. Ich träume vom Wasser, von den Tiefen, die du auslotest. Aber ich will nicht dahin. Ich will Laura aufwachsen sehen. Ich werden weggehen, bald, aber nicht sofort. Es war Vormittag, die Tochter schlief, es regnete. Sie sah ihn lange an. Ich sehe dich nie dein Kind berühren, nicht einmal mit den Fingerspitzen. Ich traue mich nicht, sagte er schlicht. Ich habe Angst, dass meine Finger Male hinterlassen. Darauf sagte sie nichts mehr. Anfang Oktober merkte Lars Tobias und Zwartmann, dass Sarah Friedrika allmählich die Geduld verlor. Sie glaubte ihm nicht, wenn er sagte bald, nicht sofort, er müsste erst mit seinen Berichten fertig sein. Warum können wir nicht aufbrechen? Warum wirst du nicht fertig? Ich bin bald fertig. Es ist nicht mehr viel zu tun, dann fahren wir los. Er stand auf und ging hinaus. Es war Herbst. Die Nächte kamen mit Frost. In der Morgendämmerung des 9. Oktober begann das Kind zu schreien. Am selben Tag kam Engler Wester zu den Außenscheren gesegelt, um nach Sarah Friedrika und dem Kind zu sehen. Sie war zufrieden. Das Kind wuchs und entwickelte sich, wie es sollte. Er begleitete sie hinunter zur Bucht, als der Besuch beendet war. wirkt sie froh. Ich sehe, dass du dich gut um sie kümmerst. Ich glaube, sie hat ihren Mann vergessen, den, der ertrunken ist. Den vergisst sie nie. Es kommt ein Tag, an dem die Toten uns den Rücken kehren, sagte sie. Das geschieht, wenn ein neues Geschöpf ins Leben eintritt. Nimm die Gelegenheit wahr. Lass keinen Abstand zwischen dir und dem Kind Er sah der Jolle nach, sah sie um die Landzunge herum verschwinden. Englers Worte hatten bei ihm mit voller Kraft eingeschlagen. In seinem ganzen Leben hatte er Abstände gesucht. Aber die Abstände zählten nicht. Es war die Nähe, die etwas bedeutete. Er sah ein, dass er Sarah Friedrika über die Tatsachen aufklären musste, dass er zu einer anderen gehört hatte, dass er vorn anfangen. Erst dann würden sie einen richtigen Reiseplan machen können. Ein starkes Gefühl ergriff von ihm Besitz. Verwundert und verwirrt dachte er, ich glaube, das Lot ist auf dem Boden angekommen. Er hatte die Angewohnheit, die Tage damit zu beenden, dass er den Feldstecher nahm und auf die höchste Spitze kletterte. Es herrschte ein nordöstlicher Wind, frisch und böig. Es kam eine Jolle da draußen über die Bucht gesegelt. Das Boot lag hoch am Wind, machte aber gute Fahrt. Es war ein fremdes Boot, länger als die Jollen, die von den Fischern im Scherenmeer benutzt wurden, und es hatte eine Kajüte. Er hob den Feldstecher an die Augen und stellte die Schärfe ein. In der Plicht saß eine Frau an der Sinnestäuschung. Aber das Boot war wirklich. Christina Tacker war unterwegs nach Hallscher, weil sie wusste, dass er sich dort versteckte. Er stürzte zur Bucht hinunter. Die ganze Zeit suchte er nach einer Erklärung. Konnte er durch seine Karten Spuren hinterlassen haben? Als er zum Ufer hinunter kam, war das Segelboot in der Bucht angelangt. Christina Tacker hatte bereits den Anker vorgeworfen, als sie ihn entdeckte. Sie stand auf und begann ihn anzuschreien. Um sie zum Schweigen zu bringen, wartete er in das kalte Wasser hinaus, bis es ihm zur Brust reichte. Hör auf zu schreien, sagte er. Ich kann alles erklären. Da gibt es gar nichts zu erklären, schrie sie. Warum lügst du mich an? Warum versteckst du dich hier? Wie willst du hätte sich nie vorstellen können, dass sie zu einer solchen Raserei fähig wäre. Die einzige Art sie zum Schweigen zu bringen war, sie vom Boot herunter zu ziehen. Er packte sie, riss sie vom Segelboot herunter, drückte sie unter Wasser. Immer wenn sie zur Oberfläche kam, fuhr sie fort, ihn anzuschreien. Er schlug sie ins Gesicht. Schließlich verstummte sie. Ihre nassen Haare klebten ihr am Gesicht. Ich werde es erklären, sagte er, wenn du nur nicht schreist. Er hatte noch nie eine solche Furcht empfunden wie jetzt. Wenn Sarah Frederica jetzt käme, würde nichts überleben. Sie betrachtete ihn mit Abscheu. Sie ging zum Angriff über und zerkratzte ihm das Gesicht. Ich will keine Lügen mehr darüber hören, was du tust und warum du dich hier befindest, sagte sie. Ich will nur, dass du mir das einzige erklärst, was wichtig ist. Warum musst du Laura sterben? Das ist das Einzige, was ich wissen will. Er trat einen Schritt zurück, stolperte über eine Unebenheit und fiel hin. Sie packte ihn an einem Arm. Versuch nicht wieder zu verschwinden. Das wirst du nie mehr tun. Ich werde dich finden, wo du Tod ist kalt, Laura ist kalt, nicht das da. Was ist geschehen? Sie griff nach seinem Kopf und zog ihn zu sich. Sie hatte Tränen in den Augen. Jetzt erkannte er sie. Die Frau, mit der er verheiratet war, kam hinter den nassen Haaren zum Vorschein. Nachdem du weggegangen bist, blieb ich ein paar Wochen im Krankenhaus. Laura wuchs wie sie sollte, sie wurde größer und kräftiger, aber dann wachte ich eines nachts davon auf, dass sie schrie. Es war nicht wie üblich, es war etwas anderes. Dr. Edmann kam. Er meinte, es sei eine Kolik, die von selbst verschwinden würde. Aber es wurde nicht besser, es war keine Kolik, es war eine Darmverschlingung. Laura starb unter entsetzlichen Qualen. Ich konnte nichts tun. Und Kindes enthüllte deine Lügen. So hoch war der Preis dafür, dass ich verstand, wer du bist. Sie beugte sich noch näher zu seinem Gesicht hin. Warst du es, der auf meinen Vater losgegangen ist? Natürlich nicht. Aber schrei nicht, ich ertrage keine so lauten Geräusche. Sie schlug mit der Hand aufs Wasser, sodass es ihm ins Gesicht spritzte. Was weißt du von Geräuschen, du hast keine Ahnung, wie ein sterbender Säugling klingt. Er schüttelte den Kopf. Ich bin verzweifelt, sagte er. Ich verstehe nicht, was du sagst. Ist Laura tot? Am 22. August nachmittags um 4. 35. sagte Dr. Edmann, dass er nur sein herzliches Beileid aussprechen könne. Sie ist tot, aber du lebst. Was ist es, was du nicht verstehen schwarzes Loch. Wir können nicht im Wasser stehen bleiben. Es ist zu kalt. Wieder begann sie auf sein Gesicht einzuschlagen. Hörst du nicht, was ich sage? Meine Tochter ist tot. Sie war auch meine Tochter. Sie war nicht deine Tochter. Du warst nie da. Du hast sie damit empfangen, dass du dich von ihr fortgelogen hast. Und von mir und von dir selbst und von allem, woran ich glaubte. Ihr gingen die Worte aus. Sie stand da, im Wasser und kreischte. Er sah vor sich, wie die Regale mit den Porzellanfiguren langsam eins ums andere umstürzten und wie die Figuren zu Staub zerfielen. Vorsichtig führte er sie aus dem Wasser herauf. Ihre Verbitterung erschreckte ihn, aber noch mehr der unermessliche Schmerz, den er ihr zugefügt hatte. Eine Windbült zog vorbei, kühl, scharf. Beide froren so, dass sie zitterten. Wer bist du eigentlich, fuhr sie fort. Ich versuche zu verstehen, aber es gelingt mir nicht. Ich kann dich einfach nicht zusammenfügen, das Bild bekommt Risse. Du bist nur ein ungreifbares Wesen, das sich von Betrug ernährt. Ich werde es erklären. Ihre Antwort kam ohne zögern. Wenn du etwas nicht kannst, dann ist es zu erklären. Ich bin deinen Fußspuren gefolgt und es war wie in einem Brunnen hinunter zu klettern, wo der Gestank vom Boden immer beißender wird. Ich habe erkannt, dass ich Du kannst glauben, was du willst, aber ich trauere um mein Kind. Du solltest darüber trauern, dass du der bist, der du bist. Es war mein Vater, der mir half. Nach Lauras Tod nahm er Kontakt mit dem Marinestab auf und erzählte, was geschehen war. Schließlich klärte ein Vizeadmiral meinen Vater darüber auf, dass du nicht mehr in der Marine tätig warst. Als ich verlangte, deine Adresse zu bekommen, damit ich dir einen Brief schreiben könnte, sagten sie, dass sie keine hätten. Die Adresse war nicht geheim. Es gab sie einfach nicht. Dich gab es nicht. Wie meinst du, wie sich das anfühlte? Erst verlor ich mein Kind und dann erfuhr ich, dass ich mit einem Mann verheiratet war, der nicht existierte. Was meinst du, wie Ich war wie gelähmt, aber seine Wut hielt mich aufrecht, besonders als ich verstand, dass er arg wöhnte, du seist es gewesen, der versucht hatte, ihn tot zu schlagen. Das ist nicht wahr. Ich traue dir alles Erdenkliche zu, Lars. Sie benutzte seinen Vornamen, es war, als schlüge sie damit zu. Ich kann zurückschlagen, dachte er. Es ist der äußerste Ausweg, dass ich sie umbringe. War es W'Lander, der dir gesagt hat, wo du mich vielleicht finden könntest? Er kam zu mir nach Hause, einige Tage, nachdem ich mit dem Marienstab geredet hatte. Ich wollte ihn erst nicht hereinlassen, aber er sagte, er habe das Gerücht über dein Verschwinden gehört und du habest ihn bei den Admiralen angeschwärzt. Außerdem sagte er, dass er vielleicht wisse, wo du dich aufhielt ist, dass du öfter zu einer Schere gerudert seist, als ihr zusammen gearbeitet habt. Erst wollte ich nichts davon wissen. Ich wollte dich nie wiedersehen, aber mein Vater redete mir zu. Er sagte, du solltest nicht in Sünde sterben dürfen. Ich segelte aus den Scheren heraus und nahm Kurs gen Süden. Bei Landort wurde es Windstil. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken und ich frage mich immer noch, warum hast du mich überhaupt geheiratet, wenn du einzig den Wunsch hattest, mich zu verletzen, mich zu belügen? Er schrak zusammen. Die Zeit war knapp. Er musste anfangen, Christina Tacker vor sich her zu treiben, statt sich unter ihren Anschuldigungen zu ducken. Dass ich von der Marine entlassen wurde, liegt ganz und gar an einem Missverständnis, bei dem es darum ging, dass ich von Welander schmählich verleumdet wurde. Ich versuchte, ihn zu schützen, als er im Suffer kam. Jetzt rächt er sich, weil ich Zeuge seiner Erniedrigung war. Aber ich konnte dir nicht sagen, dass ich entlassen wurde. Es war eine solche Schande, eine solche Schmach. Ich fuhr hierher, um mir eine Art auszudenken, wie ich habe mich hier in die Einsamkeit begeben, um mich selbst dafür zu bestrafen, dass ich nicht zu sagen vermochte, wie es eigentlich stand. Ich brauchte Zeit, Bedenkzeit, Zeit, um Mut zu schöpfen. Aber die Briefe, die Erfindungen, Fantasien, dasselbe, die Scham, die Schmach, wie soll ich dir glauben können? Sie mir direkt in die Augen. Sie tat es, wie er sie geheißen hatte. Er merkte, dass er allmählich wieder die Kontrolle gewann, die Abstände regulierte. Was siehst du? Ein Menschen, den ich nicht kenne, all diese Unwahrheiten. Sie unterbrach sich, ohne den Satz zu beenden. Das, was ich am wenigsten verstehe, ist, dass du versucht hast, meinen Vater tot zu schlagen. Ich habe deinen Vater nicht angegriffen. Ich würde niemals Gewalt anwenden. Du hast mich geschlagen, gerade eben. Das war nur, damit du dich beruhigst. Kannst du nicht ausnahmsweise mal die Wahrheit sagen? Ich habe gesagt, wie es war. Ich habe mich hier versteckt, um mich zu besinnen. Er wusste, dass die Zeit begrenzt war. Früher oder später würde Sarah Friedricha sich fragen, wo er geblieben war. Ich will, dass du wieder heimfährst, sagte er. Ich habe den Befehl, meinen Auftrag zu Ende zu führen. Es gibt doch keinen Auftrag. Ich habe selbst vom Admiral gehört, du bist kein Mitglied der schwedischen Marine mehr. Was machst du denn auf dieser Schere? Hier draußen am offenen Meer herrscht der Tod. Ich werde es dir erzählen, auch wenn ich es eigentlich nicht darf. Ich habe hier ein drahtloses die eingefangen und gedeutet werden können. Jeden Tag muss ich zu bestimmten Zeitpunkten an dem Apparat warten, um zu empfangen und zu senden. Sie wog seine Worte ab. Vielleicht ist es wahr, sagte sie. Zeige mir diese Insel, die dein Heim ist. Zeige mir, wie du wohnst in einer Felskluft oder einer Hütte. Du hast recht, sagte er. Eine Hütte, um meine Messgeräte. Ich werde dir alles zeigen. Er grübelt verzweifelt, wie er sich der Situation entziehen könnte. Ihm wurde immer klarer, wo sein Platz eigentlich war. Er war auf Hallscher bei Sarah Frederica und Laura zu Hause. Zum ersten Mal in seinem Leben gab es etwas, das er nicht verlieren wollte. Er war ein Fremder bei Christina Tacker und ihren Porzellan Figuren. All die Jahre, die er mit ihr verlebt hatte, hörten auf zu existieren. Das war die erste Lüge, dachte er. Die konnte ich nie wahrnehmen oder kontrollieren. Wir hatten nichts gemeinsam. Wir haben uns nur in einer Einbildung von Liebe getroffen. Aber nicht einmal das ist wahr, dachte er. Ich kann nur für mich selbst sprechen. Sie muss etwas anderes empfunden haben. Sie ist nicht nur gekommen, um eine Lüge zu enthüllen, sondern auch, um zu verstehen, wie sie mir so viel Liebe geben konnte. Er erinnerte sich an den Weihnachtsmarkt, als sie auf den Mann losging, der sein Kind schlug. Schon damals hätte er sehen müssen, dass sie ein Mensch war, der stärker war als er selbst. Die Dämmerung war angebrochen. Sie froren. Plötzlich hörte er Schritte auf dem Pfad. Sarah Freder Er antwortete nicht. Sein erster Gedanke war, ins Wasser zu flüchten. Das Segelboot konnte er kapern und auf die See hinaus verschwinden. Sarah Frederica erreichte sie und fragte noch einmal, wer die Frau an seiner Seite war. Ich weiß es nicht, antwortete er. Du weißt es nicht, sagte Christina Tacker. Du weißt nicht einmal mehr, wer ich bin? Wer ist sie? Sarah Frederica packte ihn. Wer ist sie? Er konnte nicht antworten. Er steckte in der Klemme. Er vermisste sein Lot. Die beiden Frauen überschütteten ihn mit Fragen. Wer war sie, die aus dem Wasser gestiegen war? Wer war sie, die ihn am Arm fest hielt? Er sagte nichts. Die Falle war zugeschnappt. Alles würde bald vorüber sein, ohne dass er sich vorstellen konnte, wie es ausgehen würde. Es waren Sarah Frederica und Christina Tacker, die redeten. Aber er war es, den sie betrachteten, mit einem wachsenden Wahnsinn bei Christina Tacker und Verzweiflung bei Sarah Frederica. Er versuchte noch einmal einen Ausweg zu finden, irgendwo in der Konstellation eine Schwäche auszumachen. Aber ihn überkam nur eine unendliche Erschöpfung und die Lust aufzugeben. Schließlich sagte er, wie es war. Ihm blieb nichts anderes übrig. Sie heißt Christina, sie ist meine Frau, ich bin mit ihr verheiratet. Du hast doch gesagt, deine Frau ist tot und dein Kind. Christina Tacker tat einen Schritt nach vorn. Hat er gesagt, ich sei tot? Wer bist du? Ich bin seine Frau. Das kann nicht sein. Seine Frau ist einen Abhang hinunter gestürzt und hat im Fallen das Kind mit sich gezogen. Dann hat er dich angelogen, wer du auch bist. Ich lebe und bin mit ihm verheiratet. Ich bin niemals einen Abhang hinunter gestürzt. Christina Tacker stieß einen Schrei aus und begann den Pfad entlang zu laufen. Sie verschwand außer Sichtweite. Ihr Gebrüll hallte zwischen den Klippen wieder. Wer ist sie? fragte Sarah Friedrich noch einmal. Sie sagt die Wahrheit. Ich bin mit ihr verheiratet. Ich habe es noch nicht geschafft, die Scheidung zu beantragen. Aber du hast doch gesagt, sie sei zusammen mit deiner Tochter einen Abhang hinunter gestürzt. Das war meine erste Frau. Ich habe nicht alles aus meinem Leben erzählt. Ich arbeite an geheimen Aufträgen, das steckt an. Ich bin mir schließlich selbst ein Rätsel. Sie trat ein paar Schritte zurück. Er sah, dass sie Angst hatte. Was macht sie hier? Ich weiß nicht. Sie ist mit dem Segelboot gekommen. Christina Tacker kehrte zurück. Er versuchte, sie zu packen, um sie zu beruhigen, aber sie schlug seine Hände weg. Sie kehrte ihm den Rücken zu und fing an, mit Sarah Friedricha zu reden. Wer bist du? Ich lebe hier mit ihm. Mit ihm? Was hast du damit zu tun? Es ist mein Leben, nicht deins. Aber ich bin schließlich mit ihm verheiratet. Hörst du nicht, was ich sage? Er ist nicht verheiratet. Er ist hier bei mir und er wird mich in ein anderes Land mitnehmen. Ich will, dass du von hier verschwindest. Noch eine Stimme mischte sich ein. Sie kam von weit war. Sie begann zu zittern und fiel zu Boden. Das ist mein Kind, sagte Sarah Friedrika. Es ist meine Tochter, sie heißt Laura. Christina Tacker wimmerte und kroch weg, versuchte sich in das Weißdorn dickig zu drängen. Ist sie verrückt? Sie wird sich an den Dornen stechen. Sie ist krank, erwiderte er. Sie ist sehr krank, sie braucht Hilfe. Er versuchte sie an sich zu ziehen, aber sie wehrte ihn mit gewaltiger Kraft ab. Du rührst mich nicht an. Ich weiß nicht, was hier geschieht. Ich höre Sachen, die zu glauben ich mich weigere. Du rührst mich nicht an und du rührst sie nicht an. Sarah Friedrika hockte sich neben Christina Tacker, die an dem Dornengestrüpp zog und zerrte. Lars Tobias Friedrika zog sie heraus. Christina Tacker leistete keinen Widerstand. Trotz der Dämmerung konnte er das Blut sehen, das von ihrem Gesicht ran, wo sie sich an den Dornen gestochen hatte. Sie hing wie tot in Sarah Friedrikas starken Armen. Das Segelboot lag draußen in der Bucht. Er wartete in das kalte Wasser hinaus und kletterte an Deck. Aber die Segel waren am Mast festgezurrt. Eine abgeschlossene Kette hinderte ihn daran, die Segel zu lösen. Auch die Ruder waren angekettet. Sie hatte alles vorbereitet. Sie hatte ihn allzu oft fortgehen sehen. Die Nacht verbrachte er im Boot. Sein erster Gedanke, als er aufwachte, war, dass der Boden in ihm angefangen hatte, sich zu einer unendlichen, unmessbaren Tiefe zu öffnen. Er hörte Schritte auf dem Pfad. Es war Sarah Friedrika, die kam. Komm an Land, rief sie. Er antwortete nicht und er rührte sich nicht. Sie ist krank. Wenn sie hier bleibt, wird sie sterben. Es ist mir gleich, was du getan hast, aber sie braucht Hilfe. Er wartete an Land. Das kalte Wasser nahm ihm den Atem. Er begann zu schluchzen, aber sie schüttelte nur den Kopf angesichts seiner Tränen. Ich weiß alles, sagte sie. Sie hat es mir erzählt. Ich kann es ertragen, auch wenn ich Senker an deinem Körper befestigen und dich hinaus in die Tiefe schleppen sollte. Ich kann es ertragen, aber sie nicht. Das Kind war zu viel für sie. Eine einzige Frage habe ich, bevor mir die Worte ausgehen. Wie konntest du beiden Töchtern denselben Namen geben? Er antwortete nicht. Denk mal an, wie viel Scheiße aus einem kleinen Mann wie dir kommen kann. Sie quillt nur so aus dir heraus. Aber im Moment geht es nicht um uns, es geht um sie. Ich glaube, sie ist dabei, verrückt zu werden. Was soll ich tun? Hilf mir, sie in ihr Boot zu bringen. Ich kann sie nicht in die Jolle nehmen. Wenn sie durchdreht, kann sie sich über Bord werfen. Erträgt sie es, mich zu sehen? Ich glaube, es gibt dich nicht mehr. Als sie das Kind gesehen hat, als sie den Namen hörte, ging irgendwas kaputt. Sie sah zum Segelboot hinüber. Ich werde dafür sorgen, dass sie nach Hause kommt. Du kannst sie nicht nach Stockholm segeln. Es ist mich selbstverständlich mit, aber du wirst hier bleiben. Wenn ich zurückkomme, gehen wir fort. Ich verzeihe dir nicht all deine Betrügereien, aber irgendwo in dir muss es etwas geben, das echt ist. Er streifte ihren Arm. Sie zuckte zurück. Komm mir nicht zu nah. Wäre ich nicht abgehärtet, würde ich verrückt werden wie sie. Sie gingen hinauf zum Haus. Er erschrak, als er Christina Tacker sah. Sie saß auf dem Hocker und wiegte sich vor und zurück. Sarah Friederika hatte einen Korb mit Proviant und einen anderen mit Kleidungsstücken gepackt. Du trägst die Körbe, sagte sie. Ich übernehme sie und das Kind. Sie warteten hinaus zum Boot. Christina Tacker ließ sich durchs Wasser führen. Sarah Friederika brachte sie zusammen mit dem Kind in zur Taille. Ich komme zurück, sagte sie. Ich sollte verschwinden, aber das tue ich nicht. Natürlich kannst du die Jolle nehmen und dich davon machen, aber wohin solltest du dich wenden? Du wirst auf mich warten, weil du keine Wahl hast. Die Zeit, die folgte, war wie ein Gespräch mit Schatten. Er ging auf der Insel herum, kletterte auf die Klippen, tastete sich in Klüfte hinunter, die ihm Schutz vor den immer kälteren Herbststürmen boten. Er ging nur fischen, wenn er Essen brauchte. Immer öfter hörte er Stimmen von den Klippen, von all denen, die einst dort gelebt hatten. Er versuchte sich vorzustellen, was geschehen würde, wenn Sarah Friedrika zurückkehrte. Amerika, ihr großer Traum? Gewiss konnte er sich vorstellen, dorthin zu reisen, aber dann sich in der amerikanischen Marine ein neues Leben aufbauen würde. Mit Sarah Friedrika würde er auf keinen Fall reisen können. Eigentlich war es das Kind, an das er dachte. Laura Tobias Sond Zwartmann. Sie würde er auch in tiefer Dunkelheit sehen können. Eines Tages, Mitte November, sah er eine pfeilschnell segelnde kleine Yacht über die Buchten gleiten. Es war Engler, die kam. Er ging hinunter in die Bucht. Es war kalt an diesem Morgen. Er zog den Mantel enger um sich, befühlte die langen Haare, die über den Kragen fielen. Engler ging vor Anker und wartete an Land. Sie hatte einen starken Husten und fiebrigen Augen. Sie gab ihm die Hand und überreichte ihm einen Brief. Er ist zu mir gekommen, sagte sie, von Sarah Neugier, kümmerte sich aber nicht darum. Du musst heimsegeln, sagte er, du hustest und hast Fieber. Ich bleibe und warte auf Antwort. Der Brief lag in einem anderen, an mich adressierten Brief. Sie bat mich, auf Antwort zu warten. Er zögerte, ehe er es wagte, das Kuvert zu öffnen. Der Brief mit der unbekannten Handschrift. Ich komme nicht zurück. Du bist noch ich verstehe jetzt, was ich nicht glauben wollte, dass der deutsche Soldat sich nicht das Leben genommen hat, dass du ihn getötet hast. Wenn du diesen Brief liest, bin ich schon mit Laura unterwegs. Du wirst weder sie noch mich je wieder sehen. Ich lege jetzt alle Entfernungen, die es gibt zwischen uns. Mit dem, was es auf der Schere gibt, kannst du machen, was du willst. Ich werde nie verstehen, wer du warst. Du verstehst selber kaum, wer du bist oder sein wolltest. Christina ist krank. Ich fürchte um ihren Verstand. Vielleicht kann sie nicht mehr in der Wirklichkeit leben. Wenn es ihr nicht besser geht, wird sie in ein Krankenhaus für Nervenschwache geschickt werden. Mit dem Brief hat mir Anna geholfen, die bei euch angestellt ist. Ich schicke diesen Brief an die Hebamme auf Croque Marais. Ich bitte sie zu bleiben, bis sie sicher weiß, dass du ihn gelesen und verstanden hast und dass sie mir später darüber berichtet. Sie hat keine Adresse von mir, wird sie aber eines Tages bekommen. Meine Reise hat angefangen und du bist nicht mehr dabei. Sarah Frederica im November 1915 Ich habe den Brief gelesen, sagte er. Sie bat mich zu bleiben, bis du genau das gesagt hättest. Sie gingen hinunter zur Bucht. Die Wolken sind unruhig, sagte sie. Engler sah ihn an. Ich habe dich nicht kennengelernt, sagte sie. Aber ich habe dein Kind entbunden. Jetzt sind Sarah Frederica und deine Tochter verschwunden. Ich habe das bestimmte Gefühl, dass sie nicht zurückkehren werden. Es geht mich nichts an. Aber ich muss trotzdem die Frage stellen, was geschieht mit dir? Willst du hier auf der Schere bleiben? Überlebst du hier? Nicht, dass du dir nicht deine Nahrung aus dem Meer holen könntest, das schaffst du schon. Aber die Einsamkeit, du, der aus einer Großstadt kommt, erträgst du die Einsamkeit, wenn die Stürme ernstlich sie wartete, ob er noch etwas sagen wollte, aber er starrte nur stumm vor sich hin. Dann verlasse ich dich, sagte sie, du solltest weggehen. Ich glaube nicht, dass du das Leben hier draußen meisterst. Die Steine fressen dich auf. Ein paar Tage vor Weihnachten ritzte er seinen Namen in eine Klippe auf der Nordseite. Es gab Augenblicke, da waren die Gedanken ganz klar. Da verstand er, dass er niemals einem Menschen hatte nahe sein können, da er eine unvernünftige Angst davor hatte, sich selbst zu verlieren. Er erkannte, dass das meiste in seinem Leben auf eine törichte Vorstellung gegründet war. Er hatte den Abstand bejaht, statt die Nähe zu suchen. In dieser Zeit, an den Tagen vor Weihnachten, hatte er seinen Namen in die Klippe gemeißelt. Hinterher verstand er, dass es ein Grabstein war, den er gestaltet hatte. Der Tod kam an Neujahr 1916. Eines Nachts, als eine steife, hartnäckige nördliche Brise blies, begann die Hütte zu brennen. Er hatte es versäumt, den Abzug in Ordnung zu halten, es war ein Riss entstanden, durch den glühende Flocken gedrungen waren. Die Wand flammte auf, als wäre sie mit Benzin übergossen. Er erwachte von dem starken Licht. Es war schon zu spät, um das Feuer zu läschen. Er rettete das Lot, seine Notizbücher und seine Kleider aus der Hütte. Es brannte schnell. Alles war niedergebrannt, als der Morgen kam. Er begann zu frieren. Der Wind war schneidend. Während der Nacht hatte er gemeint, Sarah sehen. Christina Tacker hatte sich nicht zwischen den Flammen gezeigt. Sie war fort, stumm. Er konnte nicht einmal mehr ihr Gesicht herauf beschwören. Er fror. Es wurde zu einem Schmerz, der sich dem Punkt näherte, an dem er unerträglich sein würde. Der entscheidende Entschluss näherte sich lautlos. Er kam schließlich wie eine Selbstverständlichkeit. Möglicherweise gab es auch eine Spur Angst in ihm. Aber es waren vor allem die Müdigkeit und die scharfe Kälte, gegen die er sich nicht wehren konnte. Das Boot glitt aus der Bucht heraus. Er ruderte zu der Stelle, wo die beiden deutschen Matrosen auf den Boden gesunken waren. Als er dort ankam, holte er die Ruder ein, setzte sich auf die Ducht und ließ das Boot treiben. Der Wind blies immer noch Er hatte beschlossen, dass es schnell gehen sollte. Der Senkstein war schwer. Er nahm eine letzte Messung vor und bestimmte das Gewicht auf sieben Kilo. Das Seil des Steins schlang er sich um die Beine. Aber zuerst zog er alle Kleider aus. Er wollte nackt sterben. Das kalte Wasser würde ihn sofort betäuben. Dann hob er den Stein über Bord und folgte ihm in die Tiefe. Ein paar Tage darauf trieb das Boot am Leuchtturm von Heratscher an Land. Einer der Lotsen erkannte Sarah Friedrichas Segelboot. Mitte Januar fror das Meer zu. Die Eisdecke legte sich auch in diesem Winter 1916 über die Gräber in der Tiefe. Tiefe von Henning Mankell gelesen von Leonard Lansing aus dem Schwedischen von Verena Reichel